Vorwort von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Avaie im März 2010. Das Waldbauernbübel Erster Band von Waldheimat – Erzählungen aus der Jugendzeit Von Peter Rosecker Vorwort Kindheit Heimat Das uralte Lied, dem man ewig horcht Es ist eine der göttlichen Eigenschaften unserer Seele, dass wir vergangenes Ungemach leichter zu vergessen pflegen als vergangene Freuden und dass sich in der Erinnerung diese Freuden immer mehr von den Schlacken des Ungemachs reinigen, bis sie dastehen wie ein strahlender Himmelsalter, auch dem alten Kinder noch. Man nennt sie Träumer, die Menschen, die so gerne ins Vergangene schauen. Wir bedenken nicht, dass sie in traumhaftem Glück hier einen Schatz bewachen, der unverlierbar und unzerstörbar ist, solange die Seele lebt, in der er ruht. Kindheitsheimat Ich habe kein Land gefunden in der weiten Welt, das so schön und glückselig wäre, als meine raue Bergeshöhe zwischen Wäldern und Wiesen. Wenn ich nun aber in diesem Buche von Kindheits- und Jugendtagen des Waldbauernbuben erzähle, so muss man diesen Buben nicht allemal gerade auf meine Person beziehen. Man kann es tun, aber mit einiger Vorsicht. Die Erzählungen wollen zu jeder Gattung von Wahrheit gehören, welche durch den Poeten ins Allgemeine gehoben wird und den ganzen Menschen zeigt. Grundlage dieser Schriften sind meine Erlebnisse in jenen Bergen, zu jener Zeit von etwa 1848 bis 1870 und auch Erlebnisse anderer, die mit mir und um mich gewesen sind. Es ist wohl schon mancher Kopf darüber geschüttelt worden, wieso ich in meiner Bauernhütte all die Zustände und Sitten und die vielen wunderlichen Kerle kennengelernt hätte, ob sie denn gleich so von allen Talgründen, Waldwinkeln und Almmatten herbeigekommen wären, um sich von mir beschreiben zu lassen. Nun, Volksstudien habe ich in der Tat gar keine gemacht. Ich habe die Leute nicht studiert. Ich habe nur mit ihnen gelebt, in guten und bösen Tagen. Und zwar nicht bloß in einer Hütte. 67 Bauernhöfe sind zu zählen, in denen ich als Handwerker gelebt, gearbeitet, gelitten und dem Himmellöcher geschlagen habe für Freudigkeit. Dann des Jungen flinke Beine, die überall wollten sein, die Welt- und himmelgierige Seele des kleinen Guckinsleben. Endlich das bisschen Dichterlatein. Das alles zusammen gibt am Ende doch etwas, das des Aufschauens wert ist. Davon nun ist das Buch Waldheimat entstanden. Es ist in dieser neuen Ausgabe sehr erweitert worden. Zu den Kindesjahren und Pflegeljahren sind die holten Jünglingstage des Schneiderbuben gekommen und die Waldferien des Studenten. Eine eigentliche Lebensbeschreibung ist es nicht geworden. Eine solche kurzgefasste ist in dieser neuen Ausgabe erster Band beigegeben. Es ist nichts anderes als eine Sammlung von Erlebnissen und Erfahrungen aus dem Jugendleben in der Waldheimat. Die Erzählungen sind in sehr verschiedenen Zeiten entstanden. Sie bleiben stehen, wie sie gewachsen sind. Doch habe ich ihre Formen und Launen noch einmal scharf unter das Gewissen genommen. Die beabsichtigte chronologische Reihenfolge ließ sich des eigensinnigen Inhalts wegen vielleicht nicht immer genau durchführen. Auch hat mein schlechtes Gedächtnis am Ende bisweilen Dinge und Namen verwechselt, was in manchen Fällen sogar wohlgetan ist. Soll gelegentlich schon jemand bloßgestellt werden, so will ich es selber sein. Ich bin's gewohnt. Was war ich doch für ein armer Schlucker, ohne es zu wissen. Für ein lustausflatternder Schwärmer, ohne es zu dürfen. Und was war ich bisweilen für ein Lausbub, ohne es zu wollen. Ich tat aber, was mir lieb war, ohne viel zu fragen. Weil die ganze schöne Welt anderen gehörte, so schuf ich mir eine eigene. Nun, sie ist auch danach geworden. Der Spaß war zum Ernst, der Ernst zum Spiel, das Spiel zum Leben. Und jetzt war es, als wäre ich in allen Waldbauernleuten und alle wären in mir. Als wäre ich der einfältige, hundertfältige, der weltüberlegene, ewige Waldbauernbub. Jene Zeiten sind vorbei, aber das ist nicht vorbeigegangen. Das ist geblieben. Wie das uralte Waldbauernhaus noch steht, verlassen und vergessen, mitten in junger Waldwildnis, so stehen die alten Gestalten in den wuchernden Erinnerungen. Mir bringen sie die Jugend zurück. Dem Leser vielleicht ein wenig kühle Waldluft und schuldlose Kindesfrohheit. Ende des Vorworts Kapitel 1, Teil 1 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Heike Bachmann Das Waldbauernbübel Erster Band von Waldheimat Erzählungen aus der Jugendzeit von Peter Rosegger Kapitel 1, Teil 1 Von meinen Vorfahren Bauerngeschlechter werden nur in Kirchenbüchern verbucht. Das Kirchenbuch zu Krieglach, wie es heute vorliegt, beginnt im 17. Jahrhundert mit dem Jahre 1672. Die früheren Urkunden sind wahrscheinlich bei den Einfällen der Ungarn und Türken zugrunde gegangen. Zu Beginn des Pfarrbuches gab es in der Pfarre schon Leute, die sich Rossegger schreiben ließen. Nach anderen Urkunden waren in jener Gegend schon um 1290 Rossegger vorhanden. Sie waren Bauern, teils auch Amtmänner und Geistliche. In Kärnten steht noch heute eine Schlossruine, Rossegg oder Rosegg genannt. Man könnte also, wenn man hoffertig sein wollte, sagen, die Rossegger wären ein altes Rittergeschlecht und obiges Schloss sei ihr Stammsitz. Aber diese Hoffart brächte zu Tage, dass wir herabgekommene Leute wären. Bei Brugg an der Mur in Steiermark steht ein schöner Berg, der auf seiner Höhe grüne Almen hat und einst viele Sennhütten gehabt haben soll. Dieser Berg heißt das Rossegg. Man könnte also, wenn man bescheiden sein wollte, auch sagen, die Rossegger stammten von diesen Almen, wo sie einst Hirten gewesen, Kühe gemolken und Jodler gesungen hätten. In der nächsten Nachbarschaft der Krieglacher Berggemeine Alpel, in der Pfarre St. Katrain am Hauenstein, der Gegend, die einst von Einwanderern aus dem Schwabenlande bevölkert worden sein soll, steht seit unvordenklichen Zeiten ein großer Bauernhof, von jeher insgemein beim Rossegger genannt, trotzdem die Besitzer des Hofes nun schon lange anders heißen. Möglich, dass genannter alter Bauernhof das Stammhaus der Rossegger ist. Diese sind ein sehr weit verzweigtes Geschlecht geworden. In St. Katrain, in Alpel, in Krieglach, in Fischbach, in Stanz, in Kindberg, in Langenwang und so weiter gibt es heute viele Familien Rossegger, deren Verwandtschaft miteinander gar nicht mehr nachweisbar ist. Zumeist sind es einfache Bauersleute. Ein Priester, Rupert Rossegger, hat große Reisen gemacht, darüber geschrieben und auch schöne Gedichte verfasst. Das, was ich von meinen Ahnen weiß, hat mir größtenteils mein Vater erzählt. Er hat besonders in seinen alten Tagen gerne davon gesprochen. Was daran Tatsache, was Sage ist, lässt sich schwer bestimmen. Der Bauernhof in Alpel, zum untern Kluppenegger, in diesem Buche auch der Waldbauernhof genannt, gehörte zu Anfang des 18. Jahrhunderts einem Manne, genannt der Andal, Andreas, im Kluppeneck. Das soll ein wohlhabender Mann gewesen sein, und in der Erinnerung der Familie wird er noch heute der reiche Kluppenegger geheißen. Er hat ein Pferd besessen, mit welchem er für die Gemeinde Alpel den Saumverkehr mit dem Mürztale, Fahrweg hat es damals noch keinen gegeben, versorgt haben dürfte. Der Andal im Kluppeneck war einmal beim Großschnatten vom Baum herabgefallen und hatte einen hinkenden Fuß davon getragen. So soll er des Sonntags auf seinem Rösslein in die Kirche geritten sein, auch beim Wirtshause sich den Krug Wein aufs Rösslein haben reichen lassen und ein großes Ansehen gehabt haben. Pau! Die soll viele Freier abgewiesen haben. Da kam der junge Nachbar vom Riegelbauernhof. Das Riegelbauernhaus ist das zu höchstgelegene in Alpel und von ihm aus sieht man rings über die Engtäler des Alpels hinweg in der ferne hohe Berge. Man pflegte in alten Zeiten, die Höfe hoch hinaufzubauen, so hoch, dass man oft nicht einmal einen Brunnen hatte, eben wie auch bei diesem Riegelbauernhofe, wo man jeden Tropfen Wasser unten an der steilen Berglehne holen musste. Das Gebäude der Riegelbauern ist erst vor kurzem niedergerissen worden. In diesem Hause tauchten jetzt die Rossäcker auf. Ihrer sollen zur Zeit viele Buben gewesen sein und einer davon, der Josef, ging zur Kluppeneckertochter herüber. Fußnote 1 Im Urgroßvater auf der Tanne genannt die Waldhüttertochter mit einigen poetischen Freiheiten. Ende der Fußnote Also hat die Kluppeneckertochter vom Riegelbauernhofe her den Josef Rossäcker geheiratet, welcher geboren worden war am 16. März 1760. Der Josef soll ein kleines, rühriges Männlein gewesen sein, an seinen kurzen, rundlichen Beinen niedrige Buntschuhe, grüne Strümpfe und eine Knielederhose getragen haben, auf dem Haupte einen breitkrempigen Filzhut, unter welchem lange, graue Locken bis zu den Achseln herabreichten. Ein kleines, hageres Gesicht, stets wohlrasiert, graue, lebhafte Äuglein und im Mund allzeit ein harmloses Späßlein, sodass es immer was zu lachen gab, wo der Seppel dabei war. Der Seppel hat auch die Kunst zu schreiben verstanden. In einem alten Hausarzneibuche steht, mit nun freilich verplaster Tinte, schlicht und schlecht geschrieben, Großfrauentag 1790. Ich, Josef Rossegger, habe am heutigen den erstgeborenen Sohn Ignatius bekämen, empfälche das Kleinkind unserer lieben Frau. Vom Seppel erzählt man auch, dass er schon in seiner Jugend graue Haare bekommen hätte. Er sei nämlich während eines schweren Nachtgewitters auf einer hohen Tanne von wütenden Wölfen belagert worden und habe Todesangst ausgestanden. Der Seppel soll eine Alm gepachtet und sich nebst Ackerbau und Holzwirtschaft viel mit Viehzucht befasst haben. Er hatte zeitweilig acht Knechte und ebenso viele Mägde gehabt, zu denen nachher noch die eigenen Kinder kamen. Die Söhne hießen Ignaz, Michel, Martin, Simon, Balthauser, Jakob. Von diesen Brüdern ist die große Verträglichkeit und Einigkeit in der ganzen Gegend sprichwörtlich geworden. In jeder Arbeit halfen sie einander und wo an Sonntagen einer der Kluppeneckerbuben war, da sah man die anderen auch. Keiner ließ über die anderen ein böses Wort aufkommen. Jeder stand vor alle ein. Wenn es um einen Bruder ging, so hob selbst der Friedfertigste, der Ignaz, seinen Arm. Wer einen dieser Burschen überwinden wollte, der musste alle sechs überwinden und der, für den einer derselben eintrat, hatte sechs gute Kameraden. Mehrere dieser Brüder kauften sich später Bauerngüter, im Untern Mürztale, oder erheirateten sich solche. Dadurch entkamen sie der Militärpflicht. Soldat ist nur einer gewesen. Derselbe starb zu Pressburg an Heimweh. Der Balthauser, welcher die Soldatenlänge nicht hatte, brauchte sich um einen Besitz nicht zu bemühen. Er blieb im heimatlichen Hofe als Knecht. Der Josef erreichte ein hohes Alter. Auf einem Besuche bei einem seiner verheirateten Söhne im Mürztale ist er fast plötzlich über Nacht gestorben. Bevor er zu jenem Besuche fortging, soll er gebeugt und auf seinen Stock gestützt, hastig dreimal um den Kluppeneckerhof herumgegangen sein und dabei mehrmals gesagt haben, nicht geboren, nicht gestorben und doch gelebt. Als er hierauf nicht mehr heimgekommen war, hat man das so gedeutet, als hätte er sagen wollen, in diesem Hause bin ich nicht geboren und werde darin nicht sterben und habe doch darin gelebt. Zur selben Zeit war schon sein Sohn Ignaz, geboren 1790, Besitzer des Kluppeneckerhofes. Er heiratete eine Tochter aus dem Peterbauernhofe namens Magdalena Bruggraber. Diese Magdalena hatte auch mehrere Brüder, wovon einer sich das nachbarliche Grabenbauernhaus erwarb. Sein Bruder Martin war bei ihm Knecht. Seit jeher waren diese beiden ein paar gute Genossen gewesen zu den Kluppenecker-Söhnen. Jetzt in Verwandtschaft getreten, standen sie noch fester zu ihnen. Und doch ist es einmal anders geworden. Wir werden das später erfahren. Der Ignaz Rossecker soll ein schöner stattlicher Mann gewesen sein, sonntags in schmucker Steiertracht, wie sie damals der Erzherzog Johann wieder zu Ehren gebracht hatte, ins Pfarrdorf gekommen sein und gerne gesungen haben. Dem Natzel in Kluppeneck, seine helle Stimme war in der ganzen Gegend bekannt und keinen Tag gab Gott vom Himmel, ohne dass man den Natzel jauchzen hörte auf der Weiden oder in den Wäldern von Alpel. Im Gegensatz zu seinem Vater trug er kurzgeschnittenes Haupthaar, ließ aber seinen blonden Schnurrbart stehen. Die Herrschaft, das Grafenamt Stubenberg, sah es damals nicht gerne, wenn die Leute ihren Bart stehen ließen. Das war neuerisch. Aber den harmlosen, lustigen Natzel hat sie deshalb nie zur Verantwortung gezogen. Den Ignaz soll nie jemand trotzig oder zornig gesehen haben. Mit jedem Mann war er gemütlich und verträglich. Die Alpelbauern sagten viel später noch, einen besseren Nachbar kann sich kein Mensch wünschen, als es der Natzel gewesen ist. Weit berufen war er als Kinderfreund und wo ihm auf Wegen und Stegen ein Kind begegnete, da tat er sein rotes Lederbeutelchen auf und schenkte ihm einen Kreuzer. Auch selbst war er mit Kindern reich gesegnet. Sieben Söhne, Lorenz, Franziskus, Sebastian, Thomas, Anton, Jakob, noch einmal Franziskus, zwei Töchter, Margareta und Katharina, wurden ihm rasch nacheinander geboren. Mehrere starben in früher Kindheit, die übrigen wuchsen auf unter der strengen Zucht der Mutter Magdalena. Der Ignaz hatte sich aber, wahrscheinlich aus Ursache seiner Leutseligkeit, einen großen Fehler angelebt. Er saß gerne in den Wirtshäusern. Wenn er auch nicht viel trank, so trank er doch wenig. Wenn er auch nicht um hohes Karten spielte, so spielte er doch um geringes. Wenn er auch nicht schweren Tabak rauchte, so rauchte er doch leichten. Und wenn er auch nicht Schulden machte, so ward sein kirschroter Geldbeutel zumindestens immer um einiges dünner. Die Woche über arbeitete er fleißig, des Sonntags aber, wenn er in die Kirche ging, da kam er nie zum Mittagessen nach Hause, wie es sonst der Brauch. Da setzte er sich in ein Wirtshaus, ließ sich's wohl geschehen, jodelte ein wenig, spielte ein wenig, war stets heiter, und erst, wenn es finster wurde, ging er den weiten Weg ruhig nach Hause. Seine Magdalena muss ein scharfes Weib gewesen sein. So spät er auch kommen mochte, immer hat sie ihn wachend und gerüstet erwartet. Das soll dann stets ein Wetter gewesen sein, das das ganze Haus erbebt hat. Erbebt mitsamt den Kindern, die es nicht begreifen konnten, wie die Mutter wegen eines Nachtheimkommens so herb sein konnte, da er ja doch heimgekommen war. Er soll die heftigsten Vorwürfe ruhig und schweigend über sich ergehen lassen und nur immer die Kinder beschwichtigt haben, die sie durch ihr Lärmen aus dem Schlafe geschreckt. Manchmal nahm er auch einen oder den anderen seiner Knaben mit in die Kirche, was den Kleinen allemal ein Festtag war. Nur der Knabe Lorenz, so lieb er sonst seinen Vater hatte, wollte bald nicht mitgehen, denn der bekam Heimweh, wenn er den ganzen Sonntagnachmittag neben ihm im Wirtshause sitzen musste. Er durfte bei diesen Sitzen zwar sein grünes Filzhütlein mit der Hahnenfeder aufbehalten, er bekam von der Wirtin sogar Zucker in den gewässerten Wein geworfen, aber trotzdem war es unter den rauchenden, lärmenden Bauern unsäglich öde und wenn er seinen Vater bat, nach Hause zu gehen, antwortete dieser immer, gleich, gleich, Bübel, ich gehe schon, nur mein Lackerl Wein trinke ich früher aus. Der Knabe durfte ja auch mittrinken und so richtete er es mehrmals ein, dass er während des Trinkens scheinbar ungeschickterweise den Wein heimlich vergoss, aus Sorge, dass der Vater zu viel trinke. Aber als der Krug leer war, ließ ihn der Ignaz wieder füllen. Da hielt es der kleine Lorenz einmal nicht länger aus, stahl sich heimlich davon, ging durch die finsteren Wälder und engen Wasser durch rauschten Berggräben nach Hause. Zu Hause getraute er sich nicht aufzuzeigen, weil er fürchtete, die Mutter könne den Vater, wenn er nachkäme, noch Ärger hernehmen, dass er das Kind zu allein hätte fortgehen lassen durch die großen Waldungen, wo man noch dazu von Wölfen hörte. Der Knabe blieb also im Schachen hinter dem Hause stehen, bis der Vater nachkommen würde. Die Schatten der Schachenbäume wurden länger und vergingen endlich. Ein Gewitter stieg auf und ging nieder. Vom Regelbauernwalde war es manchmal wie das Geheul eines wilden Hundes. Der Knabe stand im Schachen und wartete auf den Vater. Der Vater begleitete aber an diesem Abend seinen Nachbar und Gevatter Grabler bis zu seinem Hause, kam daher auf einem anderen Weg heim und konnte der Magdalena Frage nach dem Knaben Lorenz nicht beantworten. Der Lorenz war im Wirtshause ja längst vor ihm heimgegangen und war jetzt nicht da. Der Schreck des Ignaz war so groß, dass er zur Stunde ein heiliges Fürnehmen tat. Wenn der Knabe glücklich wiedergefunden werde, so betrete er seinen Lebtag, kein Wirtshaus mehr, außer es sei auf einer Wallfahrt oder sonst auf einer Reise oder es sei bei seiner goldenen Hochzeit mit der eheliebsten Magdalena. Bei der eheliebsten Magdalena würde zu solcher Stunde diese Wendung nicht viel gefruchtet haben, wenn der Knabe nicht jetzt zur Tür hereingegangen wäre. Das Gelöbnis soll der Ignaz leidlich gehalten haben, obwohl durch einen seltsamen Zufall eine neue Versuchung herantrat, mit einem guten Kruge sich manchmal gütlich zu tun. Eines Tages, als sein Kind Jakob gestorben war und als er, um beim fernen Pfarramte die Leiche anzeigen zu gehen, aus seinem Gewandkasten ein frisches Linnenhemde herausnehmen wollte, wie solche von seiner Mutter noch eigenhändig gesponnen und genäht im Vorrate waren, fiel es ihm auf, dass der Kasten einen so dicken Sohlboden hatte. Durch Klopfen kam er darauf, dass dieser Boden hohl war. Durch Umhertasten bemerkte er an der inneren Ecke ein Schnürchen. Er zog an und da hob sich ganz leicht ein Deckel und ließ ihn hineinsehen auf sieben vollgepfropfte Säcklein, die zwischen dem Doppelboden verborgen gewesen waren. Aus alten Hosen getrennte Säcke waren es, mit Schuhriemen zugebunden und ihr Inhalt Silbergeld, lauteres Silbergeld. Der Ignaz erzählte von diesem Funde seinem Weibe und seinen Brüdern. Während in der Stube noch das Laichlein lag, setzten sie sich auf dem Küchenherde zusammen und untersuchten das Geld. Es war keine landläufige Münze darunter, lauter alte Taler, manche gar unregelmäßig, fast eckig in der Form, mit fremdartiger Prägung, teils abgegriffen und schwarz, aber von so hellem Klange, dass die Ohren gelten. Nun rieten sie hin und her, von wem wohl der Schatz stammen konnte, und da fiel es dem Ignaz ein, dass er von ihrem Großvater, dem Anderl, in Kluppeneck herrühren dürfte, der als reich bekannt gewesen, von dem aber nach seinem Tode kein Bargeld gefunden worden war. Die Brüder beschlossen also, das Silbergeld unter sich zu teilen. Jeder soll an 70 Gulden bekommen haben, der Ignaz um einen Teil mehr, und das war zum Finderlohn. Weiter hatten sie keinem Menschen von dem Funde gesagt, sollen aber ihre liebe Not gehabt haben mit Einzelnen der alten, unbekannten Münzen, um sie an den Mann zu bringen. Der Betrag war für die damalige Zeit ein bedeutender, doch keinem der Kluppeneckerbuben hatte man es angemerkt, dass sie einen Reichtum besaßen. Der Ignaz mag zu Ehren der alten Schimmeln wohl einmal einen Grub getrunken haben, ohne dass die Magdalena erheblichen Einspruch tat, im Ganzen aber mied er die Wirtshäuser. Vorübergehen konnte er zwar an keinem, und so blieb er ihnen fern, indem er an Sonn- und Feiertagen nur gar selten in die Kirche ging, sondern seinen Rosenkranz zu Hause betete und dann vor dem Hause seine Jodler sang, hin über die grünen Höhen, so dass die Magdalena erst jetzt eine Freude hatte an ihrem braven und lustigen Mann. Da kam jene Kirchweih zu Fischbach. Dieser Ort ist von Alpel durch den Gebirgszug der Fischbacher Alpen getrennt. Aber man ging an Festtagen gern über dieses waldige Gebirge, weil es in Fischbach sehr lustige und kecke Leute gab, weil in den dortigen Wirtshäusern damals noch keine ständige Polizei war, wie etwa im Mürztale, und weil es daher dort sehr ungezwungen herging. Besonders die Fischbacher Herbstkirchweih war weit unberüchtigt, und wenn irgendwo Bauernburschen miteinander einen unausgetragenen Handel hatten, so stellten sie sich bei der Kirchweih ein, wo es dann fast allemal zu einem blutigen Raufen kam. Ignazens Bruder Baldhauser war dem Raufen nicht abgeneigt. Manchmal, wenn er des Morgens die damals übliche, schön geformte und mit weißen Nähten gezierte Lederscheide mit Pfeifenstierer, Gabel und dem großen Messer in den Hosensack schob, soll er gesagt haben, man weiß nicht, wozu man's brauchen kann. Bei den Weibsbildern scheint der Baldhauser auch nicht blöde gewesen zu sein, denn er wählte sich allemal eine solche aus, die auch anderen Burschen gefiel, und so kam es vor, dass das Recht des Stärkeren entschied. Der Baldhauser war ein mehr kleiner, untersetzter Mann, sonst sehr bedächtig und langsam in seinen Bewegungen, beim Ringen aber der Flinkeste und Abgefeimteste, der seinen Gegner fast allemal so bettete, wie er nicht gebettet sein wollte. Wer es also mit dem Hausel zu tun hatte, der trachtete erstens ihm in Abwesenheit seiner Brüder beizukommen, was schon leicht war, da die meisten derselben in eine fremde Gegend fortgeheiratet hatten. Trotzdem pflegte ein Gegner des Baldhauser, sich um Genossen zu schauen, und wenn ihrer drei oder vier gegen ihn waren, da geschah es wohl manchmal, aber durchaus nicht immer, dass er wesentliche Merkmale heimbrachte, worauf seine Schwägerin Magdalena freilich allemal die Bemerkung tat. All zwei Füß hätten's dir abschlagen sollen, das wär dir gesund, du Raufbär! Solche Meinung war der Baldhauser zwar nicht. Da kam nun wieder einmal die Fischbacher Herbstkirchweih und er hatte wieder einmal eine Liebste, die Heidenbauern-Dirren, auf welche das Eigentumsrecht aber der Grabenbauer gelegt haben wollte. Dem Grabenbauer hatte er schon früher einmal Post geschickt. Du, wenn du noch länger gesunde Knochen haben willst, so lass die dirren! Und trotzdem hörte er nun, der Grabenbauer führe dieselbige zur Kirchweih, habe aber gleichzeitig auch etliche Kameraden bestellt. Da wusste er freilich, der Baldhauser, dass zwischen ihm und den Grabenbauernleuten der Friede gebrochen war und was er zu tun hatte bei dieser Kirchweih zu Fischbach. Sein Bruder, der Ignaz, wusste nichts davon, der Baldhauser sagte ihm auch nichts, lud ihn nur ein, mit ihm über das Gebirge zu gehen, nach Fischbach, zu dem lustigen Feste, wo getanzt und gesungen würde über die Maßen. Der Ignaz fand sich gern bereit und wollte auch seinen Knaben Lorenz mitnehmen. Dieser war von Natur aus zart und beschaulich angelegt. Wo es lärmende Leute gab, da war er nicht gern. Die Wirtshäuser waren ihm ja ein Graus und da hatte er gehört, auf Kirchwein gäbe es noch mehr Wirtshäuser als anderswo. So blieb er lieber daheim. Seine Mutter rief, der Junge ist gescheiter wie der Alte und weiß, dass Kinder nicht auf Kirchwein taugen. Bliebest du auch daheim, Natzel, morgen täts dir gewiss nicht leid sein. Der Ignaz zog aber sein schönes Gewand an und ging mit seinem Bruder Baldhauser nach Fischbach. Als sie hinkamen, war der Marktplatz schon voller Buden, Leute und Gesurre. Leutedunst, Tabakrauch, Metgeruch, alles durcheinander, aus den Wirtshäusern kam fröhlicher Lärm und der Baldhauser wollte gleich zum Bauernhoferwirt hinein. Der Ignaz sagte, sie täten zuerst doch lieber ein bisschen in die Kirche schauen, weil man gerade zum Hochamt läute. Und nachher standen sie eine Stunde lang eingekeilt in der Menge und der Baldhauser war sehr ungeduldig und dachte nach, wie er mit dem Grabenbauer zusammenkommen würde. Nach dem Gottesdienste kauften sie auf dem Markte Schuhnägel, Pfeifenzugehör und Tabak und der Ignaz weiß gestriemte Lebzeltherzen für die Kinder daheim und ein großes Lebkuchenstück mit Mandeln gefüllt für seine Magdalena. Das band er in ein blaues Sacktuch zusammen und dann gingen sie gleich zum Neuwirt. Dort waren lauter lustige Leute und der Ignaz hub bald an zu singen. Dem Baldhauser ließ es aber keine Ruhe. Er meinte, auch den übrigen Wirten müsse man ein Seidel abkaufen, sonst könnte es sie verdrießen und sie gingen nachher zum Tafernwirt und zum Krammerwirt und zu anderen. Aber nirgends traf er den Grabenbauer und die Heidenbauern dirn. Beim Krammerwirt war es ihm vorgekommen, als huschten sie zur hinteren Tür hinaus, während er mit seinem Bruder zu vordern hereinging. Am Nachmittage wurde es in einzelnen Wirtshäusern schon unheimlich laut und aus dem wirren Geschrei gellte manchmal ein rohes Fluchwort auf. Vor dem Bauernhofer Wirtshause ballten sich ihrer ein Halbdutzend betrunkener Burschen auf der Gasse. Mit Fensterrahmen hieben sie aufeinander los, die sie drinnen ausgebrochen hatten. Beim Krammerwirt soll zwischen Holzknechten und Schustergesellen ein solches Schlagen losgegangen sein, dass das Blut zu den Türstufen herabtröpfelte. Solange noch gesungen worden, hatte der Ignaz frisch und klingend mitgetan, hatte zu Zweien oder Dreien den Arm um den Nacken des Anderen gelegt und den Kameraden froh in die Augen schauend, sinnige oder kecke Lieder angestimmt. Als es nun überall ins Stänkern und Schimpfen und Schreien und Raufen ausartete, wollte er heimgehen. Da es gegen Abend war und der Baldhauser seinen Grabenbauer immer noch nicht gefunden hatte, sagte er zum Bruder, das ist eine lausige Kirchweih und machte sich missmutig auf den Heimweg. Der Ignaz ging fröhlich mit ihm. Nach einer Stunde kamen sie hinauf zu den Almhöhen, wo die Halterhütte stand. Der Weg ging hier oben glatt und eben durch jungen dichten Lerchenwald. Es ward schon dunkel. Da gibt's auch noch Leute, sagte der Ignaz plötzlich, denn auf einem Rasenplatze saßen hier ihre edliche Männer und ein Weibsbild. Es waren ja seine zwei Schwäger, der Grabenbauer und dessen Bruder der Mirtel und es war ein Riegelbauernknecht und der Holzknecht Kaspar. Das Weibsbild war die Heidenbauern Dirren. Der Baldhauser stand einen Augenblick still und stutzte. Dann trat er vor die Dirren und sagte, Was machst du denn da? Du gehörst da nicht her. Hausel, wenn's dir nicht recht ist, versetzte der Grabenbauer fast leise, ballte die Fäuste und erhob sich. Mit so wehgelagerer Lumpen nehm ich's auf, sagte der Baldhauser trotzig. Lass sie gehen, Hausel, mahnte der Ignaz und suchte den Bruder mit fort zu zerren. Doch war schon zu spät. Sie gerieten zusammen. Zuerst ihrer zwei, der Grabenbauer und der Mirtel waren über den Baldhauser hergefallen. Als dieser aber den einen arg nach rückwärts bog, dem anderen ein Bein schlug, sprangen auch die beiden anderen herbei. Als der Ignaz sah, dass vier starke Männer über seinen Bruder her waren, da griff er auch zu. Die Dirn kreischte und rief alle Heiligen an. Wortlos rangen die Männer in einem Knäuel. Sie schnoben, unter ihren Füßen dröhnte der Boden. Der Grabenbauer hatte die Finger der einen Hand an Baldhausers Kehle gesetzt, mit der anderen wollte er sein Messer ziehen. In dem Augenblicke flog er von Ignaz geschleudert auf den Rasen hin. Fast gleichzeitig auch der Ignaz und jetzt sprang ihm der Mirtel mit beiden Füßen auf die Brust. Da der Ignaz unbeweglich liegen blieb, so stieß der Mirtel einen grausigen Fluch aus und versetzte ihm mit schwerem Stiefel noch einen heftigen Fußtritt auf das krachende Brustblatt. Der Baldhauser riss los, fasste die Dirren und raste mit ihr davon. Weit unten in der Köhlerhütte verbarg er sie und verbot ihr einen Laut zu tun. Er lugte zum Fensterlein hinaus, wie der Holzknecht Kaspar und der Riegelbauern Knecht und endlich auch der Mirtel mit dem Grabenbauer vorbeigingen. Sein Bruder Ignaz aber kam nicht. Als er auf diesen Vergebens gewartet hatte, ließ er das Weibsbild im Stich und ging den Weg zurück hinauf bis zur Höhe. Es war schon die Nacht. Der Ignaz saß auf einem Baumstock. Was hast denn, dass du nicht nachkommst? fragt ihn der Baldhauser. Der Mirtel hat mich getreten, antwortete der Sonst sagte er nichts. Kannst nicht gehen, Bruder? Komm, ich werde dich führen. Der Ignaz deutete mit der Hand, der Baldhauser solle nur seines Weges gehen, er werde schon nachkommen. Das tat der Baldhauser freilich nicht, er blieb bei dem Bruder, er suchte eine Quelle und brachte im Hute Wasser, den Verletzten zu laben. Dann stand der Ignaz auf, stützte sich an den Baldhauser und sie huben an, zu gehen. Oft musste er rasten unterwegs und da sprach er einmal zum Baldhauser, Bruder, daheim wollen wir nicht sagen davon, dass wir's mit den Schwägern haben gehabt, es ist eine Schande. Um Mitternacht erst sollen sie nach Hause gekommen sein und der Baldhauser erschrak fast zu Tode, als er nun beim Kienspanlicht sah, wie blass der Ignaz war, wie matt und stier sein Auge und wie an den Mundwinkeln Blutkrusten klebten. Er gab ihm wieder Wasser zu trinken und suchte in dem Küchenkastel nach einem Balsam. Der Magdalena fiel es schon auf, was sie denn in der Küche herumzutun hatten. Sie eilte hinaus und erfuhr es nun. Gerauft wäre worden und den Natzel hätt's ein bisserl getroffen. Aber die anderen hätten auch ihr Teil bekommen. Als die Magdalena ihren Mann sah, wie er halb auf die Bank hingesunken darlehnte, sagte sie scheinbar sehr ruhig, Nun, der hat genug. Mit keinem Worte hatte sie gefragt, wie erinnerte es gleich, die Ursache wäre der Schwager und bevor sie den Verletzten noch zu Bett brachte, hielt sie Gericht über den Baldhauser. Eine solche Wucht der wildesten Vorwürfe soll in dem Hause nicht erhört worden sein, als die Magdalena jetzt dem Schwager Baldhauser machte, der ihren Mann mit auf die Kirchweige lockt, um ihn dort von Raufgesellen erschlagen zu lassen. Zuerst hatte der Baldhauser sich verteidigen wollen, sich rechtfertigen und wehren, aber ihre Zornes und Gefühlsausbrüche wurden so gewaltig, dass er schwieg und anhub zu grölen. Die Kinder waren aufgewacht und jammerten, der Kettenhund winselte, die Hühner flatterten von ihren Stangen und gackerten, das Gesinde war herbeigekommen und umstand erschrocken die Gruppe, wie die Bäuerin Magdalena rasend vor Wut und Schmerz ihr Gewand zerriss und die Fetzen hinschleuderte auf den Baldhauser, der wimmernd vor ihr auf den Knien lag. Als endlich in ihrem Gemüte die Erschöpfung und Dumpfheit eingetreten war, wendete sie sich an den Ignaz, der in völliger Ohnmacht dahin lag, brachte ihn auf seine Liga statt, flößte ihm warme Milch ein und saß bei ihm die ganze Nacht, die Hände auf dem Schoß gefaltet. Als die Morgenröte zu dem Fenster hereinkam und die Ofenmauer matt anglühte, schlug der Ignaz einmal die Augen auf und blickte um sich. Die Magdalena legte ihre Hand auf seine feuchte Stirn und sagte mit einem Ton unendlicher Milde, Ist dir besser, mein Natz? Er tastete nach ihrer Hand. Es wird schon wieder gut, Magdalena. Es wird schon wieder gut. Der Baldhauser hat noch in derselben Nacht seine Sachen zusammen gepackt und ist fortgegangen, höher hinauf ins Gebirge, zu den Holzknechten. Und nun sind die stillen, betrübten Tage gekommen. Allerlei Hausmittel hatten sie angewendet, der Kranke musste Gemswurzeln kauen, Hunsfett essen, sich ziehende Plaster auf die Brust legen lassen und sonst allerlei. Er saß wohl in der Stube auf der Ofenbank oder er ging draußen im Hofe langsam umher, um sich immer wieder irgendwo niederzusetzen. Bei den Kindern war er gerne, sah ihnen zu bei ihren Spielen mit Steinchen und Fichtenzapfen, redete aber wenig mit ihnen, kam allemal bald nur so ins dumpfe hinschauen und hinträumen. Einen schweren Atem hatte er und musste viel husten, manchmal kam Blut aus der Brust, aber nur in wenigen Tropfen. So wehrte es mehrere Monate. Eines Sonntags, am Nachmittage, als der Ignaz neben dem warmen Ofen saß und doch fröstelte, kam die Magdalene herein und berichtete, dass ihr Bruder, der Grabenbauer Mirtel, in der Küche draußen sei und die einfältige Frage getan habe, ob er hereingehen dürfe. Sie habe ihm geantwortet, das stehe doch jedem Bekannten frei, geschweige erst einem Schwager. Der Mirtel habe aber gebeten, sie möchte doch anfragen beim Natz, ob er auf ein Wort zu ihm hereinkommen dürfe. Ich weiß es wohl, warum er fragt, entgegnete der Ignaz. Die Magdalena konnte es aber nicht wissen, weil es ihr nicht gesagt worden war, dass gerade der Mirtel ihn so schwer verletzt hatte. Er kann schon hereinkommen, antwortete der Ignaz nun heiser und kurzatmig, und du musst so gut sein und noch ein paar Scheiter in den Ofen stecken. Denn er wollte sie draußen beschäftigen, während der Mirtel bei ihm in der Stube war. Dieser trat denn ein, schaute beklommen in der dumpfigen Stube umher und sah ihn nicht gleich. Erst als er aus dem Ofenwinkel ein Husten hörte, trat er dorthin, blieb stehen vor dem Kranken und konnte kein Wort sagen. Der Ignaz sagte auch nichts, sondern hob langsam seine rechte Hand und hielt sie ihm hin. Unsicher reichte der Mirtel die Seine und sprach Natz keine ruhige Stund habe ich mehr gehabt seit der Kirchweih dass mir solches hat müssen aufgesetzt sein wo du mir alleweil frei der liebste kamerad gewesen bist Er wendete sich ab und ging einige Schritte gegen ein Fenster als wolle er hinausschauen und mit dem Ärmling fuhr er sich übers Gesicht ab zu rocken und mir ist es auf gesetzt gewesen wer kann dafür braucht auch weiter niemand zu wissen wie es her gegangen ist es wird ja schon besser und will auch einmal zum Arzte schicken dass er ein wenig nach hilft »Und du hast mir nichts für ungut, Natzel?« Der Ignaz machte mit der flachen Hand eine Bewegung in die Luft hinein, gleichsam als wollte er sagen, »Lass es gut sein, Mirtel.« Ein sehr heftiger Hustenanfall verhinderte ein weiteres Gespräch. Als der Mirtel wieder in die Küche hinaustrat, sagte er zu Magdalena, »Es ist wohl ein herzensguter Mensch.« »Wie findest ihn denn, Bruder?« Ein Trostwort wollte er sagen, aber es verschlug ihm die Rede. »Mir gefällt er wohl halt gar nicht,« meinte sie, »und morgen will ich doch endlich zum Bader schicken nach Straleck. Sie sagen, für die auszehrende Krankheit wäre der so viel gut.« Der Mirtel ist davongegangen, halb verloren. Dass es so sollte stehen mit dem Ignaz, hätte er nicht gedacht. Die Magdalena hat ihm von der Türe aus eine Weile nachgeschaut. Das war ihr nicht recht vorgekommen jetzt mit dem Mirtel. Am nächsten Frühmorgen ging vom Kluppeneggerhofe ein alter Knecht nach Straleck. Er hatte Geld mitbekommen für den Arzt, gedachte es aber, dem Bauern zu ersparen. Wenn er sagt, dass der reiche Bauer krank ist, da wird sich der Arzt hochlohnen lassen. Als der alte Knecht daher vor dem Arzte stand, tat er sehr erschöpft und kurzatmig und hüstelte und sagte, ihn hätt's arg auf der Brust. Ein böser Stier habe ihn gestoßen vor drei Monaten und seither nehme er an Fleisch und Kräften ab. Er glaube, die Auszehrung werde es sein. Er sei ein armer Dienstbot und täte halt gar schön bitten um einen guten Rat. Der Arzt sagte, musst halt recht viel Milch trinken und immer ein Stückchen Fleisch essen und wenn dich der Husten anpackt, so trink eine Schale Kamperlmoostee, aber so heiß, dass du's da leiden kannst. Was der Rat täte kosten? Der kostet nichts. Also eilte der Knecht heim und sein erstes Wort war, er habe dem Ignaz das Geld erspart und doch einen guten Rat mitgebracht. Fleisch und Milch und gegen den Husten Kamperlmoostee trinken, so heiß, als es der Leben kund. Eine Nachbarin hatte den Tee vorrätig. Er war zwar sehr bitter zu trinken, aber er wärmte Brust und Magen und der Ignaz schöpfte aus diesem Mittel neue Hoffnung. Zu Anfang des Advents war's, wenige Wochen vor Weihnachten, als der Husten mit erneuter Heftigkeit auftrat. Lies der Ignaz sich wieder einmal den heißen Tee richten, drang ihn rasch aus und wankte dann ins Freie. Nach einer kleinen Weile kam er wieder in die Stube zurück, ganz verändert und taumelnd. Ich weiß nicht, sagte er noch. Ich muss zu heiß getrunken haben. Und sank auch schon zu Boden. Die Weibsleute, die beim Spinnen waren, sprangen herbei und riefen, was denn das wäre? Er antwortete nicht mehr. Sie legten ihn ins Bett und huben an zu beten. Und die Magdalena wurde nicht müde, ihn mit allen Mitteln, die ihr einfielen, wieder zum Bewusstsein zu erwecken. Er holte wohl Atem. Manchmal stöhnte er, machte die Augen auf, aber man wusste nicht, ob er jemanden erkannte. Der Lorenz, damals 14 Jahre alt, ging noch am stöbernden Abende fort nach St. Katrhein, um den Geistlichen zu holen. Er soll, wie später erzählt wurde, den fast drei Stunden langen Weg hin und her nicht ganz in zwei Stunden zurückgelegt haben. Er kam ganz unmenschlich schnaufend zurück, aber ohne Priester. Der Pfarrer von Katrhein war selber krank. So müsse eilend jemand nach Grieglach. Wieder erbot sich der Lorenz, und so schnell wie er bringe den Geistlichen keiner. Krieglach ist weit. Erst gegen Morgen kam der Junge zurück, wieder allein und ganz trostlos. Der Pfarrer sei nach Graz gereist, und der Kaplan auf einem anderen Verseegange in die hintere Massing, von welchem er erst mittags zurückkehren könne. Dann komme er nach. So kann er auch das nicht haben, jammerten alle. Es hätte sicher doch nur mehr um die letzte Ölung gehandelt. Der Lorenz fand seinen Vater bewegungslos darliegen und schlummern. Das sei das Allerbeste, meinte die Mutter. Und er, der Knabe, solle sich auch niederlegen, sonst werde er ebenfalls krank. Denn die Aufregung, die in dem Jungen war um den Vater, konnte ihr nicht verborgen bleiben. Er legte sich in der Küche hin auf die Bank und schlief ein paar Stunden fest. Eine eigentümliche Unruhe, die sich im Hause erhoben hatte, weckte ihn auf. Hastig, aber leise auftretend, einen Augenblick unter Flüstern beieinander stehen bleibend und dann weiter huschend, waberten die Leute Tür aus und ein, und in der Stube war ein Murmeln, als ob jemand bete. Der Lorenz sprang auf und fragte nach dem Vater. Er ist ein wenig schlechter geworden, berichtete eine Magd, setzte aber, da der Junge vor Schreck aufstöhnte, bei, wird doch wohl wieder besser werden, er ist gleichwohl noch so jung. Als der Lorenz in die Stube kam, knieten sie betend und schluchzend um das Bett herum. Der Vater lag ruhig da, zwischen den aneinandergelegten Händen stand eine rote, brennende Kerze. Es war schon vorbei. Ignaz Rosäcker ist nur 39 Jahre und 10 Monate alt geworden. Er starb am 4. Dezember 1829. Die Trauer um ihn war eine sehr große und allgemeine. Während er aufgebahrt lag, konnte das Haus die Leute kaum fassen, die zu der nächtlichen Leichwache erschienen waren. Auch alle Freunde und Verwandten waren da, vor allem der Baldhauser, der Grabenbauer und der Mirtel. Sie standen zusammen und gelobten, die Witwe Magdalena, auf der nun so große Sorgen lagen, nicht zu verlassen. Die Kinder lagen verweint, im Schlafe noch schluchzend in ihren Bettlein oder standen und lehnten unter den Leuten so herum wie arme Weißlein. Der Knabe Lorenz stand fast immer auf einem Flecke neben der Stubentür und sah auf alles, was jetzt war und im Hause vorging, mit großen Augen hin. Er konnte es nicht fassen, was geschehen war. Und später in seinem Leben tat er noch oft den Ausspruch. Dazu mal, wie mein Vater gestorben, das ist mein härtester Tag gewesen. Die Magdalena trug zur Zeit ein Kind unter dem Herzen. In allem Gewirre stand allein sie aufrecht und ruhig, fast finster da. Sie redete nur mit wenigen, wenige Worte. Wenn man weinend sie tröstete, so schwieg sie. Hatte ein ganz trockenes Auge und ihr plasses Antlitz zeigte einen herben Ausdruck. Sie versorgte das Haus und tat ihre Verrichtungen wie jeden Tag. Manchmal hielt sie inne, als wäre ihr Leib erstarrt und schaute vor sich hin. Dann arbeitete sie wieder. Als in der letzten Nacht der Leichenwache das Totenmahl aufgetragen wurde und die Leute in der Stube halblaut murmelnd bei den Tischen zusammensaßen unter dem matten Scheine eines Taltlichtes, als zur offenen Stubentür vom Vorhause, wo die Ware stand, das Öllichtlein hereinflimmerte, als drei Männer die Leiche hoben und in den Sarg aus weißem Fichtenholze legten, als die Magdalena hin und herging, um noch das Letzte für den Kirchgang zum Begräbnisse zu ordnen, blieb sie auf einmal vor dem Sarge stehen, schaute auf den Toten und rief mit heller Stimme, »Einzig das möchte ich wissen, wer ihn erschlagen hat auf der Fischbacher Alm.« Den Leuten ging der Ruf durch Mark und Bein, der Mirtel legte seinen Löffel weg, gar bange still war es in der Stube, allmählich begannen aber einige zu flüstern, »Es werden ihre heute wohl da sein, die davon wissen!« Weiter sagten sie nichts. Als der Ignaz begraben war, ging die Magdalena heim auf den einsamen Hof und Hub mit ihren Kindern und mit ihrem Gesinde an zu wirtschaften. Ihre Verwandten boten ihr manche Zuhilfe und manchen Rat. Wenn aber ihre Brüder kamen, der Grabenbauer, der Mirtel oder der Schwager Baldhauser, da sagte sie kurz und herb, »Ich brauche nichts!« 14 Jahre lang hatte sie fest und zielbewusst die Herrschaft geführt auf dem Kluppeneggerhofe. Sie war strenge, arbeitsam, sparsam und hob das Waldbauernhaus zu neuer Wohlhabenheit. Endlich war der Lorenz der Älteste so weit, dass er sich wagen wollte, der alternden Mutter die Last abzunehmen. Eine junge Dienstmagd war da, ein armes Dirndl, dessen Eltern mit Kohlenbrennen den dürftigen Unterhalt erwarben. Das Dirndl hieß Maria. Diese Dienstmagd ging der Lorenz sachte an, gern zu haben. Und es soll in diesem Buche erzählt werden, wie er um sie geworben hat. Die Leute redeten hin und her, dass sie so arm sei und von so geringem Stamme, dass er Vermöge seiner Person, seines Hofes und seines Ansehens wohl eine andere Wahl hätte treffen können. Die Mutter Magdalena sagte nichts als das. Wenn sie voneinander nicht lassen könnten, so müsse geheiratet werden. Und also hat der Lorenz Rossäcker die Maria geheiratet. Das war im Jahre 1842, 13 Monate vor meiner Geburt. Der Lorenz war ein Mensch ohne Anmaßung und Hochmut. Doch in wirtschaftlichen Dingen hatte er seinen eigenen Kopf. Von der sanftmütigen Maria steht zu vermuten, dass sie der Schwiegermutter die Herrschaft im Hause nicht streitig gemacht hat. Gegen ihre Enkel, deren sie zwei erlebt hat, war die Magdalena voll von einer Zärtlichkeit, der man sie kaum für fähig gehalten hätte. Nur einmal habe ich das kleine, schon tief gebückte Weiblein herb und unheimlich gesehen. Das war wenige Monate vor ihrem im Jahre 1847 erfolgten Tode. Ich stand mit ihr vor dem Hause an der alten Torsäule, die an ihrem Scheitel schon rissig und zackig war und an welche, die weiß-grauen Flechten wucherten. Da ging am nahen Wege ein Mann mit grauen Bartstoppeln, in Kniehose und mit einer schwarzen Zipfelmütze vorbei. Ich erkannte ihn und rief, Arnel, Arnel, der fetter Mürtel. Da gab die Großmutter mir mit der Faust einen Stoß, dass ich hintaumelte und sprach klingend hart, Still sei, der Mensch geht dich nichts an. Diese Worte habe ich erst verstanden viele Jahre später, als ich selber schon reich an Jahren und Erfahrungen war und als mein Vater Lorenz mir eines Tages unter einem Eschbaume sitzend die Geschichte von meinem Großvater Ignaz erzählt hatte. Ende von Kapitel 1 Teil 1 Kapitel 3 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das Waldbauernbübel von Peter Rosägger vom Urgroßvater, der auf der Tanne saß Eine Rückschau nach der Erzählung meines Vaters An die Felder meines Vaters grenzte der Ebenwald, der sich über Höhen weithin gen Mitternacht erstreckte und dort mit den Hochwaldungen des Heugrabens und des Teufelsteins zusammenhing. Zu meiner Kindeszeit ragte über die Fichten und Lerchenwipfel dieses Waldes das Gerippe einer Tanne empor, auf welcher der Sage nach, vor mehreren hundert Jahren, als der Türke im Lande war, der Halbmond geprankt haben und unter welcher viel Christenblut geflossen sein soll. Mich überkam immer ein Schauern, wenn ich von den Feldern und Weiden aus dieses Tannengerippe sah. Es ragte so hoch über den Wald und streckte seine langen, dürren, wildverworrenen Äste so wüst, gespensterhaft aus, dass es ein unheimlicher Anblick war. Nur an einem einzigen Aste wucherten noch einige dunkelgrüne Nadelballen, über diese ragte der scharfkantige Strunk, auf dem einst der Wipfel gesessen. Den Wipfel mußte der Sturm oder ein Blitzstrahl geknickt haben. Niemand erinnerte sich, ihn auf dem Baume gesehen zu haben. Von der Ferne, wenn ich auf dem Stoppelfelde die Rinder oder die Schafe weidete, sah ich die Tanne gern an. Sie stand in der Sonne rötlich beleuchtet über dem frischgrünen Waldessaume und war klar und rein in die Bläue des Himmels hineingezeichnet. Dagegen stand sie an bewölkten Tagen oder, wenn ein Gewitter heranzog, starr und dunkel da. Und wenn im Walde weit und breit alle Äste fächelten und sich die Wipfel tief neigten vor dem Sturme, so stand sie still, ohne Regung und Bewegung. Wenn sich aber ein Rind in den Wald verlief und ich es zu suchen an der Tanne vorüber mußte, so schlich ich gar angstvoll dahin und dachte an den Halbmond, an das Christenblut und an andere entsetzliche Geschichten, die man von diesem Baume erzählte. Ich wunderte mich aber auch über die Riesigkeit des Stammes, der auf der einen Seite kahl und von vielen Spalten durchfurcht, auf der anderen aber mit rauen, zersprungenen Rinden bedeckt war. Der unterste Teil des Stammes war so dick, daß ihn zwei Männer nicht hätten zu umspannen vermocht. Die ungeheuren Wurzeln, welche zum Teile kahl dalagen, waren ebenso ineinander verschlungen und verknöchert wie das Geäste oben. Man nannte den Baum die Türkentanne oder auch die Graue Tanne. Von einem starrsinnigen oder hochmütigen Menschen sagte man in der Gegend, der tut, wie wenn er die Türkentanne als Hutstreusel hätt. Und heute, da der Baum schon längst zusammengebrochen und vermodert, ist das Sprüchlein in manchem alten Munde noch lebendig. In der Kornernte, wenn die Leute meines Vaters und er voran der Reihe nach am wogenden Getreide standen und die Wellen herausschnitten, mußte ich auf bestimmte Plätze die Garben zusammentragen, wo sie dann zu je zehn in Deckeln zum Trocknen aufgeschöbert wurden. Mir war das nach dem steten Viehhüten ein angenehmes Geschäft, um so mehr, als mir der Altknecht oft zurief, »Trag nur, Bub, und sei fleißig, die Zusammentrager werden reich!« Ans Reichwerden dachte ich nicht, aber das Laufen war lustig. Und so lief ich mit den Garben, bis mein Vater mahnte, »Bub, du rennst ja wie närrisch! Du trittst Halme in den Boden und du beutelst Körner aus! Lass dir Zeit!« Als es aber gegen Abend und in die Dämmerung hineinging, und als sich die Leute immer weiter und weiter in das Feld hineingeschnitten hatten, so daß ich mit meinen Garben weit zurückblieb, begann ich, unruhig zu werden. Besonders kam es mir vor, als fingen dort die Äste der Türkentanne, die in unsicheren Umrissen in den Abendhimmel hineinstand, sich zu regen an. Ich redete mir zwar ein, es sei nicht so und wollte nicht hinsehen, da hüpften meine Äuglein schon wieder hinüber. Endlich, als die Finsternis für das Kornschneiden zu groß wurde, wischten die Leute mit taunassem Grase ihre Sicheln ab und kamen zu mir herüber und halfen mir unter lustigem Sang und Scherz die letzten Garben zusammentragen. Als wir damit fertig waren, gingen die Knechte und Mägde davon, um in Haus und Hof noch die abendlichen Verrichtungen zu tun, ich und mein Vater aber blieben zurück auf dem Kornfelde. Wir schöberten die Garben auf, wobei der Vater diese heimaufwärts einander lehnte und ich sie zusammenhalten musste, bis er aus einer letzten Garbe den Deckel bog und ihn auf den Schober stülpte. Dieses Schöbern war mir in meiner Kindheit die liebste Arbeit. Ich betrachtete dabei die Romstraße am Himmel, die hinschießenden Sternschnuppen und die Johanneswürmchen, die wie Funken um uns herum tanzten, dass ich meinte, die Garben müssten zu brennen anfangen. Dann horchte ich wieder auf das Zirpen der Grillen und ich fühlte den kühlen Tau, der gleich nach Sonnenuntergang die Halme und Gräser und gar auch ein wenig mein Jöpplein befeuchtete. Ich sprach über all das mit meinem Vater, der mir in seiner ruhigen, gemütlichen Weise Auskunft gab und über alles seine Meinung sagte, wozu er jedoch oft bemerkte, dass ich mich nicht darauf verlassen solle, weil er es nicht ganz gewiss wisse. So kurz und ernst mein Vater des Tages in der Arbeit gegen mich gewesen, so heiter, liebevoll und gemütlich war er in solchen Abendstunden. Vor allem half er mir immer meine kleine Jacke anziehen, dass mir nicht kühl werde. Wenn ich ihn mahnte, dass auch er sich den Rock zuknöpfen möge, sagte er stets, Kind, mir ist warm genug. Ich hatte es oft bemerkt, wie er nach dem langen, schwierigen Tagewerk erschöpft war, wie er sich dann für Augenblicke auf eine Garbe niederließ und die Stirne trocknete. Er war durch eine langwierige Krankheit recht erschöpft worden, er wollte aber nie etwas davon merken lassen. Er dachte nicht an sich, er dachte an unsere Mutter, an uns Kinder und an den durch Unglücksfälle herabgekommenen Bauernhof, den er uns retten wollte. Wir sprachen beim Schöbern oft von unserem Hofe, wie er zu meines Großvaters Zeiten gar reich und angesehen gewesen und wie er wieder reich und angesehen werden könne, wenn wir Kinder, einst erwachsen, eifrig und fleißig in der Arbeit sein würden und wenn wir Glück hätten. In solchen Stunden beim Kornschöbern, das oft spät in die Nacht hinein wehrte, sprach mein Vater mit mir auch gern von dem lieben Gott. Er war vollständig ungeschult und kannte keine Buchstaben, so musste denn ich ihm stets erzählen, was ich da und dort von dem lieben Gott schon gehört oder endlich auch gelesen hatte. Besonders wusste ich dem Vater manches zu berichten von der Geburt des Herrn Jesus, wie er in der Krippe eines Stalles lag, wie ihn die Hirten besuchten und mit Lämmern Böcken und anderen Dingern beschenkten, wie er dann groß wurde und Wunder wirkte und wie ihn die Juden peinigten und ans Kreuz schlugen. Gern Gern erzählte wieder weil weil wir wir das schon gewöhnt sind Es wird wohl eine Zeit kommen Vater sagte ich einmal in welcher kein Stern mehr am Himmel steht in jeder Nacht fallen so viele herab Die da herabfallen mein Kind sprach der Vater das sind Menschen Sterne stirbt auf der Erde ein Mensch so fällt vom Himmel so eine Stern Reispe auf die Erden siehst du dort hinter der grauen Tanne ist just wieder eine nieder gegangen Ich schwieg nach diesen Worten eine Weile endlich aber fragte ich warum heißen sie jenen wilden Baum die graue Tanne Vater Mein Vater bog eben einen Deckel ab und als er diesen aufgestülpt hatte sagte er du weißt dass man ihn auch Türkentanne nennt weil der schreckbare Türk einmal seine Mondsichel hat drauf gehangen die graue Tanne heißen sie ihn weil sein Geäste und sein Moos grau ist und weil auf diesem Baume dein Urgroßvater die ersten grauen Haare bekommen hat Mein Urgroßvater wie ist das her gegangen Tja sagte er wir haben hier noch sechs Deckel aufzusetzen und ich will dir die weilen eine Geschichte erzählen die sehr merkwürdig ist und dann hub er an es ist schon länger als achtzig Jahre seitdem dein Urgroßvater meine Großmutter geheiratet hat er war sehr reich und ein schöner Mensch und er hätte die Tochter des angesehensten Bauers zum Weib bekommen können er nahm aber ein armes Mädchen aus der Waldhütten herab das gut und sitzsam gewesen ist von heute in zwei Tagen ist der Vorabend des Festes Marie Himmelfahrt das ist der Jahrestag an welchem dein Urgroßvater zur Werbung in die Waldhütten ging Es mag wohl auch im Korn schneiden gewesen sein Er machte frühzeitig Feierabend weil durch den Ebenwald hinein und bis zur Waldhütten hinauf ein weiter Weg ist Er brachte viel Bewegung mit in die kleine Wohnung Der alte Waldhüter der für die Köhler und Holzleute die Schuhe flickte ihnen zu Zeiten die Sägen und die Beile schärfte und nebenbei Fangschlingen für Raubtiere machte weil es zur selben Zeit in der Gegend noch viele Wölfe gegeben hat Der Waldhütter nun ließ seine Arbeit aus der Hand fallen und sagte zu deinem Urgroßvater Aber Josef das kann doch nicht dein Ernst sein dass du mein Katerl zum Weib haben willst das wäre ja gar aus der Weiß Dein Urgroßvater sagte Ja deswegen bin ich herauf gegangen und wenn mich das Katerl mag und es ihr und euer redlicher Willen daß wir zusammen in den Ehestand treten so machen wir es heut richtig und wir gehen morgen zum Richter und zum Pfarrer und ich lass dem Katerl mein Haus und Hof verschreiben wie es Recht und Brauch ist Das Mädel hatte deinen Urgroßvater lieb und sagte es wolle seine Hausfrau werden Dann verzehrten sie zusammen ein kleines Mal und endlich als es schon zu dunkeln begann trat der junge Bräutigam den Heimweg an er ging über die Wiese die vor der Waldhütten lag auf der aber jetzt schon die großen Bäume stehen er ging über das Geschläge und abwärts durch den Wald und er war freudig er achtete nicht darauf daß es bereits finster geworden war und er achtete nicht auf Wetterleuchten daß zur Abendzeit nach einem schwülen Sommertag nichts Ungewöhnliches ist auf eines aber wurde er aufmerksam er hörte von den gegenüberliegenden Waldungen ein Gebelle er dachte an Wölfe die nicht selten in größeren Rudeln die Wälder durchzogen und heulten er faßte seinen Knotenstock fester und nahm einen schnelleren Schritt dann hörte er wieder nichts als zeitweilig das kreischen eines Nachtvogels und sah nichts als die dunklen Stämme zwischen welche der Fußsteig führte und durch welche von Zeit zu Zeit das Leuchten zuckte plötzlich vernahm er wieder das Heulen aber nun viel näher als das erste Mal er fing zu laufen an er lief was er konnte er hörte keinen Vogel mehr er hörte nur immer das entsetzliche Heulen das ihm auf dem Fuße folgte als er hierauf einmal umsah bemerkte er hinter sich durch das geäst funkelnde Lichter schon hört er das Schnaufen und Lechzen der Raubtiere die ihn verfolgen und denkt es mag sein dass morgen kein Versprechen ist beim Pfarrer da kommt er heraus zur Türkentanne kein anderes Entkommen mehr möglich rasch fasst er den Gedanken und durch einen kühnen Sprung schwingt er sich auf einen Ast die bestien sind schon da einen augenblick stehen sie bewegungslos und lauern sie gewahren ihn auf dem baum sie schnaufen und mehrere setzen die Pfoten an den Stamm dein Urgroßvater klettert weiter hinauf und setzt sich auf einen dicken Ast nun ist er wohl sicher unten heulen sie und scharren an der Rinde es sind ihrer viele ein ganzes Rudel zur Sommerszeit war es doch selten geschehen daß Wölfe einen Menschen anfielen sie mußten gereizt oder von irgendeiner anderen Beute verjagt worden sein dein Urgroßvater saß lange auf dem Ast er hoffte die Tiere würden davon ziehen und sich zerstreuen aber sie umringten die Tanne und schnüffelten und heulten es war längst schon finstere nacht gegen mittag und morgen hin leuchteten alle sterne gegen abend hin aber war es grau und durch dieses grau schossen blitzscheine sonst war es still und regte sich im Walde kein ästchen dein Urgroßvater wußte nun wohl daß er die ganze nacht so würde zubringen müssen er besann sich aber doch ob er nicht Lärm machen und um hilfe rufen sollte er tat es aber die bestien ließen sich nicht verscheuchen kein mensch war in der nähe das haus zu weit entfernt hat damals hat hat die türkentanne unter dem abgerissenen wipfelstrunk wo heute die wenigen reiserbüschel wachsen noch eine dichte krone aus grünenden nadeln da denkt sich dein urgroßvater wenn ich denn schon einmal hier nachtherberge nehmen soll so klimme ich noch weiter hinauf unter die krone er tat und ließ sich oben in einer zweigung nieder da konnte er sich recht gut an die äste lehnen unten ist nach und nach ruhiger aber das wetterleuchten wird stärker und an der abendseite ist ein fernes donnern zu hören wenn ich einen tüchtigen ast bräche und hinab stiege und einen wilden lärm machte und gewaltig um mich schlüge man meint ich müßt den raben äsern entkommen so denkt dein urgroßvater tut's aber nicht er weiß zu viele geschichten wie wölfe trotz alledem menschen zerrissen haben das donnern kommt näher alle sterne sind verloschen es ist finster wie in einem ofen nur unten am fuße des baumes funkeln die augen sterne der raub tiere wenn es blitzt steht wieder der ganze wald da nun beginnt es zu sieden und zu kochen im gewölke wie in tausend kesseln kommt ein fürchterliches gewitter denkt denkt sich dein großvater und verbirgt sich unter die krone so gut er kann der hut ist ihm hinab gefallen und er hört es wie die bestien den filz zerfetzen jetzt ab zuckt strahl über den himmel es ist einen augenblick hell wie zur mittagsstunde dann bricht in den wolken Ein Schnalzen und Krachen los Und weithin Haltes im Gewölke Jetzt ist es still Still in den Wolken Still auf der Erde Nur um einen gegenüberliegenden Wipfel Flattert ein Nachtvogel Aber bald erhebt sich der Sturm Es rauscht in den Bäumen Es tost durch die Äste Eiskalt ist der Wind Dein Urgroßvater Klammert sich fest an das Geäste Jetzt wieder ein Blitz Schwefelgrün ist der Wald Alle Wipfel neigen sich Biegen sich tief Die nächststehenden Bäume schlagen Es ist, als fielen sie heran Aber die Tanne steht starr Und ragt über den ganzen Wald Unten rennen die Raubtiere Wild durcheinander und heulen Plötzlich saust ein Körper durch die Äste Wie ein Steinwurf Da leuchtet es wieder Ein weißer Knollen hüpft auf dem Boden dahin Dann dichte Nacht Es braust, siedet, tost Krachend stürzen Wipfel Ein Ungeheuer Mit weit schlagenden Flügeln Im Augenblicke des Blitzes Gespenstige Schatten werfend Naht in der Luft Stürzt der Tanne zu Und birgt sich gerade über deinem Großvater In die Krone Ein Habicht, Junge, ein Habicht Der auf der Tanne sein Nest gehabt Mein Vater hatte bei dieser Erzählung Keine Garbe angerührt Ich hatte den ruhigen, schlichten Mann Bisher auch nie mit solcher Lebhaftigkeit Sprechen gehört Wie's weiter gewesen Fuhr er fort Ja, nun brach es erst los Das war Donnerschlag auf Donnerschlag Und beim Leuchten War zu sehen Wie glühenden Wurfspießen gleich Eiskörner auf den Wald niedersausten An die Stämme prallten Auf den Boden flogen Und wieder emporsprangen So oft ein Hagelknollen An den Stamm der Tanne schlug Gab es im ganzen Baume Einen hohlen Schall Und über dem Heugraben Gingen Blitze nieder Plötzlich war eine blendende Glut Ein heißer Luftschlag Ein Schmettern Und es loderte eine Fichte Und die Türkentanne stand da Und dein Urgroßvater Saß unter der Krone im Astwerk Die brennende Fichte Warf weithin ihren Schein Und nun war zu sehen Wie ein rötlicher Schleier Lag über dem Walde Wie nach und nach Das Gewebe der kreuzenden Eisstücke Dünner und dünner wurde Und wie viele Wipfel Keine Äste Dafür aber Schrammen hatten Wie endlich der Sturm In einen mäßigen Wind überging Und ein dichter Regen rieselte Die Donner wurden seltener Und dumpfer Und zogen sich gegen Mittag dahin Aber die Blitze Leuchteten noch ununterbrochen Am Fuße des Baumes War kein Heulen Und kein Augenfunkeln mehr Die Raubtiere Waren durch das Wetter Verscheucht worden Also stieg dein Urgroßvater Wieder von Ast zu Ast Bis zum Boden Und er ging heraus Durch den Wald Über die Felder Gegen das Haus Es ist schon nach Mitternacht Als der Bräutigam Zum Hause kommt Und kein Licht In der Stube sieht Wundert er sich Daß in einer solchen Nacht Die Leute ruhig schlafen können Haben aber nicht geschlafen Haben zusammengesessen In der Stube Um ein Kerzenlicht Sie hatten nur die Fenster Mit Brettern verliehnt Weil der Hagel Alle Scheiben Eingeschlagen hatte Bist in der Waldhütten Blieben Sepp Sagte deine Ururgroßmutter Dein Urgroßvater Antwortete Nein Mutter In der Waldhütten Nicht Es war an dem Darauf folgenden Morgen Ein starker Harzduft Gewesen im Walde Die Bäume Haben geblutet Aus vielen Wunden Es war ein Beschwerliches Gehen gewesen Über die Eiskörner Und es war Eine kalte Luft Als sie am Frauentag Alle über die Verheerung Und Zerstörung Hin zur Kirche Gingen Fanden sie Im Walde Unter dem Herabgeschlagenen Reisig und Moos Manchen toten Vogel Und anderes Getier Unter einem Geknickten Wipfel Lag ein toter Wolf Dein Urgroßvater Ist bei diesem Gange Sehr ernst gewesen Da sagt auf einmal Das Katerl Von der Waldhütten Zu ihm Oh du himmlisch Mirakel Sepp Dir wächst ja schon Ein graues Haar Später Hat er alles erzählt Und nun nannten Die Leute den Baum Auf dem er Die selbige Nacht Hat zubringen müssen Die graue Tanne Das ist die Geschichte Wie sie mir mein Vater Eines Abends Beim Kornschöbern Erzählt hat Und wie ich sie später Aus meiner Erinnerung Niedergeschrieben Als wir dann Nach Hause gingen Zur Abendsuppe Und zur Nachtruhe Blickte ich noch hin Auf den Baum Der hoch über dem Wald In den dunklen Abendhimmel Hinein stand Ich war schon erwachsen Da war es in einer Herbstnacht Dass mich mein Vater Aufweckte und sagte Wenn du die graue Tanne Willst brennen sehen So geh vor das Haus Und als ich vor dem Hause stand Da sah ich Über dem Walde Eine hohe Flamme lodern Und aus derselben Qualmte Rauch In den Sternenhimmel auf Wir hörten das Dröhnen Der Flammen Und wir sahen das Niederstürzen Einzelner Äste Dann gingen wir Wieder zu Bette Am Morgen Stand über dem Wald Ein schwarzer Strunk Mit nur wenigen Armen Und hoch am Himmel Kreiste ein Geier Wir wussten nicht Wie sich in der stillen Heiteren Nacht Der Baum entzündete Und wir wissen es Noch heute nicht In der Gegend Ist vieles Über dieses Ereignis Gesprochen worden Und man hat demselben Wunderliches Und Bedeutsames Zugrunde gelegt Noch einige Jahre Starrte der schwarze Strunk Gegen den Himmel Dann brach er Nach und nach Zusammen Und nun Stand nichts mehr Empor über dem Wald Auf dem Stocke Und auf den letzten Resten des Baumes Die langsam in die Erde Sinken Und Vermodern Wächst Moos Ende von Kapitel 3 Kapitel 4 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind Lizenzfrei und In öffentlichem Besitz Weitere Informationen Und Hinweise Zur Beteiligung An diesem Projekt Gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Abai Im Mai 2010 Das Waldbauernbübel Von Peter Rosecker Kapitel 4 Als Großvater Freien ging Eine Rückschau Nach der Erzählung Meines Onkels Franz Beim Kreuzbett auf der Höhe Saßen sie um den großen Tisch herum Fuhrleute von oben und unten Gewerbsleute von Pöllau und Vorrau Holzarbeiter vom Rabenwald und Masenberg Grenzwächter von der ungarischen Markung Mein Großvater, der Waldbauer von Alpel War auch unter ihnen Er war damals eigentlich noch lange nicht mein Großvater Und ihm war sie voll und rund Die Welt Die später jedes Mal ein Loch bekam So oft eines der seinigen nicht bei ihm war So geht's auf der Welt Man meint in jungen Jahren Man hätte es fertig mit allem Und ahnt nicht Welche Herzensgewalten noch in der Zukunft schlummern Und das ich denn erzähle Mein Großvater? Naz? Naz wie er eigentlich hieß? Nein, da ich einmal da bin So will ich ihn doch lieber Großvater heißen Schon in seiner Jugendzeit Mein Großvater also Ging damals gerade im Heiraten um Immer war er auf dem Viehhandel aus Oder im Getreidekauf Oder im Obstmoß suchen Oder im Wallfahrten Oder in diesem und jenem Und keinem Menschen sagte er es Warum er eigentlich wanderte Der hübschen Mägdlein und jungen Witwen Gab es genug im Lande Mancher Bauer sagte Er gebe auch eine gute Aussteuer mit Bevor man noch wusste Dass er eine heiratsfähige Tochter habe Aber mein Großvater war einer von denen Die nach etwas anderem gucken Er hatte den Glauben Für jeden Mann gäbe es nur ein Weib auf der Welt Und es käme für den Heiratslustigen darauf an Dasselbe aus allen anderen lächelnden und winkenden Weibern herauszufinden Er hat nach jahrelanger Suche schließlich die Rechte und Einzige gefunden Aber nicht in der weiten Welt draußen Sondern ganz nahe Zehn Minuten Zeit ab von seinem Vater Hause Dort war sie eines Sonntags im langen Heidelbergkraut herumgegangen Um für ihre Mutter Beeren zu sammeln Das rotwangige Köpfel und vom Busen ein bescheidener Teil ragte hervor Alles andere stark im Kraut Mein Großvater lugte ihr durch das Gezweige des Dickichts zu Sprach sie aber nicht an Und als sie fort war Schlich auch er davon und dachte Jetzt gehe ich morgen noch einmal in die Pöllauer Gegend hinab Und wenn mir keine Gescheite So viel als passende Unterkommt So lasse ich es gut sein und nehme die da So war er noch einmal in der Pöllauer Gegend gewesen Und dort hatte er richtig eine aufgetrieben Die reicher und schöner war als das Mädel im Heidekraut Aber gar zu gern gibig Das freute ihn wohl für den Augenblick Doch ließ er es dabei bewenden Eine häusliche wollte er haben Und er lenkte seine Schritte heimwärts Der Sparsameren zu Und da war es unterwegs Dass er beim Kreuzwirt auf der Höhe einkehrte Er saß anfangs abseits beim Ofenbanktischchen Trank ein Glas Apfelmost Und bis ein Stück schwarzes Brot dazu Seine Gedanken hatte er Wie alle Freiheitsleute Nicht beisammen Seine Ohren nahmen wohl teil An dem lebhaften Gespräch in der gemischten Gesellschaft Die um den großen Tisch herum saß und Wein trank Die Grenzwächter hatten draußen in der Holzhauerhütte Schwer verpönten ungarischen Tabak gefunden Und wollten demnach den Eigner desselben Mit sich fort zum Gerichte führen Da kamen jedoch andere Männer des Waldes herbei Und mit Knütteln stellten sie den Grenzwächtern die Wahl Was ihnen lieber wäre Prügel oder zweimaß beim Kreuzwirt Denn mit dem Schergengeschäft wäre es diesmal nichts Wollten die Überreiter, wie man die Grenzer nannte Sofort zu ihren Gewehren greifen Diese waren aber schon in den Händen der Holzhauer So nachwählten sie von den beiden Dingen Die zweimaß Wein beim Kreuzwirt Nun saßen die Grenzwächter lustig unter den lustigen Zechern Wollten Bruderschaft mit den Waldleuten und Fuhrmännern Und stopften schließlich ihre Pfeifen mit jenem Kabak Den sie in der Holzhauerhütte in Beschlag genommen hatten Zum Kartenspielen kam es Und Silbergeld kollerte auf dem Tisch herum Einer der Holzhauer Ein schielendes, weißhaariges Männlein War nicht glücklich Sein bockledenerer Beutel Der manchen schrillen Fall auf den Tisch getan hatte Der immer tiefer umgestülpt werden musste Bis die dürren, gierigen Finger Auf sein silbernes Eingeweide kamen Der Beutel gab endlich nichts mehr herfür Da zog das Männlein seine Taschnur hervor Wer kauft mir den Knödel ab? Die Uhr ging im Kreis herum Es war ein tüchtiges Zeug Mit drei schweren Silbergehäusen Und einer Schildkrötenschale am Rücken Welche ringsum mit kleinen Silbernieten besetzt war Ein Spindelwerk mit gewaltigem Zifferblatt Auf welchem der Messingzeiger Just die dritte Nachmittagsstunde anzeigte 30 Gulden verlangte der Mann für die Uhr Man lachte ihm hell ins Gesicht Der Eigentümer aber behauptete Was wollt ihr wetten? Ehe der Zeiger auf halb vier steht Ist die Uhr verkauft? Darauf lachten sie noch unbändiger Mein Großvater Der hatte von seiner Ofenbank aus die Sache somit angesehen Diese verkäufliche Uhr mit dem Schildkrötengehäuse Sie machte ihm die Seele heiß So eine Uhr war längst sein Verlangen gewesen Und wenn er nun als Bräutigam eine könnte im Hosenbusen tragen Oder wenn er sie gar der Braut zur Morgengabe spenden möchte Eine Uhr Eine Sackuhr Eine silberne Sackuhr mit Schildkrötengehäuse Soweit kam es, dass mein Großvater aufstand Zum großen Tisch hinging und das Wort sprach Geh, lass mich das Zeug anschauen Hey, du bist ja der Bauer vom Alpel Rief der Holzhauer Na, du kannst leicht ausrucken Und dir darf ich es unter 40 Gulden gar nicht geben Mein Großvater hatte aber nicht viel im Sack Darum sagte er Steine haben wir dies Jahr mehr im Alpel als Geld Was willst denn, Bauer? Hast nicht groß Haus und Grund? Im Haus steht der Tisch zum Essen Aber auf dem Grund wächst lauter Heidekraut Entgegnete mein Großvater Und Korn und Hafer Rief einer drein Wohl, wohl Ein wenig Hafer Sagte mein Großvater Hafer tut's auch Rief der Weißkopf Weißt, Bauer Wenn du einverstanden bist Ich lass dir die Uhr billig Damit bin ich schon einverstanden Antwortete mein Ahn Gut Und sofort riss ihm der Holzhauer die Uhr wieder aus der Hand Wendete sie um Dass das Schildkrötengehäuse nach oben lag Siehst du die Silbernieten da am Rand herum? Sind nicht übel? Entgegnete mein Großvater Übel oder nicht? Rief der schielende Weißkopf Nach diesen Nieten zahlst mir die Uhr Für die erste Niete gibst mir ein Haferkorn Für die zweite gibst mir zwei Haferkörner Für die dritte vier Für die vierte acht Und so verdoppelst mir den Hafer bis zur letzten Niete Und die Uhr gehört dein Mitsamt der Silberkette und dem Frauenthaler, der dran hängt Gilt schon? Lachte mein Großvater Bei sich bedenkend, dass er für eine solche Uhr Eine Handvoll Hafer doch leicht geben könne Der Kreuzwirt hatte im selben Augenblick meinen Großvater noch heimlich in die Seite gestoßen Der aber hielt das für lustige Beistimmung und schlug seine Rechte in die des Alten Es gilt und alle Männer, die beim Tisch sitzen, sind Zeugen Er hatte aber keinen Hafer bei sich Tat nichts Sofort brachte der Kreuzwirt ein Scheffelhafer herbei Um durch zählender Körner, wie mein Ahn meinte, die Rechnung zu bestimmen Sie setzten sich um den Hafer zusammen Mein Großvater, vom frischen Apfelmost im Kopf verwärmt, lachte still in sich hinein Des Gewinnes gewiss freute er sich schon auf die großen Augen, die das Heidelbeermäcklein zur gewichtigen Uhr machen werde Zuerst wurden die Nieten gezählt, die um das Schildkrötenblatt herum liefen Es waren deren gerade siebzig Dann kam es an die Haferkörner Mein Großvater sonderte sie mit den Fingern Der Holzhauer zählte nach Und die anderen überwachten das Geschäft Erste Niete, ein Korn Zweite Niete, zwei Körner Dritte Niete, vier Körner Vierte, acht Körner Fünfte, 16 Sechste, 32 Siebte, 64 Achte, 128 Neunte, 256 Zehnte Niete, 512 Körner Wirtin, den kleinen Schöpflöffel her Das ist gerade ein gestrichener Schöpflöffel voll Mein Großvater schob die Körner mit der Hand hin Macht's weiter, ich seh's schon, es wird schier ein Metzen herauskommen Und die anderen zählten Elfte Niete, zwei Schöpflöffel voll Hafer Zwölfte Niete, vier Löffel voll Dreizehnte, acht Löffel Vierzehnte, 16 Löffel voll Das machte eine Mass Fünfzehnte Niete, zwei Mass Sechzehnte, vier Mass Das ist ein Massl, Scheffel Siebzehnte Niete, zwei Massl Achtzehnte, vier Massl Neunzehnte, acht Massl Zwanzigste Niete, 16 Massl Oder ein Wächt Jetzt tat mein Großvater einen hellen Schrei Die anderen zählten fort und bei der dreißigsten Niete kostete die Uhr über tausend Wächt Hafer Das war mehr als die Jahresernte der ganzen Gemeinde Alpel Jetzt habe ich mein Haus und Grund verspielt, schrie der Freier Sollen wir noch weiterzählen? Fragten die Männer Wie ihr wollt, antwortete mein Großvater mit Stirnaugen Bei der dreißigsten Niete hatten sie eine Million Wächt Hafer Bei der fünfzigsten rief mein Großvater die Hände zusammenschlagend aus Oh du himmlischer Herrgott Jetzt habe ich deinen ganzen Hafer vertan Den du seit der Schöpfung der Welt tust wachsen lassen Sollen wir weiterzählen? Fragten die Männer Nicht nötig Antwortete das weißköpfige Männlein gemessen Das übrige schenke ich ihm Mein Großvater, er erbarmt mir heute noch War blass bis in den Mund hinein Er hatte es in seiner Kindheit schon gehört Die Weltkugel mit allem was auf ihr Drehe sich im Kreise Jetzt fühlte er es deutlich, dass es so war Ihm schwindelte Da geht er ins Heiraten aus und vertut sein ganzes Güttel Alle Rösser auf Erden, rief er Fress nicht so viel Hafer als die lumpigen paar Nieten da in der Uhr Steck sie ein, Bauer, sie gehört ja dein Sagte der alte Waldmann Und zahl den Bettl aus Ihr Leute, lachte mein Großvater Herb Ihr habt mich übertölpelt Du bist auch nicht auf den Kopf gefallen Entgegnete man ihm Du kannst zählen wie jeder andere Wirst jetzt wohl müssen geben, was du hast Schau, die ehrenwerten Zeugen Ja, ja, die ehrenwerten Zeugen Rief mein Ahn Lauter Leute, die geschwärzten Tabakrauchen Sei still, Bauer, flüsterte ihm der Kreuzwirt zu Umliegend ist der Wald Wenn sie dich angehen, ich kann dir nicht helfen Der alte Weißkopf schielte in den wurmstichigen Tisch hinein Er mochte merken, dass für ihn hier eigentlich doch nichts Rechtes herauskam Er sagte daher zu meinem Großvater Weißt, Bauer, du könntest jetzt wohlfeil zu einem Körndl Getreide kommen Ich will Hafer verkaufen Gib mir 30 Gulden für den Ganzen Abgemacht war's Leichten Herzens legte mein Großvater 30 Gulden auf den Spieltisch und eilte davon Im freien Wald sah er auf die Uhr Der Zeiger stand auf halb vier Mein Ahn kehrte heim Warb um das Heidelbeermädchen und verehrte ihm die Uhr zum Brautgeschenk Aber, sagte er Mein Schatz, das nehme ich mir aus Du musst mir für die erste Silberniete da einen Kuss geben Und bei jeder weiteren Niete die Küsse verdoppeln Das arglose Mädchen ging darauf ein Die Leutchen sind alt, sind meine Großeltern geworden Doch starben sie lange, bevor Großmutterseits die Uhr bezahlt war Und wir Nachkommen werden kaum jemals imstande sein Diese ererbte Schuld der Großmutter vollends wettzumachen Ende von Kapitel 4 Kapitel 5 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das Waldbauernbübel von Peter Rosegger Kapitel 5 Die ledernen Brautwerber meines Vaters Da nun noch viel von Vater und Mutter die Rede sein wird So muß vorerst gesagt werden, wie sie es geworden sind Also der junge Lenzel Niemand ging öfter am Alitschhof vorüber als der junge Lenzel Er stieg von seinem Berghause herab ins Tal Diesseits wieder herauf, am Alitschhof vorbei Gegen die Waldhöhe hin Was er auf der Waldhöhe tat, wußte niemand Man sah ihn nur allemal wieder zurückkehren Denselben Weg, am Alitschhof vorbei Der jungen Weitdirn Mirzel, der Kohlenbrennerstochter Die am reine Gras mähte oder im Garten Kohlköpfe abschnitt Fiel es zuerst auf, aber sie sagte nichts Das erste Mal, als sie ihn sah, dachte sie auch nichts und schnitt ihr Gras Das zweite Mal, dachte sie, der muß auf einem Viehhandel umgehen, jetzt Und schnitt ihr Gras Das dritte Mal, als er am Gartenzaun stehen blieb Und eine Weile zuschaute, wie sie den Kohl abhieb, dachte sie Stehen bleibt er Ich tu nix desgleichen Und hieb Kohlköpfe ab Der Lenzel war noch vor keiner so lange stehen geblieben Ob schon nach des Vaters Tod die Mutter gesagt hatte Bub, ich kann's nimmer der machen mit der Wirtschaft Du mußt umschauen Aber bring mir keine Dudel ins Haus Die alleweilen nur ein schönes Gewand anhaben und nix arbeiten will Nun also, die dort im Krautgarten, die arbeitet ja Und Gewand hat's auch kein schönes an Das Köhlerdirndl Das gestrickt Wollenjöppel und das Blauleinwandkitterl Wird's wohl noch klecken Schuh hat's eh keine an Dass sie mit ihrem drallen Barfüßlein dastand Auf der schwarzen Erden Wollte ihm gefallen Aber er sagte nichts Und trottete wieder davon Und dann tat's ihm leid Dass er sie nicht angeredet hatte Das nächste Mal nahm er sich's vor Ging aber wieder unverrichteter Sache vorüber Weil ihm nichts einfiel Ihm war das Anschauen einstweilen ganz und gar genug Aber dass sie denken konnte Der muß ein Tappel sein Weil er nix zu reden weiß Das war's Das nächste Mal ging er am Samstag vorbei Zur Feierabendstunde Und wenn es auch schon finster sein sollte Das macht nix Einfallen tut einem bei der Nacht leichter was Da will er's bei ihr mit dem Fenstern probieren Aber er kam zu früh Es war noch Licht Die Mirzel stand am Brunnen Und scheuerte mit dem Strohwisch Einen Zuber so heftig Dass das Kitterl lustig hin und wieder schlug Und dann ließ sie das kalte Wasser Auf ihre Barfüße rinnen Bis Staub und Erde weggeschwemmt waren Und sie feucht und rosig Dastanden auf dem Brunnenstein Und neben ihr stand der Soldat Der Steinlacher Zenz Der auf Urlaub daheim war Er hatte blaue Hosen Und einen weißen Rock an Und einen schwarzglänzenden Chaco Mit einem goldenen Kaiseradler auf Und am schwarzen Lendenriemen Das Stilett An den Ohren Zwei gefettete Haarsechser geschwungen Und unter der langen Nase Zwei falbe Bartspitzen Mit solch bewaffneter Macht War sie jetzt besetzt Die Dirn Unter drohender Gefahr Eines Belagerungszustandes Der Lenzel stand am Hundskobel Und schäkerte mit dem Kettenhund Dem er die Hand in den Rachen hielt Der darob schrecklich knurrte Mit den langen weißen Zähnen nagte Und doch nicht dreinbiß Aber des Burschen Augen Warn beim Dirndl Wie jetzt der Soldat Mit ihm schäkerte Einen langen Kornhalm Hatte er vom Wege aufgelesen Der Kaiserliche Ihn in den Mund genommen Und beim Plaudern So hin und her bewegt Daß der Halm ein paar Mal In das weiße Rundgesicht Des Dirndls schlug Wie man Fliegen abwehrt So tat sie mit der Hand Und scheuerte wieder an dem Zuber Jetzt wendete der Soldat Den Halm bodenwärts Und hub an Damit an ihren Barfüßen Herum zu gaukeln Das war nicht mehr auszuhalten Der Lenzel ließ Hund Hund sein Trat rasch an den Brunnen Aber der Lenzel blieb stehen Er müsse warten Bis er noch einmal durstig werde Das sei ganz gescheit Antwortete sie Und ob er sich nicht An den Trogrand Niedersetzen wolle Da merkte der Urlauber Daß er seinen Abschied habe Grüßte kaiserlich Und marschierte ab Und nun waren sie allein Der Lenzel und die Mirzel Es dürfte kaum der Mühe wert sein Das Gespräch Zweier blöder Bauernkinder Aufzumerken Solch junge Leute Sind ja sonst Ganz munter und witzig Doch in einer gewissen Standzeit Sind sie äußerst ungeschickt Und befangen Aber die zuckenden Augen Und die errötenden Wangen Plaudern mehr Als sie sollen und wollen Und die Lippen Haben reichlich zu tun Um durch teppische Herumrederei Die Wahrheit zu verleugnen Und das leidenschaftliche Verneinen Ist ein heimliches Bejahen Als der Lenzel nachher davon ging Soll es keinen Erdboden gegeben haben Er schwebte Drei Wochen später War Allerheiligen Da kam in den Alitschhof Ein mit steifem Zuckerhutpapier Eingewickeltes Packel Der Schickbub sagte Für die Weid deren Mürzel Und lief davon Als ob er gejagt würde Die Leute guckten Mürzel, dir soll's gehören Mir soll's gehören Sagte sie Und nahm zagend das Packel in den Arm Trug es in die Kammer Und machte es nicht auf Sie hatte es aufs Fensterbrett gelegt Stand davor Und schaute es an Und den ganzen Nachmittag Dachte sie Was denn da drin sein könne Das blutarme Kind War so reich an diesem Tage Zehnerlei schöne Sachen Dachte sie Jede konnte drinnen sein In dem blauen Papier Hoch hatten ihre Wünsche Sicher nie verstiegen Ein paar Wecken Ein Rockenflax Oder sollte der alte Kohlenbrenner-Vetter Vom Kressbach Wollenstrümpfe schicken Die er selbst so schön strickt Oder gar die Haussteinerin Bei der sie nächst Jahr dienen soll Zucker und Kaffee In Gottes Namen Tun wir halt schauen Am Ende sind's Fichtenzapfen Oder eine andere Fopperei Im blauen Packel waren ein paar Schuhe Ein paar neuer, kohlschwarzer Kalbslederschuhe Mit Ochsensohlen, gezähnten Lascheln und Riemen An den Zehenspitzen hübsch abgehackt Wie die Bezeichnung lautet Man sah unten am Sohlenrand Keinen Pechdraht Wie bei den Grobgnaden Die Naht war inwendig versteckt Bei der Wichtigkeit Die dieses Paar Schuhe für mich hat Habe ich mich neuzeit An einen Schustermeister gewendet Daß er mir die Technik Solch versteckter Nähte erkläre Aber der lachte Da könne er nicht dienen Sohlengenähte Schuhe Seinen längst abgekommen Seit man die Zwecke habe Also wäre mein weiteres Herumfragen zwecklos Das Dirndl war sehr vergnügt Schuhe Buderlweiche Kalblederschuhe Mit Zahnascheln Und Durchgnad Jesseles, die hat mir frei Der lieb Herrgott geschickt Flugs an die Füße damit Für Strümpfeln sind sie gerichtet Haben mal keine So tun mal Strom die Zehen Ist auch schön warm Und nix dabei Kein March und kein Namen Wer's mir nur so gut tut meinen Du Joselmaron Was das für saubere Schuh sein Und gut gehend rein Wie sie etliche Mal im Zimmer Hin und her getrüppelt Streift sie die Schuhe wieder ab Beschaut sie noch einmal Über und über Und wischt mit einem Lappen Etweigen Staub weg Dann stellt sie sie In ihren Gewandkasten Zieht den Schlüssel ab Was sonst nicht der Brauch ist Im Alitschhof Und steckt ein paar Klobige Holzschuhe an die Füße Etliche Wochen später Ist auf dem Hof Des Lenzel Brecheltag gewesen Mit Holzwerkzeugen Brecheln genannt Wird der Jahresbau Des vorher im Dörrofen Getrockneten Flaxes gebrochen Von Spreu und Agen befreit Sodass das gelbliche Weiche Rockenhaar hervorkommt Zu dieser Zeit Pflegt der Bauer Nachbarsleute einzuladen Damit die Arbeit An einem langen Nachmittage Vollzogen werden kann Am Abende darauf Große Mahlzeit Tanz Und andere Lustbarkeit Siehe Volksleben In Steiermark Das Fest der Hausehre Zu diesem Brecheltag Lod der Lenzel Unter andern Auch die Weiddirn Vom Alitschhof Und richtete es so ein Daß ihre beiden Brecheln Nebeneinander standen Vor allem aber War er auf Eins begierig Aber sie hatte Die Holzschuhe an Sie plauderten Nicht viel Selbander Sondern schwangen Ihre Brechelscheiter Über den Flax Aber als es Feierabend Wart und sie Nebeneinander Zum Hause Hingingen Fragte der Lenzel Ruhig Tust Nicht schwer Gehen In deinen Holzschuhen Im Winter Sein's halt Schön warm Im Sommer Trag ich Gar keine Antwortete sie Im Sommer Meinst Und Und Thun dich Nicht immer Einmal Die Halme Stechen Das ist man Schon gewohnt Sagte sie Verstand es nicht Auf was er Angespielt hatte Da fragte er Endlich Zögernd Hast Nicht auch Andere Schuh Ich hätte ein paar Schöne Schuhe Im Kasten Aber die Behalte ich mir Für die Feiertag Tragst du sie Im Winter Da mußt sie Dir nageln Lassen Weißt leicht Daß sie Nicht genagelt Sind Werden E Werden E Wie soll ich Das wissen Die Schuhe Seien mir Geschickt Worden Sagte sie Und Lauerte Ein wenig So Geschickt Worden Von Wem Denn Ja Lenzel Wenn ich Das Grund Herausbringen Will sie Nicht Eher Tragen Bis Ich Weiß Hast Keinen Gedanken Fragte Er Wohl Schon Gehabt Aber Jetzt Wieder Nicht Herum Fragen Mag Ich Nicht Die Hausteinerin Hab ich Einmal Gemeint Die Sagt Nein Der Kressbach Vetter Ist Auch Nicht Wirst Ja Noch Mehr Bekannte Haben Vielleicht Was Sagst Vielleicht Der Urlauber Zenz Flitz Das War Sicherlich Falsch Von Dort Konnte Kein Schuh Kommen Sie Warf Ein Zweites Mal Da War's Noch Dümmer Die Eine Schuhspitze Zeigte Nach Sankt Katrain Die Andere Nach Dem Mürztal Sollten Zwei Spender Aus Verschiedenen Richtungen Zusammengeschossen Haben Aller Guten Dinge Sind Drei Dachte Sie Hub Die Schuhe Auf Und Warf Sie Ein Drittes Mal Über Den Kopf Nach Hinten Diesmal Mit Bedachtsamer Vorsicht Jetzt Hatte Sie Es Beide Schuhe Zeigten Einstimmig Die Richtung Quer Über Das Hochtal Nach Dem Berg Auf Dem Der Hof Des Lenzel Stand Nun Warf Sie Nicht Mehr Nun War's Ihr Recht Sie Nahm Ein Tüchlein Reinigte Die Schuhe Sorgfältig Von Jedem Stäubchen Und Stellte Sie Mit Zärtlichkeit In Den Kasten Dann Legte Sie sich Nieder Und Weinte Die Halbe Nacht Vier Tage Nachher War Christtag Der Lenzel Legte Sein Neues Graues Loden Gewand An Mit Den Grünen Aufschlägen An Kragen An Kragen An Kragen Ärmel Und Setzte Den Schwarzen Hasen Herrinnen Auf Der Breite Schneeweiße Hemdkragen War Von Einem Roten Seidentuch Zusammen Gehalten In Der Weste Hatte Er An Einem Pac Fong Kettlein Hängend Jene Große Taschen Uhr Mit Schildkrot Gehäuse Die Einst Wie Wir Gesehen Haben Der Ahn Josef So Teuer Hat Kaufen Müssen Diese Uhr Zog Er Nun Auf Dem Weg Zur Kirche Mehrmals Heraus Um Ins Glas Zu Gucken Ob Er Wohl Auch Ein So Freundliches Gutes Gesicht Hatte Als Er Heute Haben Wollte Tags Zuvor Hatte Es Geschneit Nun Stieg Hinter Dem Wald Die Rote Sonnenscheibe Groß Herauf Da Die Weite Schneelandschaft Zart Erglühte So Kam Der Lenzel Zur Kirche Dort Drängte Er Sich Mit Anderen Durch Das Rückwärtige Tor Hinein Das Unter Dem Turm Ist Ganz Flüchtig Hatte Er Bemerkt Dass Hinter Ihm Die Merzel Nach Ging Und Dass Sie Am Tor Zurück Blieb Denn Sie Hatte Heute Die Neuen Schuhe An Und Da Wäre Es Gerade Als Trippelten Sie Ihm Dem Spender Nach Das Durfte Nicht So Aussehen So Ging Sie Außen Links Um Die Kirche Das Hatte Er Bemerkt Kehrte Um Und Ging Außen Rechts Um Die Kirche Und Und Draußen Just Hinter Hinter Dem Schiffe Des Hoch Altars Unter Einer Schnee Beschwerten Tanne Haben Sie Sich Begegnet Nach Der Ersten Verwunderung Darob Dass Die Neuen Schuhe Schnur Gerade Zum Spender Zurück Gekehrt Waren Und Nach Dem Schreck Darüber Dass Bei Dieser Rückkehr Sie Selbst In Den Schuhen Steckte Hat Sie Aber Lachen Müssen Während Drinnen Schon Die Orgel Klang Haben Sie Sich Die Hand Gegeben Das Schweigende Versprechen So Haben Ihm Die Schuhe Die Er Ausgesandt Das Weib Zugebracht Ende von Kapitel 5 Kapitel 6 Von Das Wald Bauern Bübel Dies Ist Eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen Sind Lizenzfrei Und In Öffentlichem Besitz Weitere Informationen Und Hinweise Zur Beteiligung An Diesem Projekt Gibt Es Bei LibriVox Punkt Org Das Waldbauern Bübel Von Peter Ros Egger Kapitel 6 Das Fahrende Zechen Zur Zeit Als Mein Großvater Auf dem Waldbauernhofe Saß Saß Auf Einem Der Nächsten Nachbar Höfe Der Bauer Winfred Isidor Bernhard Die Beiden Höfe Lagen Sich Auf Zwei Bergen Gegenüber Und An diesem Tage hub ein scharfes Zechen an. Es war im Spätherbst, am Tage der heiligen Apostel Simon und Judas. Winfried hatte den Rappen zu gefülltem Troge und den Reiter an den eichenen Tisch geführt, der, von eichener Wandbank zur Hälfte umgeben, unverrückbar schwer dastand. Ein grauer Steinkrug kam herbei, dem standen Tröpflein auf seiner Bauchung und dem entströmte ein kühlender Wohlduft. Behutsam, aber kundig des Handgriffs, stellte Winfried den Krug auf den Tisch. »Fetter Wolfgang, ich bring dir's!« »Ich bring dir's wieder, Winfried. Wir haben draußen jetzt so die Welt umgestülpt, und dein Hof, der steht noch fest. So bleib's.« »Ich bring dir's!« Und indem sie nun tranken auf den Bestand des Hofes, fingen sie an, denselben zu versaufen. Draußen im Stalle schlachtete der Knecht einen Schöps, in der Küche bug die Hausfrau Krapfen. Als das Ankunftsmahl in lauter Heiterkeit verzehrt war, begann das große Trinken. Es währte die ganze Nacht. Als der Tag ausging, legte sich der Vetter Wolfgang auf die eine Bank und der Vetter Winfried auf die andere. Und als sie gegen Mittag erwachten, kam ein frischer Krug. »Auf was trinken wir?« fragte Wolfgang. »Gestern haben wir auf deiner Ankunft getrunken und auf meinen Hof,« antwortete der Bauer. »Heute trinken wir auf die Verjagung der Franzen.« Das war angenommen. Am dritten Tage tranken sie auf des Wolfgang Rappen. Am vierten, das war der 31. Oktober, tranken sie auf Martin Luther. Denn der Vetter Wolfgang hatte früher einen Prozess mit dem Pfarrer von Langenwang eines schiefen Pferdehandels wegen gehabt, und zur Rache dafür war er jetzt stocklutherisch geworden. Am fünften Tage tranken sie den Heiligen Gottes einst zu, am nächsten Tage brachten sie es den Seelen im Fegefeuer. An einem weiteren Tage, nachdem nun der wildeste Durst gelöscht war, begann das Kartenspielen. Was der Wolfgang gewann, wurde gemeinsam vertrunken. Da war es am Tage des heiligen Martin, als sich des Pferdehändlers Hosentaschen leer fanden. »So mag's an die Hosen selber gehen.« Der Windfried spielte keck. Sein Weib, das stets den frischen Trunk zu besorgen hatte, konnte ihre Beklommenheit kaum mehr verbergen. Jetzt das letzte Blatt. Ihr Mann hatte des Gastes Hosen gewonnen. Er schenkt sie zurück. »Nein, Spielschulden lässt man sich nicht schenken. Wolfgang reißt die Hose von den Beinen.« Da hub der Windfried gewaltig an zu lachen. Mit beiden Zeigefingern deutete er auf den Gast und lachte, daß er schier unter den Tisch kollerte. Was war's? Ein zweites Beinkleid hatte der Rossehändler an. Ja, das war der erste, der die Unterhosen in unsere Gegend gebracht hatte, nachdem seit der Einführung des Beinkleides unter den Germanen mehr als dreizehundert Jahre verflossen waren, ohne daß ein Paar Hosen nicht genügt hätte. Im Jahre 1860 hat das uralte Männlein noch gelebt, und mein Schneidermeister hat einmal mit leuchtenden Augen auf dasselbe gewiesen, »Schau ihn an, Lehrbub, schau ihn gut an, der hat die Unterhosen ins Land gebracht.« Nun aber wieder zurück zu unserem Eichentisch. Am Kathrinentage, das ist der 25. November, saßen sie noch an demselben und aßen und tranken und spielten und lachten und beide behaupteten, eine so lustige Zeit wie diese sei seit der Welterschaffung noch nicht gewesen. Zu Anfang des Advents, als die beiden Männer einen Tag weniger als fünf Wochen lang gezecht hatten, kam die Hausfrau mit kummervoller Miene zur Tür herein und machte die Mitteilung, daß die Fässer leer seien, daß der Schweinestall leer sei, desgleichen auch die Vorratskammer. »So«, sagte Winfried, »schon leer?« »Das macht nichts«, meinte der Vetter Wolfgang. »So werde ich jetzt zum Nachbar gehen.« »Ich gehe auch mit«, rief der Winfried. »Der Waldbauer da drüben auf dem anderen Berg, der so schlau auf uns herüberschaut, der hat auch Sachen, hat zwei Stadien Holzapfelmost im Keller, langt uns bis über Neujahr. Also auf, Kumpan!« Das Weib des Winfried aber war dem Waldbauer, meinem Großvater, wohlgewogen. Daher lief sie jetzt auf kürzestem Wege zu ihm herüber und sprach, »Nachbar, sperr Tür und Tor zu! Ich vermein dir's gut! Sperr Tür und Tor zu!« »Rucken Franzosen an?« »Deutsche rucken an! Zechen wollen sie bei dir!« »Das ist kein schlechtes Vorhaben«, sagt mein Großvater. »Wie viel sind ihrer?« »O Waldbauer, diese Zecher zählen nicht nach Personen, sie zählen nach Tagen und Wochen. Sie werden nicht vom Fleck gehen, solange noch ein Tröpflein in deinem Keller, ein Krümlein in deiner Kammer ist. Zwei sind ihrer. Mein Haus haben sie aufgefressen. Jetzt heben sie mit deinem an!« sagte mein Großvater. »Wenn das solche sind, dann will ich sie schon begasten. Sie sollen kommen.« Da ritten sie heran, der Wolfgang auf seinem Rappen, der Winfried auf einem alten Klepper, den er sich zum In-die-Kirche-Fahren angeschafft hatte. Mein Großvater erhob ein Freudengeschrei über den seltsamen Besuch. Dann ließ er die Pferde absatteln und zusammen an einen Schlitten spannen, um mit demselben vom Walde Brennholz heimzuführen. Zu den beiden Ankömmlingen sagte er, daß er wohl verhoffe, sie wären zu keinem anderen Zweck in den Waldbauernhof gekommen, als um ihm die Ehre zu erweisen, eine Jause bei ihm einzunehmen. »Das versteht sich!« rief der lustige Winfried. »Du kennst uns. Wir essen, was rar ist, und trinken, was klar ist, so lang, bis es gar ist. Nachher kommst du auch mit uns, Waldbauer, und wir gehen um ein Häusel weiter.« »Nur ist halt jetzt!« sagte der Waldbauer. »Da drinnen in meiner Stube der Tisch noch nicht gedeckt. Die Weilen, daß besorgt wird, seid ihr schon so gut und helft mir auf der Tenne die etlichen Schoberkorn ausdreschen, auf daß ich nachher fertig bin und mich zu euch setzen kann.« dachte der Pferdehändler. »Dreschen? Korn ausdreschen? Dem Waldbauer Korn ausdreschen?« Aber der Winfried Isidor Bernhard sagte, »Es gilt, daß Dreschen macht Appetit.« Und als sie bis zum Abend gedroschen hatten, gingen sie ins Haus und setzten sich zum Nachtmahl. Das bestand aus Milchsuppe, Sauerkraut und Bohnen. Es war sehr gut gekocht. Der Waldbauer machte allerlei Schnurren, um seine werten Gäste zu erheitern, und als die Bohnen verzehrt waren, sagte er, »Mit den Krapfen müßt ihr schon gedulden, bis sie fertig sind.« »Gerne«, antwortete der Pferdehändler, »gerne wollte ich mich gedulden, wenn ich von der Küche herein nur ein klein bissl was prasseln tät hören. Aber in deiner Küche ist es still wie in einer Totenkammer.« »Lass nur Zeit«, sagte der Gastgeber, »s ist halt von der Mühl das Mehl noch nicht da.« »Wann wird's denn kommen, von der Mühl das Mehl?«, fragte der Nachbar Winfried sehr lustig, worauf der Waldbauer noch lustiger zur Antwort gab, »Das Mehl von der Mühl, das ist leicht auszurechnen. Heute haben wir das Korn ausgedroschen, morgen werden wir's sieben, entspreuen, in die Mühl tragen, übermorgen kann's gemahlen werden, und am Tage drauf haben wir unsere Krapfen.« Noch in derselbigen Nacht haben sich die beiden Vettern sein bedankt für die Gastfreundschaft und sind davon geritten. Wie mein Großvater, so hatte es manch anderer gemacht, um den alten Brauch der fahrenden Zecher abzubringen. Es war das doch eine zu merkwürdige Entartung der altdeutschen Gastlichkeit gewesen. Nach Geburts- oder Hochzeitsfeierlichkeiten wurde das Zechen oftmals so lange ausgedehnt, bis alle Vorräte des Festgebers verprasst waren. Dann zogen die Schlemmer weiter zu einem nächsten Hause, das sie gut oder übel neuerdings bewirten mußte. In der Pfarre Fischbach starb ein alter Feldhäusler. Die Leidtragenden versammelten sich zum üblichen Totenmale, allein der Verstorbene war ein armer Schlucker gewesen, und sie wurden nicht satt. Sie verabredeten sich, in den nächsten Bauernhof zu gehen und eine Mahlzeit zu begehren. Es geschah, und als sie hier gegessen hatten, nahmen sie den Gastgeber mit und brachen in einen nächsten Hof ein und aßen und tranken, was da war. So zogen sie von Haus zu Haus und wuchsen immer mehr an, nicht bloß an Gestalt, sondern auch an Zahl, weil sie stets den Gastgeber mit sich nahmen. Vor Weihnachten hatten sie mit ihrer Fahrt begonnen, und als der Winter um war, stand kein Haus in der Pfarre, in welchem sie nicht ihr Totenmal gehalten hätten. Nun waren einige dabei, die wieder von vorne anfangen wollten. Da ließ der Pfarrer Sturm läuten, daß die Rotte erschrocken auseinanderfuhr. In den alten, bösen Zeiten hatte dieses fahrende Zechen und Schwelgen seinen Grund. War heute ein Vorrat im Hause, so holte ihn morgen der Lehnsherr oder eine Räuberbande oder der fahrende Kriegsmann oder gar ein Schwarm von Magyaren, Türken oder Welschen. Da war es doch besser, man setzte sich heute in guter Kameradschaft zusammen und vertat in Saus und Braus, was zu vertun war. Oft mag es wohl auch beim Fürnehmen geblieben sein, so daß der Brauch mehr als Sage, denn als Tatsache umging. Als hernach die Leute frei und die Zustände geordnet wurden, als das, was von dem Fleißigen erworben worden, sein wahrhaftiges Eigentum war, da kam die Sparsamkeit auf. Die lustigen Keuze und Nichtstuer aber wollten von der alten Art nicht lassen, und so kam es, daß sich Reste von dieser Sitte bis in unsere Zeit erstreckten. Bei einem der letzten fahrenden Zechen bin ich, um der Entwicklung der Geschehnisse hier vorzugreifen, selbst dabei gewesen. Unser mehrere Bauernborsche kamen von der Rekrutierung zurück, Mit den Wirtshäusern waren wir fertig und auch mit dem Gelde. Jetzt sprachen wir in einem Bauernhause zu und verlangten zu essen. Es waren nur ein paar Weiber daheim, und die waren froh, sich mit einer Pfanne Eierkuchen loskaufen zu können. Vor einem nächsten Hause, in welchem wir gut gegorenen Apfelmost wußten, begehrten wir mit lautem Geschrei zu trinken, worauf das Hoftor aufging und uns ein gewaltiger Wasserstrahl ins Gesicht sprang, daß wir doch rückwärts taumelten und pudelnass davonliefen. Der Bauer hatte mit seiner Hausfeuerspritze uns den Durst gründlich gelöscht. Bei mir ist dieser seither nicht mehr in dem Maße angewachsen, daß ich nötig gehabt hätte, zur altehrwürdigen Sitte des fahrenden Zechens meine Zuflucht zu nehmen. Ende von Kapitel 6 Kapitel 7 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Waldbauernbübel von Peter Rosegger Kapitel 7 Ums Vaterwort Ich habe im Grunde keine schlechte Erziehung genossen, sondern gar keine. War ich ein braves, frommes, folgsames, anstelliges Kind, so lobten mich meine Eltern. War ich das Gegenteil, so zankten sie mich derb aus. Das Lob tat mir fast alle Zeit wohl und ich hatte dabei das Gefühl, als ob ich in die Länge ginge, weil manche Kinder wie Pflanzen sind, die nur bei Sonnenschein schlank wachsen. Nun war mein Vater aber der Ansicht, daß ich nicht allein in die Länge, sondern auch in die Breite wachsen müsse und dafür sei der Ernst und die Strenge gut. Meine Mutter hatte nichts als Liebe. Liebe braucht keine Rechtfertigung, aber die Mutter sagte, wohlgeartete Kinder würden durch Stränge leicht verdorben. Die Stränge bestärke den in der Jugend stets vorhandenen Trotz, weil sie ihm fort und fort neue Nahrung gebe. Er schlummere zwar lange, so daß es den Anschein habe, die Stränge wirke günstig, aber sei das Kind nur erst erwachsen, dann tyrannisiere es jene, von denen es in seiner Hilflosigkeit selbst tyrannisiert worden sei. Hingegen lege die liebevolle Behandlung den Widerspruchsgeist schon bei Zeiten lahm. Kindesherzen seien wie Wachs, ein Stück Wachs lasse sich nur um die Finger wickeln, wenn es erwärmt sei. Mein Vater war von einer abgrundtiefen Güte, wenn er aber Bosheit witterte oder auch nur Dummheit, da konnte er scharf werden. Es dauerte aber nie lange. Er verstand es nur nicht immer, das rechte Wort zu sagen. Bei all seiner Milde hatte der mit Arbeit und Sorgen beladene Mann ein stilles, ernstes Wesen. Seinen reichen Humor ließ er vor mir erst später spielen, als er vermuten konnte, daß ich genug Mensch geworden sei, um denselben aufzunehmen. In den Jahren, da ich das erste Dutzend Hosen zerriss, gab er sich nicht just viel mit mir ab, außer wenn ich etwas Unbraves angestellt hatte. In diesem Falle ließ er seine Strenge walten. Seine Strenge und meine Strafe bestand gewöhnlich darin, daß er vor mich hintrat und mir mit zornigen Worten meinen Fehler vorhielt und die Strafe andeutete, die ich verdient hätte. Ich hatte mich beim Ausbruche der Erregung allemal vor den Vater hingestellt, war mit niederhängenden Armen wie versteinert vor ihm stehen geblieben und hatte ihm während des heftigen Verweises unverwandt in sein zorniges Angesicht geschaut. Ich bereute in meinem Inneren den Fehler stets, ich hatte das deutliche Gefühl der Schuld, aber ich erinnere mich auch an eine andere Empfindung, die mich bei solchen Strafpredigten überkam. Es war ein eigenartiges Zittern in mir, ein Reiz- und Lustgefühl, wenn das Donnerwetter so recht auf mich niederging. Es kamen mir die Tränen in die Augen, sie rieselten mir über die Wangen, aber ich stand wie ein Bäumlein, schaute den Vater an und hatte ein unerklärliches Wohlgefühl, das in dem Maße wuchs, je länger und je ausdrucksvoller mein Vater vor mir wetterte. Wenn hierauf Wochen vorbeigingen, ohne daß ich etwas heraufbeschwor und mein Vater immer an mir vorüberschritt, als wäre ich gar nicht vorhanden und nichts und nichts zu mir sagte, da begann in mir allmählich wieder der Drang zu erwachen und zu reizen, etwas anzustellen, was den Vater in Zorn bringe. Das geschah nicht, um ihn zu ärgern, denn ich hatte ihn überaus lieb, es geschah gewiß nicht aus Bosheit, sondern aus einem anderen Grunde, dessen ich mir damals nicht bewusst gewesen bin. Da war es einmal am heiligen Christabend. Der Vater hatte den Sommer zuvor in Maria Zell ein schwarzes Kruzifixlein gekauft, an welchem ein aus Blei gegossener Christus und die aus demselben Stoffe gebildeten Martha-Werkzeuge hingen. Dieses Heiligtum war in Verwaltung bis auf den Christabend, an welchem es mein Vater aus seinem Gewandkasten hervornahm und auf das Hausalthärchen stellte. Ich nahm die Stunde wahr, da meine Eltern und die übrigen Leute noch draußen in den Wirtschaftsgebäuden und in der Küche zu schaffen hatten, um das hohe Fest vorzubereiten. Ich nahm das Kruzifixlein mit Gefahr meiner geraden Glieder von der Wand, hockte mich damit in den Ofenwinkel und begann, es zu verderben. Es war mir eine ganz seltsame Lust, als ich mit meinem Taschenfeitel zuerst die Leiter, dann die Zange und den Hammer, hernach den Hahn des Petrus und zuletzt den lieben Christus vom Kreuze löste. Die Teile kamen mir nun getrennt viel interessanter vor als früher im Ganzen. Doch jetzt, da ich fertig war, die Dinge wieder zusammensetzen wollte, aber nicht konnte, fühlte ich in der Brust eine Hitze aufsteigen. Auch meinte ich, es würde mir der Hals zugebunden. Wenn's nur beim Ausschilden bleibt diesmal. Zwar sagte ich mir, das schwarze Kreuz ist jetzt schöner als früher. In der Hohen Wanger Kapelle steht auch ein schwarzes Kreuz, wo nichts dran ist und gehen doch die Leute hin zu beten. Und wer braucht zu Weihnachten einen gekreuzigten Herrgott? Da muss er in der Krippe liegen, sagt der Pfarrer. Und das will ich machen. Ich bog dem bleiernden Christus die Beine krumm und die Arme über die Brust und legte ihn in das Nähkörbchen der Mutter und stellte so mein Kripplein auf den Hausaltar, während ich das Kreuz in dem Stroh des Elternbettes verbarg, nicht bedenkend, dass das Körbchen die Kreuzabnahme verraten müsse. Das Geschick erfüllte sich bald. Die Mutter bemerkte es zuerst, wie närrisch doch heute der Nähkorb zu den heiligen Bildern hinaufkäme. »Wem ist denn das Kruzifixlein da oben im Weg gewesen?« fragte gleichzeitig mein Vater. Ich stand etwas abseits und mir war zumute, wie einem Durstigen, der jetzt starken Mürrenwein zu trinken kriegen sollte. Indes mahnte mich eine absonderliche Beklemmung, jetzt womöglich noch weiter in den Hintergrund zu treten. Mein Vater ging auf mich zu und fragte fast bescheidendlich, ob ich nicht wisse, wo das Kreuz hingekommen sei. Da stellte ich mich schon kerzengerade vor ihn hin und schaute ihm ins Gesicht. Er wiederholte seine Frage. Ich wies mit der Hand gegen das Bettstroh. Es kamen die Tränen, aber ich glaube, dass ich keinen Mundwinkel verzogen habe. Der Vater suchte das Verborgene hervor und war nicht zornig, nur überrascht, als er die Misshandlung des Heiligtums sah. Mein Verlangen nach dem Mürrenwein steigerte sich. Der Vater stellte das kahle Kruzifixlein auf den Tisch. »Nun sehe ich wohl«, sagte er mit aller Gelassenheit und langte seinen Hut vom Nagel. »Nun sehe ich wohl«, »er muß endlich rechtschaffen gestraft werden. Wenn einmal der Christi Herrgott nicht sicher geht, bleib mir in der Stuben, Bub«, fuhr er mich finster an und ging dann zur Tür hinaus. »Spring ihm nach und schau zum Bitten«, rief mir die Mutter zu, »er geht Birkenruten schneiden.« Ich war wie an den Boden geschmiedet. Grässlich klar sah ich, was nun über mich kommen würde, aber ich war außerstande, auch nur einen Schritt zu meiner Abwehr zu machen. Kinder sind in solchen Fällen häufig einer Macht unterworfen, die ich nicht Eigensinn oder Trotz nennen möchte, eher Beharrungszwang, ein Seelenkrampf, der sich am ehesten selbst löst, sobald ihm nichts Anspannendes mehr entgegengestellt wird. Die Mutter ging ihrer Arbeit nach. In der abendlichtdunkelnden Stube stand ich allein und vor mir auf dem Tisch das verstümmelte Kruzifix. Heftig erschrak ich vor jedem Geräusch. Im alten Uhrkasten, der dort an der Wand bis zum Fußboden niederging, rasselte das Gewicht der Schwarzwälder Uhr, welche die fünfte Stunde schlug. Endlich hörte ich draußen auch das Schneeabklopfen von den Schuhen. Es waren des Vaters Tritte. Als er mit dem Birkenzweig in die Stube trat, war ich verschwunden. Er ging in die Küche und fragte mit wild herausgestoßener Stimme, wo der Bub sei. Es begann im Hause ein Suchen. In der Stube wurden das Bett und die Winkel und das Gesiedel durchstöbert. In der Nebenkammer, im Oberboden, hörte ich sie herumgehen. Ich hörte die Befehle, man möge in den Ställen die Futterkrippen und in den Scheunen Heu und Stroh durchforschen. Man möge auch in den Schachen hinausgehen und den Buben nur strax vor den Vater bringen. Diesen Christtag solle er sich für seinen Lebtag merken. Aber sie kehrten unverrichteter Dinge zurück. Zwei Knechte wurden nun in die Nachbarschaft geschickt. Aber meine Mutter rief, wenn der Bub etwa zu einem Nachbar über Feld und Heide gegangen sei, so müsse er ja erfrieren. Es wäre sein Jöpplein und sein Hut in der Stube. Das sei doch ein rechtes Elend mit den Kindern. Sie gingen davon, das Haus wurde fast leer und in der finsteren Stube sah man nichts mehr als die grauen Vierecke der Fenster. Ich stak im Uhrkasten und konnte durch das herzförmige Loch hervorgucken. Durch das Türchen, welches für das Aufziehen des Uhrwerkes angebracht war, hatte ich mich hineingezwängt und innerhalb des Verschlages hinabgelassen, so daß ich nun im Uhrkasten ganz aufrecht stand. Was ich in diesem Verstecke für Angst ausgestanden habe. Daß es kein gutes Ende nehmen konnte, sah ich voraus und daß die von Stunde zu Stunde wachsende Aufregung das Ende von Stunde zu Stunde gefährlicher machen mußte, war mir auch klar. Ich verwünschte den Nähkorb, der mich anfangs verraten hatte. Ich verwünschte das Kruzifixlein. Meine Dummheit zu verwünschen, das vergaß ich. Es gingen Stunden hin, ich blieb in meinem aufrechtstehenden Sarge und schon saß mir der Eisenzapfen des Uhrgewichtes auf dem Scheitel und ich mußte mich womöglich niederducken, sollte das Stehenbleiben der Uhr nicht Anlaß zum Aufziehen derselben und somit zu meiner Entdeckung geben. Denn endlich waren meine Eltern in die Stube gekommen, hatten Licht gemacht und meinetwegen einen Streit begonnen. Ich weiß nirgends mehr zu suchen, hatte mein Vater gesagt und war erschöpft auf einen Stuhl gesunken. Wenn er sich im Wald vergangen hat oder unter dem Schnee liegt, rief die Mutter und erhob ein lautes Klagen. Sei still davon, sagte der Vater, ich mag's nicht hören. Du magst es nicht hören und hast ihn mit deiner Herbheit selber vertrieben. Mit diesem Zweiklein hätte ich ihm kein Bein abgeschlagen, sprach er und ließ die Birkenrute auf den Tisch niederpfeifen. Aber jetzt, wenn ich ihn erwisch, schlage ich einen Zaun stecken an ihm in zwei. Tu es, tu es, leicht tut's ihm nicht mehr weh, sagte die Mutter und begann zu schluchzen. Meinst, du hättest deine Kinder nur zum Zorn auslassen? Da hat der liebherrgott ganz recht, wenn er sie bei Zeiten wieder zu sich nimmt. Kinder muss man lieb haben, wenn etwas aus ihnen werden soll. Hierauf er, wer sagt denn, dass ich den Buben nicht lieb hab? Ins Herz hinein, Gott weiß es. Aber sagen mag ich ihm's nicht, ich mag's nicht und kann's nicht. Ihm selber tut's nicht so weh als mir, wenn ich ihn strafen muss, das weiß ich. Ich gehe noch einmal suchen, sagte die Mutter. Ich will auch nicht da bleiben, sagte er. Du musst mir einen warmen Löffel Suppe essen, es ist Nachtmahlszeit, sagte sie. Ich mag jetzt nicht essen, ich weiß mir keinen anderen Rat, sagte mein Vater, kniete zum Tisch hin und begann still zu beten. Die Mutter ging in die Küche, um zur neuen Suche meine warmen Kleider zusammen zu tragen, für den Fall, als man mich irgendwo halb erfroren finde. In der Stube war's wieder still, und mir in meinem Uhrkasten war's, als müsse mir vor Leid und Pein das Herz platzen. Plötzlich begann mein Vater, aus seinem Gebete kampfhaft aufzuschluchzen. Sein Haupt fiel nieder auf den Arm und die ganze Gestalt bebte. Ich tat einen lauten Schrei. Nach wenigen Sekunden war ich von Vater und Mutter aus dem Gehäuse befreit, lag zu Füßen des Vaters und umklammerte wimmernd seine Knie. Mein Vater, mein Vater, das waren die einzigen Worte, die ich stammeln konnte. Er langte mit seinen beiden Armen nieder und hob mich auf zu seiner Brust und mein Haar ward feucht von seinen Zähren. Mir ist in jenem Augenblicke die Erkenntnis ausgegangen. Ich sah, wie abscheulich es sei, diesen Vater zu reizen. Aber ich fand nun auch, warum ich es getan hatte. Aus Sehnsucht das Vaterantlitz vor mir zu sehen, ihm ins Auge schauen zu können und seine zu mir sprechende Stimme zu hören. Sollte er schon nicht mit mir heiter sein, so wie es andere Leute waren, so wollte ich wenigstens sein zorniges Auge sehen, sein herbes Wort hören. Es durchrieselte mich mit süßer Gewalt, es zog mich zu ihm hin. Es war das Vater Auge das Vater Wort. Kein böser Ruf mehr ist in die heilige Christnacht geklungen und von diesem Tage an ist vieles anders geworden. Mein Vater war seiner Liebe zu mir und meiner Anhänglichkeit an ihn inne geworden und hat mir in Spiel, Arbeit und Erholung wohl viele Stunden sein Liebes Angesicht, sein treues Wort geschenkt, ohne dass ich noch einmal nötig gehabt hätte, es mit List erschleichen zu müssen. Ende von Kapitel Sieben Kapitel Acht von Das Wald Bauernbübel Dies ist ein LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das Waldbauernbübel Erster Band von Waldheimat Erzählungen aus der Jugendzeit von Peter Roserger Kapitel Acht Was bei den Sternen war Selbst der Naturforscher gibt es diesmal zu, was der Poet behauptet, dass nämlich im Waldlande die Sterne heller leuchten als Das macht die reine feuchte Luft sagt der eine, der andere hingegen meint, der Himmelsglaube, der Einschichtbewohner sei Ursache, dass der Sternenhimmel so hell und hold niederfünkte auf den weiten, stillen Wald. hat hat doch meine Ahne zu mir gesagt, als wir noch beisammen auf dem Holzbänklein unter der Tanne gesessen. Du bist mein liebes Kind und jetzt schau zum Himmel hinauf, die Augen Gottes blicken auf uns herab. Ei, freilich, ich konnte mir es wohl denken, einer, der auf das Menschenhaupt die Haare zählt, muss hunderttausend Augen haben. Nun war es aber schön zu sehen, wie mir der liebe Gott mit seinen Augen zublinzelte, als wollte er mir was zu verstehen geben, und ich konnte es doch um alles nicht erraten, was er meinte. Ich nahm mir wohl vor, recht brav zu sein, besonders bei Nacht, wenn Gott da oben seine hunderttausend Augen auftut, und die guten Kinder zählt, und die Bösen sucht und recht scharf anschaut, auf das er sie kennt am jüngsten Tag. Ein andermal saß ich auf dem selben Holzbändchen unter der Tane, an Seite meiner Mutter. Es war bereits späte Abendstunde, und die Mutter sagte zu mir, du bist ein kleiner Mensch, und die kleinen Leute müssen jetzt schon ins Bett gehen. Schau, es ist ja die finstere Nacht, und die Engel zünden schon die Herrgottshaus. Mit solchen Worten ein Kind zur Ruhe bringen? In unseres Herrgottshaus die Lichter, fragte ich, sofort vor den Gegenstand eingenommen. Freilich, sagte die Mutter, jetzt gehen alle Heiligen von der Kirche heim, und im Hause ist eine große Tafel, und da setzen sie sich zusammen und essen und trinken was, und die Engel fliegen geschwind herum und zünden alle Lichter an und den großen Kronleuchter auch, der mitten hängt, und nachher laufen sie zu den Pfeifen und Geigen und machen Musik. Musik, entgegnete ich, in der Anschauung des Bildes versunken, und der Wohlzupfer-Michel ist er auch dabei? Der Wohlzupfer-Michel war ein alter, blinder Mann gewesen, der bei uns Waldbauern das Gnadenbrot genossen und dafür zuweilen Schafwolle gezüpft und gekraut hatte. Wenige Wochen vor diesem Abend Gespräche war er gestorben. Ja, du, besetzte die Mutter auf meine Frage, der Wohlzupfer-Michel sitzt ganz voran bei unserem lieben Herrgott selber, und er ist hoch in Ehren gehalten von allen Heiligen, weil er auf der Welt so arm gewesen und so verachtet und im Elend hat leben müssen, und weil er doch alles so geduldig ertragen hat. Wer gibt ihm denn beim Essen auf den Teller hinaus, war meine weitere Frage. Nun, wer denn, meinte die Mutter, das wird schon sein heiliger Schutzengel tun. So gleich aber setzte sie bei, du, Nerisch, der Michel braucht jetzt ja gar keine Behelfe mehr, im Himmel ist er ja nimmer blind, im Himmel sieht er seinen Vater und seine Mutter, die er auf der Welt niemalen hat gesehen und er sieht den nebenher Gott selber und unsere liebe Frau und alle und zu uns sieht er auch herab. Ja, Freitag, mit dem Michel hat's gar eine glückselige Wendung genommen und hell singen und tanzen wird er bei der himmlischen Musik, weil der heilige David Hafen spielen tut. Tanzen sagte ich nach und suchte mit meinen Augen das Firmament ab. Und jetzt Bübel, geh schlafen, mahnte die Mutter. Wohl machte ich die Einwendung, dass sie im Himmel erst die Lichter angezündet hätten und also gewisslich auch noch nicht schlafen gingen, aber die Mutter versetzte mit entschiedenen Tone, im Himmel könnten sie machen, was sie wollten, und wenn ich sein brav wäre und ging zu Bette und hörte in selbiger Nacht die lieben Englein singen. Wieder ein andermal saß ich mit der Ahne auf dem hölzernen Bank unter den Tannen. Guck, mein Bübel, sagte sie, gegen das funkelnden Firmament weisend, dort über das Haustag hin, das ist dein Stern. Ein helles flimmendes Sternken stand oft und auch heute wieder über dem Giebel des Hauses. Aber dass selbes mein Eigentum wäre, hörte ich nun von der Ahne das erste Mal. Freilich belehrte sie weiter, jeder Mensch hat am Himmel seinen Stern, das ist sein Glückstern oder sein Unglückstern, und wenn ein Mensch stirbt, so fällt sein Stern vom Himmel. Todeserschrocken war ich, als gerade in diesem Augenblicke vor unserer Augen ein Sternschnuppel sank. Wer ist jetzt gestorben, fragte ich, während ich sogleich schaute, ob mein Sternchen wohl noch über dem Dachgiebel stehe. Kind, sagte die alte Ahne, die Welt ist weit, und hätten wir nur Ohren dazu, wir täten Tag und Nacht nichts hören, als toten Glocken klingen. Andel, fragte ich, denn Kinder, die in ihrem Haupt ja so viel Raum für Vorstellungen und Eindrücke haben, sind unermüdlich in Fragen. Andel, wo hast denn du deinen Stern? Mein Kind, antwortete sie, der ist schon völlig im Auslöschen, den sieht man nimmer. Und ist das ein Glückstern gewesen? Da zog sie mich an ihre Brüst und hauchte, wird wohl so sein, du herzlieber Enkel, wird wohl so sein. Ein alter Schuhmacher kam zuweilen in unser Haus, der redete wie ein Heide. Wir Menschen, meinte der alte Schuhmacher, kämen nach dem Tod weder in den Himmel noch in der Hülle, sondern auf einen Stern, wo wir so wie auf dieser Welt wieder geboren würden und je nach Umständen weiterlebten. Das nährigste aber sagte schon der Schulmeistersohn aus Grabenbach, der als Student einmal zu uns kam. Der schwätzte von Bären und Hunden und Wasserschlangen, die da oben am Himmel herumliefen, und ein Widder und ein Wallfisch sei auch dabei, und gar eine Jungfrau wollte er durch sein Augengläser gesehen haben. Dieser Schulmeistersohn war schuld daran, dass mich mein Vater nicht studieren lassen wollte. Wenn sie solche Narrheiten lernen in der Stadt, sagte mein Vater, dass sie auf unseres Herrgotts hohem Firmament lauter wilde Tiere sehen, nachher habe ich genug. Mein Bub, der bleibt daheim. Eine junge Magd hatten wir im Hause. Die war gescheit. Sie hatte einmal was gesagt, was mir heute das Herz noch warm macht. Sie hatte es sicherlich von ihrem alten Ziehvater, der so ein Waldgrüble gewesen war. Der Mann hat etwas Wundersames in seinem Kopf gehabt. Er wäre gern Priester geworden, aber blutarm, wie er war, sind ihm alle Wege dazu verlegt gewesen. Da würde er Kohlen brennen. Ich habe den Alten oft heimlich belauscht, wenn er auf seinem Kohlenmeile stand und Messer las, oder wenn er den Vögen des Waldes vorpredigt. Wie vor einster heiliger Franziskus in der Wüste. Von diesem Mann mag unsere junge Magd das seltsame Wort gehört haben. Der Sternenhimmel da oben, sagte sie einmal, das ist ein großmächtiger Liebesbrief mit goldenen und silbernen Buchstaben. Fürs Erste hat ihn der liebe Herr Gott den Menschen geschrieben, dass sie nicht ganz auf ihn vergessen sollten. Fürs Zweite schreiben ihn die Menschen füreinander. Das ist so, wenn zwei Leute, die sich rechtschaffen lieb haben, weit auseinander müssen, so merken sie sich vorher einen hellen Stern, den sie beide von aller Fremden aussehen können und auf dem ihre Augen zusammenkommen. Das selbige funkelnden Ding dort, setzte die Magd leise und ein wenig Zögen bei, indem sie auf ein glühend Sternlein deutete, das hoch über dem Waldrande stand. Das selbige Ding, das schaut zu dieser jetzigen Stunde auch der Hans an, der weit drin im Welschland ist bei den Soldaten. Ich weiß wohl, er wird mich nicht vergessen. Eines Tages musste ich am Waldrande spätabends noch die Rinde weiden, die tagsüber im Joche gegangen waren. Sonst war in solchen Stunden lieb Anne bei mir, aber die war nun schon seit länger unpaß und musste zu Hause bleiben. Jedoch hatte sie mir versprochen, oftmals vor das Haus heraus zu treten und den Hünnerpfiff zu tun, damit mir in der einschichtigen stillen Nacht nicht zu grauen beginne. Ich stand zagen neben meinen zwei Rindern, die auf der taunassen Wiese eifrig gerasten, aber ich hörte heute keine jenen lustigen Pfiffe, welche meine Ahne mittelste zwei Finger, die sie in den Mund legte, so sein zu machen bestand gewöhnlich zu dem Zwecke, um die Hünner damit zusammenzulocken. Das Haus lag still und traurig oben auf dem Berge. Von der tiefen Schlucht herauf hörte ich das Riesen des Wässerleins, das ich sonst hier noch nie vernommen hatte. Hingegen schwiegen heute die Grillen ganz und gar. Ein Uhu krähte im Walde und erschreckte mich dermaßen, dass ich die Hörner des Rindes erhaschte und dieselben gar nicht mehr loslassen wollte. Der Sternenhimmel hatte heute einen so tiefen Ernst. Mir war, als hörte ich durch die große Stille das Seitenspiel des heiligen Sängers klingen. Siehe, da löste sich plötzlich ein Stern und fiel in einem scharfen Silberfaden, der gerade über unser Haus niederging, von Himmel herab. Mir zuckte es heiß durchs Herz, mir blieb den Atem stehen. Jetzt ist die Anne gestorben, sagte ich endlich laut, das ist ihr Stern gewesen. Ich hob an zu schluchsen. Da hörte ich vom Haus her bereits des Vaters Stimme, ich sollte Eilensheim zutreiben. Bald jagte ich den Hof ein. Das Haus war in allen Fenstern beleuchtet, ein Geräusch und Gepolter war, und Leute eilten hin und her nach allen Ecken und Winken. Geschwind Petele, geh her, rief es mir von der Tür aus zu, und es war die Stimme der Anne. Ich lief in das Haus, was habe ich gehört? Klein Kindes Geschrei. Ein Brüderlein hast gekriegt, rief die Anne, das hat ein Engel vom Himmel gebracht. So war es. Mutter lag schon im Bette und hielt das winzige Kindlein an der Brüst. Ein Engel vom Himmel. Ja, ich habe ihn fliegen gesehen. Andel, sagte ich, es ist doch nicht so, dass Sterne fallen. Lauter Engel sind es, die mit Kindlein niederfliegen vom Himmel. Ich verharre bei diesem Glauben noch heute, da ich vor einer Wege stehe, in der mir selbst ein liebes himmlisches Wunder gegeben ist. Ende von Kapitel 8 Kapitel 9 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Elli Das Waldbauernbübel von Peter Rossecker Kapitel 9 Als ich das Ofenhook hat gewesen Warum es so frostig wird heutzutage? Warum wir gefroren sind? Weil wir keinen ordentlichen Ofen mehr bauen können. Allen Respekt vor den schwedischen und russischen Öfen, vor den Berliner und Meißner Öfen, gar zierlich sind sie und den Zimmerschmuck und alles Mögliche. Aber so recht gemütlich? So recht gemütlich ist nur der große, breite, behäbige Kachelofen mit seinen grünen oder braunen Augenreihen mit seinem Holzgeländer und seiner Ofenbank. Die Ofenbank, wo die Kindheit und das Alter hocken, das Enkelein und die Großmutter und die alten Märchen. Daheim in meinem Vaterhause der Stand seiner. Ganz hinten in der linken Stubenecke, wo es immer etwas dunkel war. Über der breiten Ofenbank, die sich um ihn herumzog, war eine Reihe vierkiger Blattkacheln und darüber in weißem Lehm eingefügt die runden Kacheln mit hervorquellenden Rundungen, in welchen sich die lichten Stubenfenster mit ihren Kreuzen spielten. Der Ofen strebte breit auf und wölbte sich oben in Kacheln sachte zusammen. Wenn man fragte, wie immer jung und frisch in die Stube schaute, umfriedet war er von dem leiterartigen Geländer, an das die Mutter unsere frisch gewaschenen Hemden zum Trocknen hing, denn warm war es bei diesem Ofen immer, selbst im Sommer, wo sonst der Brunnendruck warm und der Ofen kalt zu sein pflegt. Er wurde überhaupt nie kalt und es mochte sein, wie es wollte, es mochte regnen oder Schneien oder Winden, auf der Ofenbank war es immer gut. Und wenn draußen der Sturm toste in den alten Fichten und der Hölzerne Hirsch an der Wand klapperte und die Blitze bläckten, dass die ganzen Berge über dem Graben drüben grün und gelb waren und der Donner schmetterte, als breche schon der Dachstuhl nieder mitsamt dem Giebel und seinen Schwalben Nestern, da dünkte mich die Ofenbank der sicherste Ort, wohin das Verderben so leicht nicht reichen könne. Kurz, die Ofenbank war mir der trautsamste Mittelpunkt des heimantlichen Nestes. Lange Zeit hatte ich mein Bett auf derselben. Ich lag auf der Ofenbank, als ich klein war, dass im Munde noch der Zutzel und zwischen den Beinen noch die Windel stark. Ich lag auf der Ofenbank, als ich so krank war, dass die Mutter mich dem Himmel gelobte, wenn er mich nicht so zeitlich nehme. Das wurde später rückgängig, weil das Geistlich Werden Geld kostete. Ich lag auf der Ofenbank, als ich nicht schwül um mich herum. Es wurde nie kalt und es wurde nie heiß. Und wenn mir einer so einen alten Kachelofen plump und unförmig schimpft, so stelle ich seinem Leben nach. Über den besten Freund unseres Hauses lasse ich nichts kommen. Er gab uns nicht allein Wärme, er gab uns auch Brot. Alle zwei Wochen einmal war Backtag. Man kennt die Stattlichkeit der Brot Leibe bäuerlicher Abkunft. Solche Leibe ihrer vierzehn hatten nebeneinander Raum auf dem glühend heißen Steinboden drinnen. Am Backtag gab es für mich kleinen Buben allemal eine säuerliche Freude, denn bevor das Brot in den Ofen kam, musste ich hinein, aber zum Glück nicht nach dem Feuer, sondern vor dem Selben. Da war es etwas staubig drinnen und russig und ganz finster. Mit einem Besen aus Tannen reisig hatte ich den Steinboden des Ofens auszufiegen, Kohlen und Asche fortzuschaffen, dann die großen Holzscheiter übereinander zu schlichten, die mir die Mark zum Ofenloch hineinsteckte. Ich weiß nicht, ob die Spanier im Mittelalter auch so geschichtet haben. Zuerst eine Brücke geradeaus, darüber eine Brücke in die Quere, dann wieder eine geradeaus und eine in der Quere und so weiter. So baute ich den Scheiterhaufen und so brennt es am besten. Die Scheiter waren über eine Elle lang und als das Gebäude ausgeführt war, fast bis zur Wölbung. Da engte es sich arg und da kroch ich ringsherum zu sehen oder vielmehr zu tasten, ob es gut war, dann wieder zum Loch hinaus. Zum Lohn für solch finstere Taten bekamen wir Kinder jedes ein frisch Einige Mal lieferte uns der Ofen etwas besonders Gutes. Ein strudelartig breit und dünn ausgewalzter Teig wurde in den Ofen geschossen. Nach einiger Zeit kam die Platte heraus, hatte eine bräunliche Farbe und war hart und spröde wie Glas. Schon das war sein zu knuspern. Nun kam aber die Mutter, zerkleinerte mit dem Nudelwalzer knatternd diese Scheibe aus Mehl, trat die Splitter in die Pfanne, wo sie geschmort und geschmalzt wurden. Es war hernach ein Essen. Schmalbrot wurde es genannt. Ich habe diese ganz eigenartig wohlschmeckende Speise sonst nirgends wieder gefunden, möchte aber gern ihren Namen und ihres Namens Ursprung wissen. Einmal, und das ist, was ich eigentlich erzählen will, spielte es sich, als solle in unserem großen Ofen auch Fleisch gebraten werden. So um alle heiligen herum war ein junger schlank gewachsener vagabund zu uns gekommen. Ich weiß nur noch, dass er sehr lange Beine hatte und im Gesicht eine platte Nase und darunter eine Hasenscharte. Er schien so viel als erwachsen, hatte aber das Stimmlein wie ein Knabe, und mit diesem Stimmlein fragte er ganz hell und grell meinen Vater, ob er über den Winter bleiben dürfe. Das ledige Herumzigeunen ist halt nur im Sommer lustig, antwortete ihm mein Vater. Nun, wenn du dreschen willst, so kannst du bleiben. Kost und Liga statt wirst du dir doch verdienen. Der Bursche war nicht blöde und tatgleich, als ob er bei uns zu Hause wäre, und beim Nachmal erzählte er laut, dass er vor kurzem in einer Gegend gewesen sei, wo es ein sehr gutes Essen gab. Das Kraut wäre gezuckert gewesen, der Sterz mit Wein geschmalzen und die Knödel waren durch und schwarz gewesen vor lauter Weinberlen. Darum wurde die Junge ausgelacht und unser Stall Knecht sagte, die Sachen wären hier nicht zu wider, aber anders gemischt müssten sie sein, zum Sterz die Weinberlen, zum Wein der Zucker und zu den Knödeln des Kraut. Herr Nachsag der Kaunigel, so nannte sich der Bursche mit seinem Kinderstimmlein. Er habe auch schon Schwabenkäfer im Buttertunkel gegessen, die seien sehr gut, worauf ihm mein Vater den Rat gab, es solle stille sein. Nach dem Essen, als kaum das letzte Kreuz gemacht war, zog der Kaunigel ein Büschel Spielkarten aus der Hosentasche, mischte es mit kundiger Hand, warf und so schön faunratförmig in der Hand zu halten wusste. Ich wollte schon anbeißen, da fuhr der Vater drein. Weg mit den Karten, morgen ist der Armseelentag, aller Seelen, denkt aufs Beten. Am nächsten Tage, während der Vater in der Kirche war, saßen wir, der Kaunigel und ich, in der Flachskammer und spielten Karten. Ich musste erst die Blätter kennen lernen, verdab alles. Aber Buben, sagte sie, da barmen euch die armen Seelen nicht, dass es so was treibt am heutigen Tag, wir verzogen uns. Aber der Hasenschattige hatte mir schon angetan, er wusste und konnte allzu viele merkwürdige Sachen, die doch ganz verboten waren. An einem der nächsten Tage hockten wir im Heustadel auf dem Futterhaufen und spielten wieder Karten. Ich hatte solche Fortschritte gemacht, dass mir nicht bloß die Figuren, sondern auch schon viele Spiele bekannt waren. So taten wir Zwickeln, Brandeln, Mauscheln, Bettlerstrafen, Königrufen, Grüne Bubensuchen, Pechmandeln, Mariaschen und anderes. Weil kein Tisch war, so legten wir die Karten aufs Knie, zwickten sie zwischen die Beine und der Kaunägel steckte seine Trümpfe sogar einmal in die Hasenschate. Keuchte je links das alte Efall die Leiter heraus. Wir verhielten uns im dunklen Raum Mäuschen still, aber sie hatte uns schon bemerkt. Buben, rief sie, was tut's dem Buben? Beten, gab der Kaunägel zur Antwort. Ja, beten, mit des Teufels Gebetsbuch Geld, rief das Weiblein, ist es nett, dass der Vater das Kartenspielen nicht leiden mag, wird euch schön sauber das Schwarze bei den Füßen packen und in die Hölle hinab schleifen. Somit war's mit dem Spiel wieder aus, in die Hölle hinab schleifen, das wär so etwas. Am nächsten Sonntag machte der Kaunägel den Vorschlag, dass ich mit ihm in den Schachen hinaus ginge, damit wir bei unserer Unterhaltung endlich mal Ruhe hätten, aber es regnete und es schneite und es ging in kalter Wind, also dass ich der Einladung nicht nachkam. Ob ich aus Papier wäre, piepste hierauf der Kaunägel, dass ich fürchten müsse, vom Bisslregen aufgeweicht zu werden und auseinander zu fallen, im Wassergraben habe er seiner Tage am besten geschlafen, und so wie er schwarze Erde mit Brennnesseln esse, wenn er sonst nichts habe, so wolle er sich in Ermangelung seines Bettzeuges nacken den Schnee einwickeln und ich solle liebe in der Mutter ihren Kittel hineinschliefen aber schon an dem selben Nachmittag kam der Kaunägel mit etwas anderem was ich in der Lage war anzunehmen die Stube war besetzt vom Vater der an der Wander etwas zu basteln hatte und von den Knechten die ihre Schuhe nagelten in den übrigen Winkeln des Hauses war es nicht sicher als in den Ofen hinein in dem selben war ein Holzstößlein geschichtet wir gar nicht auf der Welt als in einem großen Kachel Ofen bei Kerzenbeleuchtung brandeln oder zwickeln oder marieschen die rötlich gebrannte Mauer die schwarzen Kachel Hüllen um und über uns wagen und hüteten uns und nun waren wir einmal sicher und konnten fabeln und mauscheln oder was wir wollten bis in die späte Nacht hinein durch die Kacheln von der Stube her hörten wir äußere Ehrlosigkeit geben als Spiel Schulden nicht zahlen lieber Leser so einer bin ich just hatte ich wieder ein schönes Blatt in der Hand zwei Könige zwei Säue den Schnellschneider der Trumpf war da klirrte plötzlich der Blech an den Ofentürdeckel das Licht war sofort ausgeblasen und wir verhielten uns still wie zwei tote Maulwürfe jetzt gescheit was unvorhergesehenes etwas schreckliches vor dem leckten an den Scheitern hinaus ich zwischendurch und mit einem kreischenden Schrei hinaus daß das alte Eferl vor Schreck in den Herdwinkel fiel dem Kaunigel ging's nicht so gut ihm spießten sich die langen Beine und er konnte zwischen Wann und Scheiterstoß nicht sofort heraus der Rauch verschlug den Atem und schon hörte man nichts mehr von ihm der Kaunigel ist drinnen schrie ich wie verzweifelt war wie eine versenkte Raupe und dessen Kleider bereits an mehreren Stellen rauchten zwei Schöpfe fahrenden Wasser goss ihm das Eferl ins Gesicht da wurde der Kaunigel wieder lebendig als jetzt einige Spielkarten zum Vorschein kamen kannte sich das Eferl gleich aus was hab ich denn gesagt Buben so redete sie hab ich nicht gesagt ihr kommt mit dem verflixten Teufelszeug in die Höll im Fegfeuer seid's nur schon gewesen mein vater wollte den burschen davon jagen tat's aber nicht weil der bursche nicht darauf gewartet hat wurde der kaunigel anders zugesprochen das weiß ich nicht jedenfalls konnte er eine neue erfahrung zum besten geben er hatte nicht allein schaben kiefer im buttertunke gegessen im wasser graben geschlafen sich nackend im schnee gewickelt er war von diesem tage an der alte ofen auf lange nicht geheuer mit seinen grünen augen schaute er mich drohend an bübel wirst noch einmal karten spielen wenn die anderen beten erst als ich wieder brav geworden war ganz ordentlich und fleißig blickte mich der ofen neuerdings freundlich an und es war wieder so heimlich bei ihm wie früher später sind die guten augen erblindet dann ist er in sich zusammengesunken wie das Urgroß Mütterlein und heute geht's ihm wie es uns allen ergehen wird nichts mehr übrig als in Häuschen lehm Ende von Kapitel 9 Gelesen von Elli Mai 2010 Kapitel 10 von Das Waldbauenbübel Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind Lizenzfrauen in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung in diesem Projekt gibt es bei LibriVox .org Aufgenommen von Elli Das Waldbauenbübel von Peter Rossecker Kapitel 10 Wie ich dem lieben Herrgott mein Sonntagshirpel schenkte In der Kirche zu Ratten steht links am Hochaltar eine fast lebensgroße Reiterstatue Der Reiter auf dem Pferd ist ein stolzer Kriegsmann mit Helm und Busch und einem kohlschwarzen Schnurrbart Er hat das zwei Zu Füßen des sich baumenden Rosses kaut eine Bettlergestalt in Lumpen Als ich noch so ein nichtiger Knirps war wie einem ordentlichen Menschen kaum zum Hosensack empor geht führte mich meine Mutter gern in diese Kirche In der Nähe der Kirche steht die Marienkapelle die sehr gnadenvoll ist und in welcher meine Mutter gern betete Als oft kein Mensch sonst mehr in der Kapelle war und vom Turm schon die Mittags Glocke in den heißen Sommersonntag hinaus klang kniete die Mutter immer noch in einem der Stühle und klagte Marianne Anliegen Die liebe Frau saß auf dem Altare legte die Hand in den Schoß und bewegte weder den Kopf noch die Augen noch die Hände Ich hielt mich liebe in der großen Kirche auf und sah den schönen Reiter an und einmal als wir auf dem Wege nach Hause waren und mich meine Mutter an der Hand führte und ich immer drei Schritte machen musste so oft sie einen tat warf ich meinen kleinen Kopf auf zu ihrem Angesicht und fragte zu Weg steht denn der Reiterall fort oben auf der Wand und zu Weg reitete er nicht zum Fenster hinaus in die Gasse da antwortete die Mutter weil du so kindische fragen tust und weil es nur ein bildnis ist das bildnis des heiligen martin der ein soldat ein sehr gut tätiger frommer mann gewesen und jetzt im himmel ist und ist das roß auch im himmel fragte ich sobald wir zu einem rechten platz kommen wo wir rasten können so will ich dir vom heiligen martin was erzählen sagte die als wir in den wald hineinkamen wo ein platter moosiger stein lag fand sie gut genug da setzten wir uns nieder die Mutter band das kopftuch fester und war still als habe sie vergessen was sie versprochen ich starrte ihr auf den mund dann guckte ich wieder zwischen den bäumen hin und mir war ein paar mal als hätt ich durch das Gehölzen und schönen reiters man reiten gesehen ja leicht wohl mein bübel begann die Mutter plötzlich allzeit soll man den armen hilfe reichen um gottes willen aber so wie der martin gewesen traben heutzertag nicht viel herleut herum auf dem hohen ross dass im spätherbst der eiskalte wind über unsere schaf heide streicht das weißt wohl hast ihr selber drauf im vorigen jahr schier die tetzel er froren siehst du völlig eine solche heide ist auch gewesen über die der reiters man martin es einmal geritten an einem späten herbst abend steinhart ist der boden gefroren und das klingt ordentlich so oft das ross seinen fuß in die erden setzt die schneeflöckchen tänzeln umher kein einziges vergeht schon will die nacht anbrechen und das ross trabt über die heide und der reiters man sieht seinen weiten mantel zusammen so eng es halt gehen mögen und wie er so hin fährt da sieht er auf einmal ein bettelmännlein kauern auf einem stein das hat nur ein zerrissenes jörpel an und zittert vor kälte und hebt sein betrübtes auge auf zu dem hohen ross hu und wie das der reiter sieht hält sein tier und ruft den bettler nieder ja du lieber man was soll ich dir reichen gold und silber habe ich nicht und mein schwert kannst du nimmer brauchen wie soll ich dir helfen da senkt der bettelmann sein weißes haupt nieder gegen die halbe blöste brust und tut einen seufzer der reiter aber zieht sein schwert zieht seinen mantel von den schultern und schneidet die mitten auseinander den einen teil des kleidungsstückes lässt er hinabfallen zu dem zitternden kreise hab verliebt damit mein notleidender bruder den anderen teil des mantels schlingt er so gut es geht um seinen eigenen leib und reitet davon so hat meine Mutter erzählt und dabei mit ihrem eiskalten herbstabende den schönen hochsommertag so frostig gemacht dass ich mich fast schaudernd an ihr lindes busentuch schmiegte es ist aber noch nicht ganz aus mein kind fuhr die Mutter fort wenn du es nun gleichwohl weißt was der reiter mit dem bettler in der kirche bedeutet so weißt du's noch nicht was weiter geschehen ist wie der reiters mann nachher in der nacht daheim auf seinem harten polst so russam schläft kommt derselbige bettler von der heide zu seinem bett zeigt ihm den mantel teil zeigt so bübel jetzt werden wir wieder anrucken da erhoben wir uns und stiegen den bergwald hinan bis wir heim kamen waren uns zwei bettelleute begegnet ich guckte jedem sehr genau in das gesicht ich habe gemeint es dürfte doch der lieber heiland dahinter stecken gegen abend desselben tages als ich mein sonntagskleidchen des sparsamen vaters wegen schon hatte ablegen sollen und nun wieder in den vielfärbigen werktagshöslein herumlief und hüpfte und nur noch das völlig neue graue jöppel trug das ich nicht ablegen wollen mir noch für den tagesreist erbeten hatte und als die mutter schon lange wieder bei ihrer häuslichen arbeit war reilte ich gegen die scharf heide hinaus ich musste die schäflein worunter auch ein weißes lamm als wenn eigentum war heim in den stall führen wie ich aber so hüpfte und die steinchen schleuderte und damit die goldene abend wolken treffen will sehe ich plötzlich dass dort am fels ein alter weißköpfiger sehr angekleideter man kauert da stehe ich erschrocken still getraue mir keinen schritt mehr zu tun und denke bei mir jetzt das ist aber doch ganz gewiss der lieb heil herr gott ich habe gezittert vor furcht und freude ich habe mir gar nicht zu helfen gewusst wenn es doch der lieb herr gott ist ja da muss eins ihm wohl was geben wenn ich jetzt heimlaufe dass die mutter komme und mir rückwärts und hub an meinem grauen joppel zu zehren es ging nicht leicht es war so fest über dem grobleinen hemde oben und ich wollte das schnaufen verhalten ich meinte der bettelmann sollte mich nicht früher bemerken den gelb angestrichenen taschenseitel hatte ich nagelneu und just scharf geschliffen diesen zog ich aus der tasche das röcklein nahm ich zwischen die notleidender bruder das habe ich im still in gedanken gesagt dann nahm ich meinen teil vom rocke unter den arm lugte noch eine weile dem lieben herrgut zu und jagte dann die schäflein von der heide in der nacht wieder wohlkommen dachte ich und da werden ihn mutter und vater sehen und wir können ihm wie er bei uns bleiben will gleich das hintere stübel und das richte und megt aus ihren nestern hervorgegräht hatte und als draußen im hofe schon der laute werktag anhob kam ein alter man sie hießen ihn den schwamm feitel zu meinem vater und brachte ihm den verschenkten teil von meinem rock und erzählte ich hätte denselben abends zuvor in meinem mutwillen zerschnitten und ihm das eine stück an den kopf geworfen wie er so hinter dem rücken war mir verdächtig vorgekommen und jetzt ging mir schon das gesicht auseinander und weinend rief ich ja vater ich habe gemeint dem lieben herrgott hätte ich gegeben bub du bist aber so ein halbner schrie mein vater für die welt zu dalkat zum sterben zu dumm dir müsst man mit dem besen die seele aus der haut schlagen es war halb spaß gesagt sie gingen beide hinaus in die küche ich denke dort haben sie über die martini geschichte gesprochen sie kamen nach einer weile wieder in die stube der vater sagte sei nur still es geschieht dir nichts und die mutter flüsterte mir zu ist schon recht wenn du das röckl dem lieben herrgott hast geben wollen aber besser ist noch wir geben es dem armen tal michel in jedem armen steckt der liebe gott so jetzt beim bübel hüpf auf und schlüpfe ins hüßlein der vater ist noch nicht allzu weit mit der birken in liesl kapitel zehn aufgenommen von elli april 2010 kapitel elf von das wald baumbübel dies ist eine libravox aufnahme alle libravox aufnahmen sind lizenz frauen den öffentlichen besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei libravox punkt org aufgenommen von elli das wald baumbübel von peter rosecker kapitel elf wie das zicklein starb ein andermal drohte die birken elisle wieder mein vater hatte ein schneeweißes zicklein mein fetter jock hatte einen schneeweißen kopf das zicklein kaute gern an halmen oder erlein zweigen mein fetter gern an seinem kurzen pfeifchen das zicklein hatten wir ich und meine noch jüngeren geschwister unsäglich lieb den vetter jock auch so kamen wir auf den gedanken wir sollten das zicklein und den vetter zusammentun da war es im heumonat daß ich eines sonnenfreudigen tages alle meine geschwister hinauslockte auf den krautacker und dasselbst die frage an sie tat wer von euch hat einen hut der kein loch hat sie untersuchten ihre hüte und hauben aber durch alle schien die sonne nur jackels hut war ohne arg den nahm ich alles in die hand und sagte der vetter heißt jok und morgen ist der jokobitag und jetzt was geben wir ihm zum bindband das weiße zicklein das weiße zicklein gehört dem vater rief das kleine schwesterchen plonele und hört über so ein eigenmächtiges vorhaben deswegen ist es ja daß ich euch den hut hin halte sagte ich fällt euch nicht ein was wir tun müssen du jackerl hast gestern dem knierutscher sepp den kindel verkauft du plonele hast von deinem goden drei groschen zum taub pfennig gekriegt dir mirzahle hat vor zwei tagen der vater ein halter geld geschenkt schau ich lege meine ersparten fünf kreuzer hinein wir müssen zusammen tun dass wir dem vater das zicklein abkaufen mögen und das schenken wir morgen dem vater jok na jetzt halt ich schon her sie guckten eine weile drein dann hoben sie in Taschen zu suchen an da sagte das plonele mein geld hat die mutter und das mir zahle rief verschrocken das meine weiß ich nicht und das jackal schaute auf den boden und murmelte mein sack hat ein loch auf diese weise war mein unternehmen gescheitert nichts desto weniger haben wir das schnee weiße zicklein geherzt es stieg mit den vorderfüßchen an unsere knie empor und guckte uns mit seinen großen eckigen augen schelmisch an als wollte es uns recht spotten dass wir alle mitsammen nicht so viel an vermögen hatten um es kaufen zu können es kicherte und blöckte uns ordentlich aus und dabei sahen wir die schneeweißen zähnlein es war kaum drei monate alt und hatte schon einen bart und ich und das jackal waren schon über sieben jahre hinaus und mussten uns aus grauen baum flächen einen bart ankleben wenn wir einen haben wollten und selbst den fraß das zicklein vom gesicht herab trotzdem hatten wir jedes das vier füßchen viel lieber als das war ja sein eigen sprichwort und so antwortete er rasch freilich ist es wahr vater riefen wir nun alle vier zugleich wie früh müssen wir alltag aufstehen daß er uns das weiße zicklein gibt auf diese geschäftliche wendung schien der vater nicht gefaß gewesen zu sein da er aber von unserem vorhaben dem fetter jok des zicklein zuzueignen hörte so bedingte er ein halbstündchen früher aufzustehen jeden tag und trat uns das liebe tier ab das zicklein gehörte uns wir beschlossen einstimmig schon am nächsten morgen noch vor des fetters aufsteh zeit und das war viel gesagt aus dem nest zu kriechen das zicklein mit einem roten halsband zu versehen und es ans bett des alten jock zu führen ehe dieser noch seinen langen gewalt in die augen dass wir dieselben so gleich wieder schließen mussten bis die mutter mit ihrem kopf durch das fenster verhüllte nun gab es keine ausflucht mehr aber der vetter war längst schon davon mitsamt dem pelz er hatte die schafe und die ziegen auf die talweide getrieben wo er sich stets hütete und den ganzen tag schmunzelnd an seinem pfeifchen kaute und die tiere stappten so emsig an den betauten gräsern und sträuchern und hüpften und scherzten so lustig auf der weide es war auch das zicklen dabei und hat dem vetter jogg denn niemand gesagt dass heute sein namenstag ist zu jener zeit von der ich rede sind die feuer speierenden streichhölzer noch nicht erfunden gewesen da zumal war das liebe feuer ein rares ding man konnte es nicht bequem mit im sacke tragen wie heute ohne sich das beinkle zu verbrennen es musste mit harten schlägen aus steinen heraus getrieben werden es musste kaum geboren mit zunder gefüttert werden und bedurfte langer zeit dass es sich in demselben so weit kräftigte dass es ein gröberes köder anbiss und flüge werde das feuer musste zum dienste des menschen jedes mal förmlich erzogen werden das war ein mühsam und heikel stück arbeit beim feuermachen konnte meine sonst zu milde mutter unwirsch werden die glut des abends noch so sorgsam in der herdgrube verwahrt war des morgens zum meister loschen was sich die mutter auch mühte den funken in der asche wieder anzublasen all vergebens das feuer war gestorben sollte so auch am morgen des vetters namenstag wir hatten draußen in der küche wohl eine weile des pfauchen und feuerschlangen gehört dann aber rief die mutter plötzlich aus sie ist gar umsonst sie ist wie wenn der bösfeind in die herdgruben hätte gespuckt und der stein hat keinen funken feuer mehr in sich und der schwamm ist feucht und die leut warten auf die suppen dann kam gebet ruck dass wir nachher die suppen kriegen ich hatte mein weißes linnenhöschen gleich an und wie ich war barfuß barhaupt nahm ich den runden recht gewichtigen brotlep unter den arm und lief gegen das knierutscher haus du sonnenschein sagte ich unterwegs schäm dich du kannst nicht einmal die suppe kochen jetzt muss ich zu der knierutscherin um feuer gehen aber warte nur wird bald lustig sein auf unserem herd die flammen werden hüpfen über das holz die mauer wird rot sein die töpfe werden brodeln der rauch wird unter dem feuerhut hinaussprudeln und wird dich verdecken recht hat er wenn er dich verdeckt dann essen wir die suppen und den sterz im schatten und den eierkuchen auch der heut für den fette gebacken wird und du als gedrechselt worden man lässt bei mir daheim das brot hier an alt gebacken werden es langt auf diese weise doppelt aus aber es muss zur essens zeit zuweilen mit eisenschlägeln zertrümmert werden aber weil denn mein leib gar so kugelrund war wie nicht leicht etwas runderes mehr zu finden ist so ließ ich ihn los über die lehne lief ihm behende vor spielte mir mein brot leib jährlings den streich und huschte mir wie der wind zwischen den beinen durch und davon er eilt und hüpft hinab viel schneller wie ein reh vor dem jagdhunde er fährt über den hang setzt hoch über den rein in die talweide hinab wo er meinen augen entschwindet bin da gestanden wie ein klotz und hab gemeint ich müßt unvollen was willst denn petal fragte die knierutscherin freundlich bei uns stotterte ich ist das feuer ausgegangen wir mögen uns nichts kochen und so lässt die mutter schön bitten um ein hefel klot und sie täte schön fleißig wieder zurückstellen ihr nährlein ihr wer wird denn so ein paar kohlen zurückstellen rief die knierutscherin und schürte mit der feuerzange die klot in einen alten topf da seh ich las deiner mutter sagen sie soll nur schön anheizen und dir einen recht guten sterz kochen aber schau petal daß dir der wind nicht hineinbläst sonst trägt er die funken aufs dach hinaus so jetzt geh nur in gottes namen so gütig war sie mit mir und ich hatte ihr den brot leib verscherzt des drückt mich das gewissen heute noch hart als rief die mutter als ich eintrat dabei wirtete sie um das lustige herz feuer rum und sah mich gar nicht an meine kaum begnisternden kohlen waren armselig gegen dieses feuer ich stellte den topf betrübt in den winkel des herzes und schlief davon ich war viel zu lange ausgewiesen da war zum glück der vetter jock von der tal weide heim gekommen und der hatte ein brennglas das er in die sonne über den zunder hielt bis dasselbe glimmte und jetzt war mir die verlästerte sonne doch noch zuvor gekommen mit dem suppenfeuer ich war sehr beschämt und vermag es heute noch nicht der wohltäterin offen ins angesicht zu blicken ich schlich in die vorlauben dort sah ich den fetter kauern in seinem langen rot verblünten belz mit seinem grauen haupt und als ich näher kam da sah ich warum er hier so kauerte das schneeweiße zicklein lag vor ihm streckte seinen kopf und seine füße von sich und der fetter jock zog ihm die haut ab sogleich hob ich laut zu weinen an der fetter erhob sich nahm mich bei der hand und sagte da liegt es und schaut dich an und das zicklein starrte mir mit seinen verglasten Augen wirklich schnurgerade in das Gesicht und doch war es tot petal lispelte der fetter ernsthaft die mutter hat der knierutscher in einen brodleb geschickt ja schluchzte ich und der ist mir davon gegangen hinab über die lenden weil du es eingestehst bübel sagte der fetter jock so will ich die sache schon machen dass steckt dahinter dein brodleib ist hier in den lüften daher gekommen nieder über den rhein an mir vorbei dem zicklein zu hat es just am kopf getroffen ist das dingel hingetorkelt und gleich maus tot gewesen aber fürchte ich nicht es bleibt beim stein mit der knierutscherin werde ich es auch abmachen und jetzt still bübel und zehr mir das gesicht nicht zu garstig auseinander auf die nacht essen wir das tierlein und die mutter kocht uns eine kreinsuppe dazu so ist das zicklein gestorben meine geschwister erzählten mir ein böser stein habe es erschlagen die mutter hatte mir zuliebe die kohlen zum herdfeuer geschüttet und bei diesem feuer wurde das zicklein gebraten dem fetter jock war es vermeint gewesen nun sollte er davon den braten haben aber er rief uns alle zu tisch und legte uns den besten bissen vor mir hat der meine nicht gemundet am anderen morgen bewaffnete sich das jackal mit einem kittel ging damit dem fetter nach auf die talweide und wollte den stein sehen der das zicklein erschlug kind sagte der fetter jock und kaut angelegentlich am pfeifchen der ist weiter gekugelt über den rinnt das wasser der gute alte mann was half dem blauschen mir auf dem herzen lag der stein der das zicklein erschlagen Ende von Kapitel 11 gelesen von Elli Mai 2010 Kapitel 12 von der Waldbaumbübel Dies ist eine LibroVox Aufnahme Alle LibroVox Aufnahmen sind lizenzfrei an den öffentlichen Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org Aufgenommen von Elli Das Waldbaumbübel von Peter Rosecker Kapitel 12 von meiner Blinden Führerin Die kleine Jula gehörte zu jenen Kindern die keinen Vater haben weil es für sie sündhaft wäre einen zu haben Mutter hatte sie gerade so viel als unerlässlich nötig ist um geboren werden zu können Das war in der Gemeinde Petrol Eine Bauer Knechtin hat mit harten Kräften zu tun sich selbst zu Arzen und zu bedecken so sagte die Magd kaum sie vom Bette aufgestanden war zu ihrem Dienstherrn mein Rüsenbauer baue mir drei Staffel in den Himmel und nehme das kleine ab dachte sich der Rüsenbauer das wäre nicht dumm drei Staffel in den Himmel und nach etlichen Jahren eine brauchbare Halter dir und nach eine eigene Knechtin die im Haus das unhandsamste verrichtet und nicht viel kostet aber der Bauer tröstete sie geh nur geh mach kein Wasser an schaust dir doch wieder um ein anderes die Knechtin ging und sah nicht mehr um und starb noch kurzer Zeit die Jula wuchs heran und war eine brauchbare Halter und wurde eine willige Magd die im Haus das unhandsamste mit Geduld verrichtete in jedem ordentlichen Hof muss ein Hof sein will das witzigste sich dazu nicht hergeben so muss der einfältigste dran die Jula war die gläubige Einfalt die alles für bare Münze nahm was klingelte den Sommer ihres neunzehnten Lebensjahres verbrachte sie mit Träumen es war sonst nicht ihrer Art tatenlos dazustehen und in die Luft hinein zu starren aber in diesem Sommer tat sie es und im Herbst war wieder kein Vater da aber die junge Mutter preisste ihr Wunder umso stürmischer an die Brust ihr eindringlicher Manier rät es in fremde Hände zu geben zur selben Zeit traf sie ein Geschick das ganz unvermittelt dasteht wie das Ereignis einer stümperhaften Erzählung oder wie eine schlechte Laune des Himmels zu mir ist nichts davon sonst gekommen als was die Jula später oft und oft erzählt hat sie zog am Morgen mit dem Graskorbe hinaus auf die Wiese und mädte und rächte das Futter zu einer Schichte und als die Sonne ausgeht bleibt sie ein wenig stehen stützt sich auf den Rechen schaut hin und denkt wie doch die Sonne schön ist wie sie sich wieder zu ihrer Arbeit wendet sieht sie kein Futter mehr keine Wiese sieht den Rechen nicht den den in der überhaupt nicht da ruft sie nach den Leuten dort vor dem Hause steht die Bauerin die Hörz kommt etliche Schritte herbei und frägt was denn das heute für ein Geschrei wäre beim Futter mähen du Bauerin sagt Jula ich weiß nicht was das ist ich sehe auf einmal nichts so wirst halt blind geworden sein meint die Bauerin Jesus Maria doch das nicht schreit die Jula reibt sich mit Angst und Bacht an den Augen nein ich sehe ja alles ich sehe ja alles aber sie tastete herum und stolperte endlich über die Sense daß sie sich blutig schnitt endlich kamen Leute herbei und führten sie und sagten es hätte schier den Anschein als sie blind geworden wäre nein rief sie blind weil ihr nährisch seid wie kund ich denn blind werden zu mein Kind fühlt es mich geschwind und führte sie in die Kammer sie tastete nach dem knäblein sie riß es von seinem Nestchen empor und vor ihr Auge und jetzt sah sie den schrei blind stockblind und stürzte vor dem Bett aufs Knie nun erst als sie ihr eigenes Kind nicht mehr sehen konnte wusste sie es glaubte sie es sie war blind und sie blieb von diesem Tage am blind und sie lebte augenlos noch 63 Jahre lang gesagt musste was werden und so sagten die leute es wäre halt im blut gelegen und schwache Augen hätte sie immer gehabt anfangs mögen die quachshalb und kurpfuscher gekommen sein mit ihren schmieren und pflastern tropfen laxieren all jenen übeln die dem kranken nachdem ihm sein leiden vom himmel gesandt ist vom teufel spendiert werden dann mag ohne dass an einen arzt an eine augenheilandstahl gedacht wurde das bestreben zu helfen erlarmt sein und man hat der armin gesagt wenn es der liebhergut so haben will so ist kein anderes mittel als wie geduldig leiden und zu diesem mittel hat sich die jula bequemt weniger geduld hatten andere leute welche wohl sehen konnten aber allzu schwarz sahen das die blinde nun in die gemeinde alpel zuständig sei so wurde sie von ihrem kind weg geführt und in unsere waldgemeinde eingelegt hier sollte sie als einlegerin von haus zu haus wandern und in jedem eine bestimmte anzahl von tagen oder wochen behalten und pflegt werden in mein vater haus kam sie von einem boten des nachbarn begleitet die erste zeit des jahres zweimal und wir hatten sie jedes mal zwei wochen lang zu behalten sie hatte einen buckelkorb in welchem sich ihre habseligkeiten befanden und den sie nie vom boten tragen ließ sondern auch dann noch selbst schleppte als sie schon gar alt und mühselig geworden war ferner besaß sie einen handstock der im griff knorpel ein riem lein hatte den sie außer haus immer und überall bei sich trug den sie zur nacht zeit neben ihrem bett mit ängstlicher sorgfalt aufbewahrte und der wirklich mehr gutes getan hatte als hier ein mensch auf dieser erde dann hatte sie in ihrem miederstecken einen blechlöffel bei dem die verzähnung schon fast weg gegessen war und überall die schwarzen stellen hervorschauten was man ihr vorsetzte das sie nur mit diesem löffel endlich besaß sie ein ledernes geldtäschchen in welchem sich stets wenn irgendwo eine not war was vorfand denn der ehrwürdigen kirche zu krieglach steht der steinende opferstock für die armen der war kreuz und quer mit eisen beschlagen ist nicht umsonst etliche mal des jahres brachte der richter vom alp aus diesem steinenden behälter geld in die waldgemeinde und verteilte es dort unter die armen jule fleißig brav brav nur gar selten zu allen heiligen zeiten einmal wie die bauern sagen setzte der richter noch bei schau ich hab was für dich jule da lang her so heb es gut auf da tat sie dann jedes mal bitten nur keine sechser net alles kreuz ihr sind mir lieber recht vor geld zu gott will schon fleißig beten mancher bettelmann hat erfahren warum die kreuzer lieber waren als für das große geld ihr war um so austeilen zu tun beten sah man die jule übrigens seltener als man glaubt dass ein mensch der so ganz auf den himmel angewiesen ist sollte im gegenteil wenn wir unseren festtagen etwas eingehend mit dem rosenkranz abgaben hörte ich sie nicht selten den knieschimmel rücken und ein wenig dabei brummen und war sie die örtlichkeit einmal gewohnt so waren ihre verrichtungen von wirklichem belange sie hackte streu sie wiegte die kinder ja sie molks gar die kühe und wenn es ihr gelang ihre arbeit und zu 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 bauers und bäuerin zu machen so wuchs sie eifer und ihre freude und sie vergaß dass sie blind war der stern ihres auges war grau sie die mutter aber wie vor eh und jä an ihre arbeit im haus und feld gebunden die großmutter schon auf den frithof getragen worden war da wurde die blinde jula unsere wärterin und hüterin ja gewissermaßen unsere erzieherin eine treue und verlässliche führerin die blinde jula dazumal war sie schon hoch in den vierzigern heute weiß ich es dass ihr gar klein die enkel lassen die gräsen sie lassen die gräsen sie lassen die fragen ob du willst zu einer im himmel ein fahren und was war das für eine lust wenn sie uns auf dem knie hopste hopp 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 reit man im galopp so reiten klar kinderlein solange sie noch winzig seien wenn sie nachher größer wären reiten sie wie die hohen herren reiten wie die bauerndrein hopp 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 das wird lustig sein und mit jedem wort der heftiger wurde das hopsen so dass wir kleinen reiter oft hoch in die luft flogen und vor lauter lust ein mächtiges geschrei erhoben ganz grauenvoll wurde es uns wenn sie sang der ist anor und das ist nicht gut der sie die Hosen weg beißt und steckt sie auf dem hort so lange wehrte es freilich nicht so hatten es auch wir kinder rein dass der liebe gott julia nur erschaffen habe auf das die leute ihre narretäne auf ihr treiben könnten so hockte ich ihr gerne am nacken und was sie auch anfangen thron und bitten mochte sie brachte mich nicht herab ich sang reiten sie wie die bauern drein hopp 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 das wird lustig sein und ritt sie zum erbarmen war ich endlich herunter und sie erwischte mich beim rockflügel und es gelang mir nicht huschend das röcklein rechtzeitig im stiche zu lassen dann machte sie haarsträubende anstalten zum prügeln und rief im entscheidenden moment für diesmal sollst dir noch geschenkt sein du unhold auch wenn du es mir noch machst nachher ich duckte mich und war stets zu dreist zu fragen was denn nachher wirst schon sehen wie spekulierte sie schlecht die neugierde was eigentlich nachher sein werde war nicht die letzte ursache dass ich ein nächstes mal wieder schabernack mit ihr trieb da sind mir endlich einmal die augen geöffnet worden die jula hielt viel auf hohe festtage nicht etwa weil es da schmaus gab diesen religiösen grund der bäuerlichen festfreude schien sie nicht zu kennen sondern weil sie sich wirklich in eine weihvolle stimmung zu versetzen wusste die ihr wohltat besonders das weihnachtsfest wo das kind mitspielte ist das weib gewonnen umso mehr wenn das kind der leibliche sohn des himmlischen vaters ist der da geboren wird um die welt zu erlösen sie die bettelarme stockblinde mag die für sich keine freude hatte auf erden und keinen freund der man einst das kind weg von der mutter brust nahm die keine erinnerung hegen konnte an schöne jugend zeiten und keine hoffnung an einen besseren tag sie konnte es fühlen zutiefst dass die welt erlöst ist sie die lichtloseste war dem bewusst sein dem lieben jesukindlein in der krippe durch ihren ungezählten vater und seine freude zu machen in einer solchen christnacht gingen wir zur kirche nach st katrain am haunstein nur der knecht michael und kittel die magd und die jula blieben daheim um das haus zu hüten um vier morgens kamen wir zurück alle schlief und wir begaben uns auch zur ruhe aber schon nach kurzer zeit wurden wir wieder aufgeschreckt der nachbar thomas der zeit richter war schlug an die haustür und schrie wir sollen aufmachen als er vor meinem vater in der stube stand sagte er schneidig nachbar ich muss dich schon fragen was mit der einlegerin geschehen ist die jula mensz versetzte mein vater was wird mit ihr geschehen sein verhoffst vater an das möchte man nicht glauben dass bei dir ein armer mensch so schlecht aufgehoben wäre kannst lange suchen in deinem haus wirst sie nicht finden du erschreckst mich nachbar wird doch nichts geschehen sein was geschehen ist frage ich ich sagte der nachbar und fuhr fort ich erzähle was ich weiß wie ich vorher von der kirche heim gegen mein haus hinauf gehe höre beruft muß doch schauen gehen was das zu bedeuten hat warte im schnee in die schlucht hinab und finde mitten im dickicht und eis wen denn dieselbige die du da im bett gesucht hast wie sie mich wahrnimmt hebt sie gottes erbärmlich an zu weinen und sagt nur zu tausend gottes willen nimm mich in dein haus sonst hab ich von ihr nichts heraus ausgebracht gezockt sie in meiner stube beim ofen sie ist halber froren und ich möcht nun wissen nachbar was es bei euch gegeben hat mein vater pochte den knecht michael wach und fuhr ihn an was in dieser nacht während wir in der kirche waren daheim geschehen sei daheim leilte der schlaftrunkene knecht schreiste ein sonärisch am bauer was wird denn geschehen sein wo ist die jula die blinde fragte knecht entgegen und wurde geschmeidiger sollte die noch nicht da sein weil der patsch gar keinen spaß nicht versteht und weiteres war nicht von michael heraus zu bringen die jula hingegen erzählte unter film schluchzen dass sie in einem hause wo ich in der christ noch zu sünd oft her gehe nicht habe bleiben können man möge michael und die kittl noch fragen was sie für einen sauberen psalter gebetet hätten die zwei würden gemeint haben die blinde sehe nichts aber sie hätte es gehört und als sie mit schrecken die beiden ohren zugehalten da hätte es inwendig gestoßen just als wie der böse feind nicht weit weg gewesen wäre sie hätte dann den kopf in ihre bettdeck gegraben und beten wollen aber der michael wäre gekommen und hätte die decke über das haupt geworfen und hätte gesagt sie wäre in ihrer jungen zeit selber nicht besser gewesen weil sie darüber hart aufbegeert habe und auseinander gesetzt das gernhaben und schabernack treiben in der heiligen nacht gerade dem herrgut zum trotz seit zweit so hätten der michael und die magde ihren strohwisch um den kopf gewunden und sie so lange verhöhnt bis sie davon sei gegangen in die nacht hinaus und über die felder hin und sich dann in die schlucht arghabe verstiegen mein vater führte die blinde jula mit gütigen worten in unser haus zurück und zum knecht und zur magd sagt ihr dass ihr es wisst in acht tagen ist das jahr aus der knecht brummt etwas und die kettel hob zu klagen an sie die fleißige und arbeitskräftige würde doch dieser alten bettelhaften person wegen nicht ihren platz verlieren totieren sagte mein vater gespannt züngt mich nicht an ich will dass wir gut auseinander kommen die jula war durch die erkältung schwer erkrankt und als ich an dem bett saß und in das blasse alternde anglitz mit stallamt pflegte die kühe und kälber wolk was zu melken war und versahten dienst besser und verlässlicher als in ihrer vorgängerin versehen hatte mit den leuten hatte sie nicht viel gemeinschaft sie schien sich das hat sie mir einmal vertraut zu einfältig dazu hingegen verstand sie sich mit den tieren des stalles abends wenn sie schon in ihrem bette lag das nun im stalle stand konnte man sie oft stundenlang sprechen hören sie erzählte den rindern ihre jugendzeit teilte ihnen ihre erinnerungen mit ihre ansichten und bedenken über den gang der welt und nach dem erwachen war wohl ihr erstes wort du kalberl bist schon auf geld gut geschlafen hast auf der frischen streu sie war es der manche kuh durch gute worte und gebärden bei milch aus dem euter zu schmeicheln wusste als den anderen gelingen wollte eine kuh hatten wir die niemand milch ließ als der blinden jula wenn diese beim melken jodler sang und wenn bisweilen ein fremder an unserem hause vorbeiging und er hörte das fröhliche helle und weich klingende singen so mochte es wohl passieren dass er durch die kind sei und sah dann das alte blinde weiblein da kam aber bisweilen wenn ein paar feiertage nebeneinander standen die den bediensteten weitere gänge eigener wege ermöglichten ein mann aus der petruler gemeinde er war noch jung aber schon kräftig ausgewachsen und trug ein feil beschnurbeitlein im gesichte und einen federbusch auf dem hute der belauschte mit lust die sängerin und schlich schließlich zu ihr in den stall er blieb mitunter länger drinnen als das melken währte und jule redete nicht laut wie sonst wenn sie allein war sondern flüsterte und wenn sie dann mit der milch ins haus kam lag ein himmel von glückseligkeiten im geröteten anglitzel zweimal des jahres ging sie zur beichte dazu traf sie jedes mal eine woche vorher umfassende vorbereitungen und suchte sich im hause oder in der nachbarschaft einen gefährten aus der sie in die kirche führte es ließ sich jeder gern herbei denn nach dem gottesdienst ging die blinde mit dem führer ins wirtshaus und ließ ihm ein mittagsmahl aufsetzen dessen sich kein herren bauer hätte schämen dürfen hatte sie doch ein halbes jahr lang das ihr zufall am armen geld dafür zusammengespart und außerdem almosen das sie mitunter am bettler verteilte für sich kaum einen kreuzer ausgegeben und diese wirts ausstunden dass sie jemanden bewirten konnte mit seinem speis und trank und dabei zu sitzen und mit füllen wie es schmeckte diese stunden schien die glorreichsten ihres lebens zu sein ein paar mal trug es sich zu dass meine mutter nicht in die kirche gehen konnte weil nicht so viel geld im hause war dass sie sich im kirchhof hätte können ein erlaubnis gönnen das nahm die blinde jula wahr und krollte dass man ihr die sache verheimlicht hatte geld sei ja doch im hause und sie suchte sein bett stroh das bekannte lederbeutelchen hervor und die einlegerin gab der hause gesessenen almosen in ruhe habe ich die jula tagsüber nie gesehen immer bei einer arbeit und wenn sonst nichts für sie zu tun war so tappte sie sich mit dem stock zu einem steinhaufen hinaus und legte die auseinandergerollten steine zusammen sie wollte nicht die blinde und die arme spielen und wer sie bemitleidete und bedauerte dem war sie unhold und gab ihm zu bedenken er möge rechte leute in ruhe lassen und so sein das nicht selbst zu bedauern sein werde sie war die wachsamste im ganzen haus und wusste auch in allerlei dingen auskunft und bescheid besser und verlässlicher wie wir anderen und nicht selten wenn wir irgendeine in verstoß geratene sache alle miteinander mit offenen augen vergeblich gesucht hatten war es die blinde jula die sie aufwand und herbeibrachte sie war die erste die mich an den schritten erkannte wenn ich vom walde heim kehrte sie war auch die aufmerksamste zuhörerin wenn ich manchmal von kleinen ereignissen erzählte zu weilen unglücksfällen wenn uns der kopf verloren ging war sie es die rat und trost wusste ich sah sie nie verzagt unwirsch war sie oft aber wenn sie sich ausgeprummt hatte wie selten wehrm rechten namen die wehnen beigelegt hatten sondern sprach als unterscheide für sie stets die farbe nur von der braunen der scheckigen der falben der weißen für ihr leben sprach sie nur einen einzigen wunsch aus wie alle menschen so wolle sie auch emporkommen wenn sie eine schweigerin konzern auf der höh wie oft hörte man sie singen ja auf der sie dann schon lang wenn ich nicht so wäre diese so wäre einzige hindeutung auf ihren zustand übrigens waren ihre anderen sinne derart ausgebildet dass man glaubte sie habe ihre augen in den ohren an der nase an den fingerspitzen sonst ist die seele gewöhnt bei den glänzenden toren der augen außen einzugehen aber wo diese toren verschlossen sind der tritt sie durch andere organe ihren auch zu brauchen und das arme weib welches man einst nur mit widerwillen die gemeinde genommen hatte war jetzt in ihren alten tagen gesucht um wormen und allerorts als verzügliche arbeitskraft geschätzt so weit hatte sie es gebracht wer früher an die pflicht erinnert werden musste die jula zu nehmen der pochte jetzt auf sein recht sie zu erhalten und der man mit dem salben schnurbert kam immer noch zu ihr und brachte ihr stets ein handbündelchen voll semmeln obst oder lebkuchen wie war ihr hart wenn sie ihm nicht spenden konnte und wie war sie meinem vater dankbar wenn er dem mann aus der bretuller gemeinde zu tische lud oder sonst ein freundliches wort mit ihm sprach und wenn sie den burschen betastete an seiner breiten brust an seinen schultern an seinem stämmigen nacken bis zu den dichten harn seines scheitels vermochte sie kaum im port so langen da flüsterte sie wohl wie groß du mir geworden bist mein tritzel patriz seit ich dich das letzte mal gesehen hab freilich damals als du ihn das letzte mal gesehen hattest war ein kleines kind gewesen mit roten wangelchen und himmelblauen äuglein oh weine nicht jetzt du armes lichtloses mutter als ich später in die welt ging ließ ich die blinde jula noch bei meinen eltern zurück als diese davon zogen der vater in das tal der mötz die mutter in den himmlischen frieden da begann die jula wieder ihr wanderleben von haus zu haus aber nirgung soll sie mehr so in die verhältnisse gefunden haben als bei uns ihr sohn als armer bauernknecht im gebirge wurde bald von seiner eigenen arbeitslast gebeugt als ich ins gebirge zurückgekehrt die jula vor einigen jahren wieder sah waren ihre haare grau und gar gekrümmt stützte sie sich auf den stock es war noch dasselbe mit dem riemeln am griff knorpel seither habe ich mir vorgenommen der vieljährigen genosse meines heimat hauses einmal etwas liebes zu erweisen wie es aber zumeist geht wenn man ein gut das dem herzen entquillt nicht gleich am ersten tag geübt es wurde verschoben bis zu jenem sonnigen frühlings morgen da der sarg aus weißen tannen brettern vorüber schwankte an meinem fenster ein unendliches meer vom licht umwogte die welt ein sonniger strahl folgte ihr nach ins grab Ende von Kapitel 12 Gelesen von Ellie Dezember 2010 Kapitel 13 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das Waldbauernbübel von Peter Rosegger Einer Weihnacht Lust und Gefahr Teil 1 In unserer Stube an der mit grauem Lehm übertünchten Ofenmauer stand jahraus jahrein ein Schemel aus Ahornholz. Er war immer glatt und reingescheuert, denn er wurde, wie die anderen Stubengeräte, jeden Samstag mit feinem Bachsande und einem Strohwisch abgerieben. In der Zeit des Frühlings, des Sommers und des Herbstes stand dieser Schemel leer und einsam in seinem Winkel. Nur zur Abendzeit zog ihn die Ahne etwas weiter hervor, kniete auf denselben hin und verrichtete ihr Abendgebet. Als aber der Spätherbst kam, mit den langen Abenden, an welchen die Knechte in der Stube aus Kienscheitern Leuchtspäne kloben und die Mägde, sowie auch meine Mutter und Ahne, Wolle und Flachsspannen, und als die Adventszeit kam, in welcher an solchen Span- und Spinnabenden alte Märchen erzählt und geistliche Lieder gesungen wurden, da saß ich beständig auf dem Schemel am Ofen. Aber die langen Adventnächte waren bei uns immer sehr kurz. Bald nach zwei Uhr begann es im Hause unruhig zu werden. Oben auf dem Dachboden hörte man die Knechte, wie sie sich ankleideten und umhergingen, und in der Küche brachen die Mägde Späne ab und schürten am Herde. Dann gingen sie alle auf die Tenne zum Dreschen. Auch die Mutter war aufgestanden und hatte in der Stube Licht gemacht. Bald darauf erhob sich der Vater, und sie zogen Kleider an, die nicht ganz für den Werktag und auch nicht ganz für den Feiertag waren. Dann sprach die Mutter zur Ahne, die im Bette lag, einige Worte, und wenn ich, erweckt durch die Unruhe, auch was sagte, so gab sie mir zur Antwort, sei du nur schön still und schlaf. Dann zündeten meine Eltern eine Laterne an, löschten das Licht in der Stube aus und gingen aus dem Hause. Ich hörte noch die äußere Türe gehen, und ich sah an den Fenstern den Lichtschimmer vorüberflimmern, und ich hörte das Ächzen der Tritte im Schnee, und ich hörte noch das Rasseln des Kettenhundes. Dann wurde es ruhig, nur war das dumpfe, gleichmäßige Pochen der Drescher zu vernehmen. Dann schlief ich wieder ein. Der Vater und die Mutter gingen in die mehrere Stunden entfernte Pfarrkirche zur Rohrate. Ich träumte ihnen nach. Ich hörte die Kirchenglocken, ich hörte den Ton der Orgel und das Adventlied. Maria, sei gegrüßet, du lichter Morgenstern! Und ich sah die Lichter am Hochaltare, und die Engelein, die über demselben standen, breiteten ihre goldenen Flügel aus und flogen in der Kirche umher. Und einer, der mit der Posaune über dem Predigtstuhl stand, zog hinaus in die Heiden und in die Wälder und blies es durch die ganze Welt, dass die Ankunft des Heilandes nahe sei. Als ich erwachte, strahlte die Sonne schon lange zu den Fenstern herein, und draußen flimmerte der Schnee. Und die Mutter ging wieder in der Stube umher und war in Werktagskleidern und tat häusliche Arbeiten. Das Bett der Arne neben dem Meinigen war auch schon geschichtet. Und die Arne kam nun von der Küche herein und half mir die Höschen anziehen und wusch mein Gesicht mit kaltem Wasser, das ich aus Empfindsamkeit zugleich weinte und lachte. Als dieses geschehen war, kniete ich auf meinen Schemel hin und betete mit der Arne den Morgensegen. In Gottes Namen aufstehen, gegen Gott gehen, gegen Gott treten, zum himmlischen Vater beten, dass er uns verleihe, lieb Engelein drei. Der Erste, der uns weist, der Zweite, der uns speist, der Dritte, der uns hilft und bewahrt, dass uns an Leib und Seel nichts widerfahrt. Nach dieser Andacht erhielt ich meine Morgensuppe, und nach derselben kam die Arne mit einem Kübel Rüben, die wir nun zusammen zu schälen hatten. Ich saß dabei auf meinem Schemel. Aber bei dem Schälen der Rüben konnte ich die Arne nie vollkommen befriedigen. Ich schnitt stets eine zu dicke Schale, ließ sie aber stellenweise doch wieder ganz auf der Rübe. Wenn ich mich dabei gar in den Finger schnitt und gleich zu weinen begann, so sagte die Arne immer sehr unwirsch, »Mit dir ist wohl ein rechtes Kreuz, man soll dich frei hinauswerfen in den Schnee!« Dabei verband sie mir die Wunde mit unsäglicher Sorgfalt und Liebe. So vergingen die Tage des Advents, und ich und die Arne sprachen immer häufiger und häufiger von dem Weihnachtsfeste und von dem Christkinde, das nun bald kommen werde. Je mehr wir dem Feste nahten, um so unruhiger wurde es im Hause. Die Knechte trieben das Vieh aus dem Stalle und gaben frische Streu hinein und stellten die Barren und Krippen zurecht. Der Halterbub striegelte die Ochsen, daß sie ein glattes Aussehen bekamen. Der Futterbub mischte mehr Heu in das Stroh als gewöhnlich und bereitete davon einen ganzen Stoß in der Futterkammer. Die Kuhmarkt tat das Gleiche. Das Dreschen hatte schon einige Tage früher aufgehört, weil man durch den Lärm die nahen Feiertage zu entheiligen glaubte. Im ganzen Hause wurde gewaschen und gescheuert. Selbst in die Stube kamen die Mägde mit ihren Wasserkübeln und Strohwischen und Besen hinein. Ich freute mich immer sehr auf dieses Waschen, weil ich es gern hatte, wie alles drunter und drüber gekehrt wurde, und weil die heiligen Bilder im Tischwinkel, die braune Schwarzwälder Uhr mit ihrer Metallschelle und andere Dinge, die ich immer sonst nur von der Höhe zu sehen bekam, herabgenommen und mir näher gebracht wurden, so daß ich alles viel genauer betrachten konnte. Freilich war nicht erlaubt, dergleichen Dinge anzurühren, weil ich noch zu ungeschickt und unbesonnen dafür wäre und die Gegenstände leicht beschädigen könne. Aber es gab doch Augenblicke, da man im eifrigen Waschen und Reiben nicht auf mich achtete. In einem solchen Augenblicke kletterte ich einmal über den Schemel auf die Bank und von der Bank auf den Tisch, der aus seiner gewöhnlichen Stellung gerückt war und auf dem die Schwarzwälder Uhr lag. Ich machte mich an die Uhr, von der die Gewichte über den Tisch hingen, sah durch ein offenes Seitentürchen in das messingene, sehr bestaubte Räderwerk hinein, tupfte einige Mal an die kleinen Blätter des Windrädchens und legte die Finger endlich selbst an das Rädchen, ob es denn nicht gehe. Aber es ging nicht. Zuletzt rückte ich auch ein wenig an einem Holzstäbchen und als ich das tat, begann es im Werk fürchterlich zu rasseln. Einige Räder gingen langsam, andere schneller und das Windrädchen flog, daß man es kaum sehen konnte. Ich war unbeschreiblich erschrocken, ich kollerte vom Tisch über Bank und Schemel auf den nassen, schmutzigen Boden hinab, da faßte mich schon die Mutter am Röcklein. Das Rasseln in der Uhr wollte gar nicht aufhören. Und zuletzt nahm mich die Mutter mit beiden Händen und trug mich in das Vorhaus und schob mich durch die Tür hinaus in den Schnee und schlug die Türe hinter mir zu. Ich stand wie vernichtet da, ich hörte von innen noch das Greinen der Mutter, die ich sehr beleidigt haben mußte, und ich hörte das Scheuern und Lachen der Mägde und noch immer das Rasseln der Uhr. Als ich eine Weile dagestanden und geschluchzt hatte und als gar niemand gekommen war, der Mitleid mit mir gehabt hätte, ging ich nach dem Pfade, der in den Schnee getreten war, über den Hausanger und über das Feld dem Walde zu. Ich wußte nicht, wohin ich wollte, dachte auch nicht weiter daran. Aber ich war noch nicht zu dem Walde gekommen, als ich hinter mir ein grelles Pfeifen hörte. Das war das Pfeifen der Ahne. »Wo willst du denn hin, du dummes Kind?« rief sie. »Wart, wenn du so im Wald herumlaufen willst, so wird dich schon die Mooswaberl abfangen. Wart nur!« Auf dieses Wort kehrte ich augenblicklich um gegen das Haus, denn die Mooswaberl fürchtete ich sehr. Ich ging aber immer noch nicht hinein, ich blieb im Hofe stehen, wo der Vater und zwei Knechte gerade ein Schwein aus dem Stalle zogen, um es abzustechen. Über das ohrenzerreißende Schreien des Tieres und über das Blut, das ich nun sah und das eine Magd in einem Topf auffing, vergaß ich das Vorgefallene, und als der Vater im Vorhaus das Schwein abhäutete, stand ich schon wieder dabei und hielt die Zipfel der Haut, die er mit einem großen Messer von dem speckigen Fleisch immer mehr und mehr lostrennte. Als später die Eingeweide herausgenommen waren und die Mutter Wasser in das Becken goß, sagte sie zu mir, »Geh weg da, sonst wirst du ganz angespritzt.« Aus diesen Worten entnahm ich, dass die Mutter mit mir wieder versöhnt sei und nun war alles gut und als ich in die Stube kam, um mich zu erwärmen, stand da alles an seinem gewöhnlichen Platz. Boden und Wände waren noch feucht, aber reingescheuert und die Schwarzwälder Uhr hing wieder an der Wand und tickte. Und sie tickte viel lauter und heller durch die neu hergestellte Stube als früher. Endlich nahm das Waschen und Reiben und Glätten ein Ende, im Hause wurde es ruhiger, fast still und der heilige Abend war da. Das Mittagsmahl am heiligen Abend wurde nicht in der Stube eingenommen, sondern in der Küche, wo man das Nudelbrett als Tisch eignete und sich um dasselbe herumsetzte und das einfache Fastengericht still, aber mit gehobener Stimmung verzehrte. Der Tisch in der Stube war mit einem schneeweißen Tuche bedeckt und vor dem Tische stand mein Schemel, auf welchen sich zum Abend, als die Dämmerung einbrach, die Ahne hinkniete und still betete. Mägde gingen leise durch das Haus und bereiteten ihre Festtagskleider vor und die Mutter tat in einen großen Topf Fleischstücke, goss Wasser daran und stellte ihn zum Herdfeuer. Ich schlich in der Stube auf den Zehenspitzen herum und hörte nichts als das lustige Prasseln des Feuers in der Küche. Ich blickte auf meine Sonntagshüschen und auf das Jöppel und auf das schwarze Filzhütlein, das schon an einem Nagel der Wand hing, und dann blickte ich durch das Fenster in die hereinbrechende Dunkelheit hinaus. Wenn kein ungünstiges Wetter eintrat, so durfte ich in der Nacht mit dem Großknecht in die Kirche gehen. Und das Wetter war ruhig und es würde auch, wie der Vater sagte, nicht allzu kalt werden, weil auf den Bergen Nebel liege. Unmittelbar vor dem Rauchen gehen, in welchem Haus und Hof nach alter Sitte mit Weihwasser und Weihrauch besegnet wird, hatten der Vater und die Mutter einen kleinen Streit. Die Mooswaberl war da gewesen, hatte glückselige Feiertage gewünscht, und die Mutter hatte ihr für den Festtag ein Stück Fleisch geschenkt. Darüber war der Vater etwas ungehalten. Er war sonst ein Freund der Armen und gab ihnen nicht selten mehr, als unsere Verhältnisse es erlauben wollten. Aber der Mooswaberl sollte man seiner Meinung nach kein Almosen reichen. Die Mooswaberl war ein Weib, das gar nicht in die Gegend gehörte, das unbefugt in den Wäldern herumstrich, Moos und Wurzeln sammelte, in halb verfallenen Köhlerhütten Feuer machte und schlief. Daneben zog sie bettelnd zu den Bauernhöfen, wollte Moos verkaufen, und da sie keine Geschäfte machte, verfluchte sie das Leben. Kinder, die sie ansah, fürchteten sich entsetzlich vor ihr, und viele wurden krank. Kühen tat sie an, dass sie rote Milch gaben. Wer ihr eine Wohltat erwies, den verfolgte sie einige Minuten und sagte ihm, Tausend und Tausend vergelt's Gott bis in den Himmel hinaus. Wer sie aber verspottete oder sonst auf irgendeine Art beleidigte, zudem sagte sie, Ich bete dich hinab in die unterste Höllen. Die Mooswaberl kam oft zu unserem Hause und saß gern vor demselben auf dem grünen Rasen oder auf dem Querbrett der Zaunstiegel, trotz des heftigen Bellens und Rasselns unseres Kettenhundes, der sich gegen dieses Weib besonders unbändig zeigte. Aber die Mooswaberl saß so lange vor dem Hause, bis die Mutter ihr eine Schale Milch oder ein Stück Brot oder beides hinaus trug. Meine Mutter hatte es gern, wenn das Weib sie durch ein tausendfaches Vergeltsgott bis in den Himmel hinauf wünschte. Der Vater legte dem Wunsch dieser Person keinen Wert bei, war er ein Segensspruch oder ein Fluch. Als man draußen in einem Dorfe vor Jahren das Schulhaus baute, war dieses Weib mit dem Manne in die Gegend gekommen und hatte bei dem Bauer mitgeholfen, bis er bei einer Steinsprengung getötet wurde. Seit dieser Zeit arbeitete sie nicht mehr und zog auch nicht fort, sondern trieb sich herum, ohne dass man wusste, was sie tat und was sie wollte. Zum Arbeiten war sie nicht mehr zu bringen, sie schien geisteskrank zu sein. Der Richter hatte die Mooswaberl schon mehrmals aus der Gemeinde gewiesen, aber sie war immer wieder zurückgekommen. Sie würde nicht immer zurückgekommen sein, sagte mein Vater, wenn sie in dieser Gegend nichts gebettelt bekäme. So wird sie hier verbleiben, und wenn sie alt und krank ist, müssen wir sie auch pflegen. Das ist ein Kreuz, welches wir uns selbst an den Hals gebunden haben. Die Mutter sagte nichts zu solchen Worten, sondern gab der Mooswaberl, wenn sie kam, immer das gewohnte Almosen und heute noch etwas mehr zu Ehren des Hohen Festes. Darum also war der kleine Streit zwischen Vater und Mutter gewesen, der aber also gleich verstummte, als zwei Knechte mit dem Rauch- und Weihwassergefäß in das Haus kamen. Nach dem Rauchen stellte der Vater ein Kerzenlicht auf den Tisch. Späne durften heute nur in der Küche gebrannt werden. Das Nachtmahl wurde schon wieder in der Stube eingenommen. Der Großknecht erzählte während desselben Weihnachtsgeschichten. Nach dem Abendmale sang die Mutter ein Hirtenlied. So wonnevoll ich sonst diesen Liedern lauschte, aber heute dachte ich nur immer an den Kirchgang und wollte durchaus schon das Sonntagskleidchen anziehen. Man sagte, es sei noch später Zeit dazu, aber endlich gab die Ahne meinem Drängen doch nach und zog mich an. Der Stallknecht kleidete sich sehr sorgsam in seinen Festtagsstaat, weil er nach dem Mittagsgottesdienst nicht nach Hause gehen, sondern im Dorfe den Morgen abwarten wollte. Gegen neun Uhr waren auch die anderen Knechte und Mägde bereit und zündeten am Kerzenlicht eine Spanlunte an. Ich schielt mich an den Großknecht und meine Eltern und meine Großmutter, welche daheim blieben, um das Haus zu hüten, besprengten mich mit Weihwasser und sagten, dass ich nicht fallen und nicht erfrieren möge. Dann gingen wir. Ende von Kapitel 13 Kapitel 14 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das Waldbauernbübel von Peter Rosegger Einer Weihnacht Lust und Gefahr Teil 2 Es war sehr finster und die Lunte, welche der Stallknecht vorantrug, warf ihr rotes Licht in einer großen Scheibe auf den Schnee und auf den Zaun und auf die Sträucher und Bäume, an denen wir vorüberkamen. Mir kam dieses rote Leuchten, das zudem noch durch die großen Schatten unserer Körper unterbrochen war, grauenhaft vor und ich hielt mich sehr ängstlich an den Großknecht, so daß dieser einmal sagte, Aber hörst, meine Joppe mußt du mir lassen. Was tät' ich denn, wenn du sie mir abrissest? Der Pfad war eine Zeit lang sehr schmal, so daß wir hintereinander gehen mußten, wobei ich nur froh war, daß ich nicht der Letzte war, denn ich bildete mir ein, daß dieser unbekannten Gefahren ausgesetzt sein müsse. Eine schneidende Luft ging und die glimmenden Splitter der Lunte flogen weithin und selbst, als sie auf die harte Schneekruste niederfielen, glimmten sie noch eine Weile fort. Wir waren bisher über Blößen und durch Gesträuche und Wälder abwärts gegangen. Jetzt kamen wir zu einem Bache, den ich sehr gut kannte. Er floß durch die Wiese, auf welcher wir im Sommer das Heu machten. Im Sommer rauschte dieser Bach schön, aber heute hörte man nichts, weil er überfroren war. Auch an einer Mühle kamen wir vorüber, an welcher ich heftig erschrak, weil einige Funken auf das Dach flogen. Aber auf dem Dache lag Schnee und die Funken erloschen. Endlich verließen wir den Bach und der Weg führte aufwärts durch Wald, in welchem der Schnee seicht lag, aber auch keine feste Kruste hatte. Dann kamen wir zu einer breiten Straße, wo wir nebeneinander gehen konnten und wo wir dann und wann ein Schlittengeschelle hörten. Dem Stallknecht war die Lunte bereits bis zu der Hand herabgebrannt und er zündete eine neue an, die er vorrätig hatte. Auf der Straße sah man jetzt auch andere Lichter, große, rote Fackeln, die heranloderten, als schwemmen sie allein in der schwarzen Luft und hinter denen nach und nach ein Gesicht und mehrere Gesichter auftauchten, von Kirchengehern, die sich nun auch zu uns gesellten. Und wir sahen Lichter von anderen Bergen und Höhen, die noch so weit entfernt waren, dass wir nicht erkennen konnten, ob sie standen oder sich bewegten. So gingen wir weiter. Der Schnee knirschte unter unseren Füßen und wo ihn der Wind weggetragen hatte, da war der schwarze Boden nackt, Boden so hart, dass unsere Schuhe an ihm klangen. Die Leute sprachen und lachten viel, aber mir war, als sei das in der heiligen Christnacht nicht recht. Ich dachte nur immer schon an die Kirche und wie das doch sein werde, wenn mitten in der Nacht Musik und ein Hochamt ist. Als wir eine Langeweile auf der Straße fortgegangen und an einzelnen Bäumen und an Häusern vorüber und dann wieder über Felder und durch Wald gekommen waren, hörte ich auf den Baumwipfeln plötzlich ein Klingen. Als ich horchen wollte, hörte ich es nicht, bald aber wieder und deutlicher als das erste Mal. Es war der Ton des kleinen Glöckleins vom Turme der Kirche. Die Lichter, die wir auf den Bergen und im Tale sahen, wurden immer häufiger und alle schwammen der Kirche zu. Auch die ruhigen Sterne der Laternen schwebten heran und auf der Straße wurde es immer lebhafter. Das kleine Glöcklein wurde durch ein größeres abgelöst und das läutete so lange, bis wir fast nahe der Kirche kamen. Also war es doch wahr, wie die Ahne gesagt hatte, um Mitternacht fangen die Glocken zu läuten an und läuten so lange, bis aus fernen Tälern der letzte Bewohner der Hütten zur Kirche kommt. Die Kirche steht auf einem mit Birken und Schwarztannen bewachsenen Berglein und um sie liegt der kleine Friedhof, welcher mit einer niederen Mauer umgeben ist. Die wenigen Häuser stehen im Tale. Als die Leute an die Kirche gekommen waren, steckten sie ihre Lunden umgekehrt in den Schnee, das sie erloschen. Nur eine wurde zwischen zwei Steine der Friedhofmauer geklemmt und brennen gelassen. Jetzt klang auf dem Turme in langsamem, gleichmäßigem Wiegen schon die große Glocke. Aus den schmalen, hohen Kirchenfenstern fiel heller Schein, Ich wollte in die Kirche, aber der Großknecht sagte, es habe noch Zeit, und er blieb stehen und sprach und lachte mit anderen Burschen und stopfte sich eine Pfeife an. Endlich klangen alle Glocken zusammen und in der Kirche begann die Orgel zu tönen und nun gingen wir hinein. Das sah ganz anders aus wie an den Sonntagen. Die Lichter, die auf dem Altare brannten, waren hellweiße, funkelnde Sterne und der vergoldete Tabernakel strahlte herrlich zurück. Die Lampe des ewigen Lichtes war rot. Der obere Raum der Kirche war so dunkel, dass man die schönen Verzierungen des Schiffes kaum sehen konnte. Die dunklen Gestalten der Menschen saßen in den Stühlen oder standen neben denselben. Die Weiber waren sehr in Tücher eingeschlagen und husteten. Viele hatten Kerzen vor sich brennen und sangen aus ihren Büchern mit, als auf dem Chore das Tedeum ertönte. Der Großknecht führte mich durch die zwei Reihen der Stühle gegen einen Nebenaltar, wo schon mehrere Leute standen. Dort hob er mich auf einen Schemel zu einem Glaskasten empor, der von drei Kerzen beleuchtet zwischen zwei aufgesteckten Tannenwipfeln stand und den ich früher, wenn ich mit den Eltern in die Kirche kam, nie gesehen hatte. Als mich der Großknecht hatte, sagte er mir leise ins Ohr, so, jetzt kannst du das Krüppel anschauen. Dann ließ er mich stehen und ich schaute durch das Glas. Da kam ein Weiblein zu mir herbei und sagte leise, ja, Kind, wenn du das anschauen willst, so muß dir es auch jemand auslegen. Und sie erklärte mir die Dinge, die im Kasten waren. Außer der Mutter Maria, die über den Kopf ein blaues Tuch geschlagen hatte, das bis zu den Füßen hinabhing, waren alle Gestalten so gekleidet wie ältere Bauern. Der heilige Josef selbst trug grüne Strümpfe und eine lederne Kniehose und in der Krippe lag das nackte Kindlein. Als das Tedeum zu Ende war, kam der Großknecht wieder, hob mich von dem Schemel und wir setzten uns in einen Stuhl. Dann ging der Kirchenmann herum und zündete alle Kerzen an, die in der Kirche waren, und jeder Mensch, auch der Großknecht, zog nun ein Kerzlein aus dem Sack und zündete es an und klebte es vor sich auf die Bank. Jetzt war es so hell in der Kirche, dass man auch die Verzierungen an der Decke schön sehen konnte. Auf dem Chore stimmte man Geigen und Trompeten und Pauken, und als an der Sakristeitür das Glöcklein klang und der Pfarrer in strahlendem Messkleide, begleitet von Ministranten und rot bemäntelten Windlichtträgern über den purponen Fußteppich zum Altare ging, da rauschte die Orgel in ihrem ganzen Vollklang, da wirbelten die Pauken und schmetterten die Trompeten. Weihrauch stieg auf und hüllte den ganzen lichtstrahlenden Hochaltar in einen Schleier. So begann das Hochamt und so strahlte und tönte und klang es um Mitternacht. Beim Offertorium waren alle Instrumente still, nur zwei helle Stimmen sangen ein liebliches Hirtenlied und während des Benediktus jodelten eine Klarinette und zwei Flügelhörner langsam und leise den Wiegengesang. Während den letzten Evangeliums hörte man auf dem Chore den Kuckuck und die Nachtigall wie mitten im sonnigen Frühling. Tief nahm ich sie auf in meine Seele, die wunderbare Heiligkeit der Christnacht. Aber ich jochzte nicht vor Entzücken, ich blieb ernst, ruhig und fühlte die Weihe. Und während die Musik tönte, dachte ich an Vater und Mutter und Großmutter daheim. Die knien jetzt um den Tisch bei dem einzigen Kerzenlichtlein und beten. Oder sie schlafen und es ist finster in der Stube und nur die Uhr geht und es liegt tiefe Ruhe über den waldigen Bergen und die Christnacht ist ausgebreitet über die ganze Welt. Als das Amt seinem Ende nahte, erloschen nach und nach die Kerzlein in den Stühlen und der Kirchenmann ging wieder herum und dämpfte mit seinem langgestielten Blechkäppchen an den Wänden und Bildern und Altären und es duftete das Wachs der ausgelöschten Lichter. Die am Hochaltare brannten noch, als auf dem Chore der letzte freudenreiche Festmarsch erscholl und sich die Leute aus der Kirche drängten. Als wir in das Freie kamen, war es trotz des dichten Nebels, der sich von den Bergen niedergesenkt hatte, nicht mehr ganz so finster wie vor Mitternacht. Es musste der Mond aufgegangen sein, man zündete keine Fackeln mehr an. Es schlug ein Uhr, aber der Schulmeister läutete schon die Ave-Maria-Glocke zum Christmorgen. Ich warf noch einen Blick auf die Kirchenfenster, aller Festglanz war erloschen, ich sah nur mehr den matten Schimmer des ewigen Lichtes. Als ich mich dann wieder an den Rock des Großknechtes halten wollte, war dieser nicht mehr da. Einige fremde Leute waren um mich, die miteinander sprachen und sich sofort auf den Heimweg machten. Mein Begleiter musste schon voraus sein, ich eilte ihm nach, lief schnell an mehreren Leuten vorüber, auf das ich ihn bald einhole. Ich lief, so sehr es meine kleinen Füße konnten, ich kam durch den finsteren Wald und ich kam über Felder, über welche scharfer Wind blies, so von Nase und Ohren fast nichts mehr wahrnahm. Die Leute, die früher noch auf der Straße gegangen waren, verloren sich nach und nach und ich war allein und den Großknecht hatte ich noch immer nicht erreicht. Ich dachte, dass er auch hinter mir sein könne und beschloss geradeswegs nach Hause zu eilen. Auf der Straße lagen hier und da schwarze Punkte, Kohlen der Spanfackeln, welche die Leute auf dem Kirchwege abgeschüttelt. Die Gesträuche und Bäumchen, die neben am Wege standen und unheimlich aus dem Nebel empor tauchten, beschloss ich gar nicht anzusehen. Aber ich sah sie doch an, wendete meine Augen nach allen Seiten, ob nicht irgendwo ein Gespenst auf mich zukomme. Nun war ich zum Pfad gekommen, der mich von der Straße abwärts durch Ich bog ab und eilte unter den langästigen Bäumen dahin. Die Wipfel rauschten und dann und wann fiel ein Schneeklumpen neben mir nieder. Stellenweise war es auch so finster, dass ich kaum die Stämme sah, wenn ich nicht an dieselben stieß und dass ich den Pfad verlor. Letzteres war mir ziemlich gleichgültig, denn der Schnee war sehr seicht, auch war anfangs der Boden hübschglatt. Aber allmählich begann er steil und steiler zu werden, und unter dem Schnee war viel Gestrüppe und hohes Heidelkraut. Die Baumstämme standen nicht mehr so regelmäßig, sondern zerstreut, manche schiefhängend, manche mit aufgerissenen Wurzeln an anderen lehnend, manche mit wild und wirraufragenden Ästen auf dem Boden liegend. Das hatte ich nicht gesehen, als wir aufwärts gingen. Ich konnte oft kaum weiter, ich musste mich durch das Gesträuche und Geäste durchwinden. Oft brach der Schnee ein, die Besen des Heidekrautes reichten mir bis zur Brust heran. Ich sah ein, dass der rechte Weg verloren war. Aber wäre ich nur erst im Tale und bei dem Bache, dann ginge ich diesem entlang aufwärts und da müsste ich Schneeschollen fielen mir in das Rocksäcklein, Schnee legte sich an die Höschen und Strümpfe und das Wasser rann mir in die Schuhe hinab. Zuerst war ich durch das Klettern über das Gefälle und das Winden durch das Gesträuche müde geworden, aber nun war auch die Müdigkeit verschwunden. Ich achtete nicht den Schnee und ich achtete nicht das Gesträuche, das mir oft rauh über das Gesicht fuhr, sondern ich eilte weiter. Fiel ich zu Boden, so raffte ich mich schnell auf. Auch alle Gespensterfurcht war weg, ich dachte an nichts als an das Tal und an unser Haus. Ich wusste nicht, wie lange ich mich so durch die Wildnis fortwand, aber ich fühlte mich flink und die Angst trieb mich vorwärts. Plötzlich stand ich vor einem Abgrund. In dem Abgrunde lag grauer Nebel, aus welchem einzelne Baumwipfel empor tauchten. Um mich hatte sich der Wald gelichtet, über mir war es heiter und am Himmel stand der Halbmond. Mir gegenüber und weiter im Hintergrunde waren fremde, kegelförmige Berge. Unten in der Tiefe mußte das Tal mit der Mühle sein. Mir war, als hörte ich das Tosen des Baches, aber das war das Windrauschen in den jenseitigen Wäldern. Ich ging nach rechts und links und suchte einen Fußsteig, der mich abwärts führe, und ich fand eine Stelle, an welcher ich mich über Gerölle, das vom Schnee befreit dalag und durch Wacholder Gesträuche hinablassen zu können Zeit hielt ich mich an eine Wurzel, fast wäre ich über eine senkrechte Wand gestürzt. Nun konnte ich nicht mehr vorwärts. Ich ließ mich aus Mattigkeit zu Boden. In der Tiefe lag der Nebel mit den schwarzen Baumwipfeln. Außer dem Rauschen des Windes in den Wäldern hörte ich nichts. Ich wusste nicht, wo ich war. Wenn jetzt ein Reh käme, ich würde es fragen nach dem Weg. In der Christnacht reden ja Tiere menschliche Sprache. Ich erhob mich, um wieder aufwärts zu klettern. Ich machte das Gerölle locker und kam nicht vorwärts. Mich schmerzten Hände und Füße. Nun stand ich still und rief so laut ich konnte nach dem Großknecht. Meine Stimme fiel von den Wäldern und Wänden langgezogen und undeutlich zurück. Dann hörte ich wieder nichts als das Rauschen. Der Frost schnitt mir in die Glieder. Nochmals rief ich mit aller Macht den Namen des Großknechtes. Nichts als der langgezogene Widerhall. Nun überkam mich eine große Angst. Ich rief schnell hintereinander meine Eltern, meine Ahne, alle Knechte und Mägde unseres Hauses. Dann begann ich kläglich zu weinen. Mein Körper warf einen langen Schatten schräg abwärts über das Gestein. Ich ging an der Wand hin und her. Ich betete zum heiligen Christkind, dass es mich erlöse. Endlich konnte ich nicht mehr weinen und beten, auch mich kaum mehr bewegen. Ich kauerte zitternd an einem Stein und dachte, nun will ich schlafen. Das ist alles nur ein Traum und wenn ich erwache, bin ich daheim oder im Himmel. Da hörte ich ein Knistern über mir im Wacholder gesträuche und bald darauf fühlte ich, wie mich etwas berührte und emporhob. Ich wollte schreien, aber ich konnte nicht. Die Stimme war wie eingefroren. Aus Angst hielt ich die Augen fest geschlossen. Auch Hände und Füße waren mir wie gelähmt, ich konnte sie nicht bewegen. Mir kam vor, als ob sich das ganze Gebirge mit mir wiegte. Als ich zu mir kam und erwachte, war noch Nacht, aber ich hockte an der Tür meines Vaterhauses und der Kettenhund bellte heftig. Eine Gestalt hatte mich auf den festgetretenen Schnee gleiten lassen, pochte dann mit dem Ellbogen gewaltig an die Tür und eilte davon. Ich hatte diese Gestalt erkannt, es war die Mooswabal gewesen. Die Tür ging auf und die Ahne stürzte mit den Worten auf mich zu, Jesus Christus, da ist er ja. Sie trug mich in die warme Stube, aber von dieser schnell wieder zurück in das Vorhaus. Dort setzte sie mich auf einen Trog, eilte dann hinaus vor die Tür und machte durchdringliche Pfiffe. Sie war ganz allein zu Hause, als der Großknecht von der Kirche zurückgekommen war und mich daheim nicht gefunden hatte und als auch die anderen Leute kamen und ich bei keinem war, gingen sie alle hinab in den Wald und in das Tal und jenseits hinauf zur Straße und nach allen Richtungen. Selbst die Mutter war mitgegangen und hatte überall, Nachdem die Ahne glaubte, dass es mir nicht mehr schädlich sein konnte, trug sie mich wieder in die warme Stube und als sie mir die Schuhe und Strümpfe auszog, waren diese ganz zusammen und fest an den Fuß gefroren. Hierauf eilte sie nochmals in das Freie und machte wieder ein paar Pfiffe und brachte dann in einem Kübel Schnee herein und stellte mich mit bloßen Füßen in diesen Schnee. Als ich in dem Schnee stand, war in den Zehen ein so heftiger Schmerz, dass ich stöhnte, aber die Ahne sagte, das ist schon gut, wenn du Schmerz hast, dann sind die Füße nicht erfroren. Bald darauf strahlte die Morgenröte durch das Fenster und nun kamen nach und nach die Leute nach Hause, zuletzt aber der Vater und zu aller Letzt als schon die rote Sonnenscheibe über der Wechselalpe ausging und als die Ahne unzählige Mal gepfiffen hatte, kam die Mutter. Sie ging an mein Bettlein, in welches ich gebracht worden war und an welchem der Vater saß. Sie war ganz heiser. Sie sagte, dass ich nun schlafen solle und verdeckte das Fenster mit einem Tuche, auf das mir die Sonne nicht in das Gesicht scheine. Aber der Vater meinte, ich solle noch nicht schlafen. Er wolle wissen, wie ich mich von dem Knechte entfernt, ohne dass er es merkte und wo ich herumgelaufen sei. Ich erzählte, wie ich den Pfad verloren hatte, wie ich in die Wildnis kam, und als ich von dem Monde und von den schwarzen Wäldern und von dem Windrauschen und von dem Felsen Abgrund erzählte, da sagte der Vater halblaut zu meiner Mutter, Weib, sagen wir Gott Lob und Dank, dass er da ist, er ist auf der Trollwand gewesen. Nach diesen Worten gab mir die Mutter einen Kuss auf die Wange, wie sie nur selten tat, und dann hielt sie ihre Schürze vor das Gesicht und ging davon. Ja, du Donners, Bub, und wie bist du den Heim gekommen, fragte mich der Vater. Darauf meine Antwort, dass ich das nicht wisse, dass ich nach langem Schlafen und Wiegen auf einmal vor der Haustüre gewesen und dass die Mooswaberl neben mir gestanden sei. Der Vater fragte mich noch einmal über diesen Umstand. Ich antwortete dasselbe. Nun sagte der Vater, dass er in die Kirche zum Hochgottesdienst gehe, weil heute der Christtag sei und dass ich schlafen solle. Ich musste darauf viele Stunden geschlafen haben, denn als ich erwachte, war draußen Dämmerung und in der Stube war es fast finster. Neben meinem Bette saß die Ahne und nickte. Von der Küche herein hörte ich das Prasseln des Herdfeuers. Später, als die Leute beim Abendmahle saßen, war auch die Mooswabal am Tisch. Auf dem Kirchhofe, über dem Grabhügel ihres Mannes, war sie während des Vormittagsgottesdienstes gekauert. Da war nach dem Hochamte mein Vater zu ihr hingetreten und hatte sie mit in unser Haus genommen. Über die nächtliche Begebenheit brachte man nicht mehr von ihr heraus, als dass sie im Walde das Christkind gesucht habe. Dann ging sie noch einmal zu meinem Bette und sah mich an und ich fürchtete mich vor ihren Blicken. In dem hinteren Geschosse unseres Hauses war eine Kammer, in welcher nur altes, unbrauchbares Geräte und viel Spinnengewebe war. Diese Kammer ließ mein Vater der Moos Wabal zur Wohnung und stellte ihr einen Ofen und ein Bett und einen Tisch hinein. Und sie blieb bei uns. Oft strich sie noch in den Wäldern umher und brachte Moos heim. Dann ging sie wieder hinaus zur Kirche und saß auf dem Grabhügel ihres Mannes, von dem sie nicht auch einsam und heimatlos gewesen wäre wie überall. Über ihre Verhältnisse war nichts Näheres zu erfahren. Wir vermuteten, dass das Weib einst glücklich gewesen sein müsse und dass der Schmerz über den Verlust des Gatten ihr den Verstand geraubt habe. Wir gewannen sie alle lieb, weil sie ruhig und mit allem zufrieden lebte und niemandem das geringste Leid zufügte. Nur der wollte sie immer noch nicht sichern. Der bellte und zerrte überaus heftig an der Kette, so oft sie über den Anger ging. Aber das war anders von dem Tiere gemeint. Als einmal die Kette riß, stürzte der Hund auf die Mooswaberl zu, sprang ihr winselnd an die Brust und leckte ihr die Wangen. Kapitel 15 von das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das Waldbauernbübel von Peter Rosäcker Kapitel 15 Am Tage, da die Anne fort war Wenn Jammer ist und es scheint die Sonne drein, Traurigeres weiß ich nicht zu denken. Die Großen waren alle fort in die Kirche gegangen, die gute Anne, die sonst nahe uns gewesen, hatten sie fortgetragen. Mir ist davon sonst nichts mehr recht in Erinnerung, als dass wir Kleinen des allzu weiten Weges halber daheim bleiben mussten und so den angstvollen Tag verlebten. Wir hatten uns eingeschlossen ins Haus, schlichen auf den Zehenspitzen umher und fürchteten uns von Räubern und Mördern. Zu den vergitterten Fenstern laute der Wald herein und über allem lag das stille Licht der heiligen Pfingtssonne. Da eine ganze Stunde der Einsamkeit vergangen war, ohne dass etwas Unerhörtes geschah, so würden wir etwas dreister und allmählich, kam sogar das Verlangen zur Vormittagsjause, welche uns die Schwester Plonele zu kochen den Auftrag hatte. Da war plötzlich draußen in den Vorlaugen ein Gepolter. Wie zum Tode getroffen, schracken wir zusammen und krochen zu einem Knäuel ineinander. »Meine Mutter Gottes, steh mir bei«, betete die Plonele, »ein Schelm ist im Haus.« Wir hörten ein Winseln und Kreischen. Da sprang der Halterbub, der Hansel auf, ein kecker Junge, arme Leute Sohn, den uns Vater erst vor wenigen Tagen zum Viehhütten ins Haus genommen hatte. Er trug schon die Brottasche umgehangen, weil er eben das Vieh auf der Weide treiben wollte. Der sprang auf, er fasste das spitze Brotmesser und wollte in die Vorlauben. Unsere Schwester hielt ihn zurück. Er solle doch um Gottes Willen nicht mit dem Messer hinaus, dann kostet uns allen das Leben. »Wenn es ein Raube ist, so stech ich ihn ab«, knirschte der Hansel, riss sich los und sprang ins Vorhaus. Da draußen ging's grauenhaft zu. Ein paar Spatzen schossen kreischend umher und mitten in der Lauben auf der Erde lag ein zerrissenes Vogelnest. Die Katze war eben daran, mit Vorderpfoten und Schnauze ein Junges aus dem Halmgewebe zu fangen, als der Hansel hinzukam und er mit dem Messerstiel einen Schlag versetzte. Nun waren wir alle dabei. Wir kosten und herzten das hilflose Tierchen. Es gibt nichts armseligeres auf der Welt als einen Vogel ohne Fäden. Den Schnabel tat es auf. Da brachte die Plonelle schon ein Handvoll Stärz von der Vormittagsjause, und der Hansel nahm das Spätzlein geschickt in seine Hand und begann es zu atzen. Es war eine helle Freude. Mittlerweile stand ich schon mit dem alten Vogelbauer daneben, auf das wir das Ding hineint hätten und so auf einmal eine ungeahnte Bereicherung unserer Güter hätten. Aber der Halterbub rief, Bist ein dummer Bub, glaubst, es bliebe lebig? Sollst nur du probieren, wenn du nicht essen und trinken kannst, und sie sperren dich von deiner Mutter weg und deine Vogel steigen. Wer dir nicht taugen, das Junge gehört zu den Alten. Aber das Nest war von der Katze ganz und gar zerstört worden. So lief ich, das Wort des Hansel tief im Herzen, mit dem Vogelbauer wieder davon und kam mit meinem Kopfkissen zurück. Dieses taten wir in eine Mauernische, legten das arme Vöglein drauf. Der Schnabel ging stetig auf und zu, und doch wollte es kein Krümkenstärz mehr schlucken. Die kleine Brust wogte arg auf und nieder, und das Wesen war schier zu schwach zum Piepsen. So lag es auf dem Kissen im Grübchen, das ihm Polonelle mit den Fingern gedrückt hatte. Wir ließen es auf Anordnung des Hansel in Ruhe und hofften, dass nun die Alten kommen und ihr kleines Hegen und Pflegen würden. Aber die Alten flatterten in Angst draußen um die Dachgiebel herum. Der tatkräftige Hansel strick mit dem Messer durch Stahl und Scheunen. Er suchte die Katze. Was ich an demselben Vormittag ausgestanden habe. Ich lauerte ruhelos in das Vorleben herum, strengte meinen Zehen an und meinen langen Hals, aber allvergebens, ich war zu klein, um dem jungen Spatzen in sein Bettlein gucken zu können. Ich horchte vergebens, ob ich es nicht etwa Piepsen oder Atemholen höre. Brüder Jackel machte den Vorschlag, um den kleinen Vogel zu sehen. Soll ich ihn, den Jackel, auf meine Achsel steigen lassen? Er würde mir schon alles sagen, was er sehe. Wir besuchten es, aber das Gerüste war zu schwach, wir kollerten beide auf die Erde. Endlich um die Mittagszeit war es, als die Schwester mit trauriger Miene berichtete, jetzt ist das Vogel schon hin. Es musste sich im Falle zu arg verletzt haben, oder der schreckt die Angst. Jetzt kannst du das Vogelhaus bringen, befahl mir der Hansel, und im Vogelhause haben wir den kleinen Leichnam aufgebahrt. Er lag auf einem Nestkinn aus weißer Wohl, aus einem Stammrosmaden und Massliebchen hatten wir ihm einen Kranz geflochten. Ich schlug auch vor, dass man an dieser Bahre ein Öllämpchen anzünde, so wie es bei der Leiche der Arne gewesen war. Aber meine Schwester gab mir einen kleinen Stoß mit dem Ellbogen und meinte, so was wäre eine Frevelhaftigkeit, der Spatz hätte ja keine Seele gehabt. Wie schaute ich das Vöglein so traurig an. Du armes Geschöpf, jetzt hast du gar keine Seele gehabt, bist unschuldigerweise von der Katze umgebracht worden und kommst doch nicht in den Himmel. Wenn man dich ins Abendgebet einschließend hätte, vielleicht wollte der liebe Herrgott mit dir eine Ausnahme machen. Am Abend, als es dunkel wurde, trugen wir das starre Vöglein hinaus an den Rhein, wo die Hagebutten stehen. Dort schartete Hansel eine Grübe und wir legten das Tierchen mitsamt seinen weißen Wohlbettlein und seinem Kranzel hinein. Und als wir mit unseren kleinen Händen das Gräblein zulegten, flatterte ein Spatz über unseren Häuptern hin und her. Das Herz hätte uns allen mögen brechen, als Plonelle sagte, das ist gewiss vom Vogel die Mütter. Nach den Begräbnissen schleppte der Hansel noch einen großen Stein herbei und legte ihn auf das Grab, denn die Katze, er hatte sie nicht erwischt. Der Hansel lebt heute noch. Er hat Haus und Hof und was hineingehört. Er ist ein ganzer Mann. Plonelle ist sein Weib geworden. Gegenwärtig atzen sie wieder ein Junges, aber mit mehr Glück, als dazu mal. Ende von Kapitel 15 Kapitel 16 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Alexander Rühl Das Waldbauernbübel von Peter Rosegger Kapitel 16 Als ich den himmlischen Altäre gebaut Wenn wir Kinder die Woche über brav gewesen waren, so durften wir am Sonntag mit den erwachsenen Leuten mitgehen in die Kirche. Wenn wir aber beim lieben Vieh daheim benötigt wurden, oder wenn kein Sonntagsjöppel oder kein guter Schuh vorhanden, so durften wir nicht in die Kirche gehen, auch wenn wir brav gewesen waren. Denn die Schafe und die Rinder bedurften uns wesentlich notwendiger als der liebe Gott, der nachgerade einmal Post schicken ließ. Leute, seid auf die Tiere gut, das ist mir so lieb wie ein Gottesdienst. Wir blieben jedoch nur unter der Bedingung zu Hause, wenn wir einen Altar ausrichten dürften. Gewöhnlich wurde uns das erlaubt, und zu hohen Festtagen stellte der Vater das Wachslicht dazu bei. Hatten wir unsere häuslichen Beschäftigungen vollbracht, etwa um 9 Uhr vormittags, während in der Kirche das Hochamt war, begann in unserem Waldhause folgendes zu geschehen. Die Haushüterin, war es nun die Mutter oder eine Magd, hub an, am Herd mit Mehl und Schmalz zu schaffen. Der Haushüter, war es nun der Vater oder ein Knecht, holte von der Wand die Beeten, den Rosenkranz, herab vom Wandkastel den Wachsstock heraus, aus der Truhe das Gebetbuch hervor, und der kleine Halterbub, war es nun mein Bruder Jackal oder ich, huben an, die Heiligtümer des Hauses zusammen zu schleppen auf den Tisch. Von der Kirche waren wir weit, keinen Glockenklang hörten wir ja aus und ja ein. Also mussten wir uns selber ein Gotteshaus bauen und einen Altar. Das geschah zu halb aus kindlichem Spielhange und zu halb aus kindlicher Christgläubigkeit. Und wir, mein Bruder Jackal oder ich, oder beide zusammen, machten es so. Wir schleppten das alte Leben Christi Buch herbei, das Heiligen Legenden Buch, die vorfindlichen Gebetbücher, unsere Schulbücher, das Vieharzneibuch und jegliches Papier, das steif gebunden war. Solches gab das Baumaterial. Die Bücher stellten wir auf dem Tische so, dass sie mit dem Längenschnitt auf der Platte standen und ihre Rücken gern Himmel reckten. Wir bildeten daraus ein zusammenhängendes Halbrund, gleich wie der Raum des Presbyteriums. An die Wände dieses Halbrundes lehnten wir hierauf die papierenen, bunte bemalten Heiligenbildchen, welche in den Büchern zwischen den Blättern aufbewahrt gewesen, zumeist von Verwandten, Patenleuten, Wallfahrten als Andenken stammten und verschiedene Heilige darstellten. Die heiligen Florian und Sebastian kamen in der Regel ganz vorne zu stehen, denn der eine war gegen das Feuer und der andere gegen das Wasser, also gegen die zwei wilden Schrecken, die den Menschen alleweil auf kürzestem Wege den himmlischen zujagen. An Namenstagen von uns oder an sonstigen Heiligenfesten erweisen wir aber dem betreffenden Heiligen die Ehre, im Bildchen ganz vorne stehen zu dürfen. Am Osterfeste, am Christtage fand sich bildlich wohl ein Osterlamm mit der Fahne oder ein holdes Kindlein auf dem Heu. Letzteres wollte einmal am Christfeste mein Bruder nicht anerkennen, weil kein Ochs und kein Esel dabei sei, worauf der alte Knecht sich ganz ruhig zu uns wandte und sprach, die müsstet halt ihr zwei sein. Waren nun die aus Büchern geformten Wände mit solchen Bildlein geschmückt, so kam vom eigentlichen Hausaltare hoch oben in der Wandecke das Kruzifix herab und wurde mitten in das Halbrund gestellt, das Christikreuz. Das war der eigentliche Mittelpunkt unseres Heiligtums. Vor dem Kruzifix kam hernach der Wachsstock zu stehen und wir zündeten ihn an. Nicht zu sagen, welche Feierlichkeit, wenn nun das Kreuz und die Heiligenbilder rötlich beleuchtet wurden, denn so ein geweihtes Wachslicht gibt einen ganz anderen Schein als die klebrige Talgkerze oder der harzige Brennspahn oder gar im Wasserglase das Öllichtlein, welches bei der Nacht nur so viel scheint, dass man die Finsternis sieht. Die Sonne, welche draußen leuchtete, wurde abgesperrt, indem wir die Fenster verhüllten mit blauen Sacktüchern. Wir wollten den Heiligen Schein ganz allein haben in unserem Tempelchen. Wenn nun gar erst aller Seelen war und ein Bildchen mit den armen Seelen im Fegefeuer vor dem Kreuze lag, da gab's eine Stimmung, die zur Andacht zwang. Knieten wir dann um den Tisch herum, so daß unsere Knie auf den Sitzbanken, unsere Ellbögen auf der Platte sich stützten und beteten laut jene langen Reihe von Vater Unsern und Ave Marias mit Ausrufung der Geheimnisse aus dem Leben des Herrn, welche der Rosenkranz oder auch der Psalter genannt wird. Ich wendete während des ganzen Gebetes keinen Blick von den bildlichen Darstellungen. Natürlich sah ich nicht das Papier und nicht die Farben, ich sah die Heiligen leibhaftig, sie waren mir in der Tat anwesend, sie hörten freundlich auf unser Gebet, sie ließen uns hoffen auf ihren Schutz und Beistand in Tagen der Not und Gefahr, sie nahmen gütig die Liebe unserer Herzen an und also schlossen wir mit ihnen vorweg schon Bekanntschaft für die ewige Gemeinsamkeit im Himmel, der wir ja entgegenstrebten. War hernach die Andacht zu Ende, so loschte der Knecht die Kerze aus und wir hüpften aufs Flets hinab. Bald krochen wir freilich wieder auf den Tisch, um gemächlich den Tempel zu zerstören und seine Teile wieder in Ort und Stelle zu bringen, woher wir sie genommen, denn der Tisch sollte nun Schauplatz anderer Ereignisse werden. In der Küche war aus Mehl und Schmalz eine Pfanne voll Sterz geworden und diese kam herein, um unsere sonntägige Andacht zu krönen. So war es der Brauch am Sonntagvormittag von der neunten bis zur zehnten Stunde, während die anderen in der Kirche saßen und vor derselben sich für das Wirtshaus vorbereiteten. Solches waren, freilich freundlichere Wandlungen des Tischaltares als es jenige Wesen im Hause des Waldpeter. Hatten die aufsichtslosen Kinder in der Christnacht auf dem Tische aus Büchern und Papierbildchen einen Tempel gebaut, denselben mit einem nach unten halboffenen Buche eingedeckt und eine brennende Kerze in das Heiligtum gestellt. Noch zur rechten Zeit kam der Waldpeter herbei, um die auf dem Tische entstandene Feuersbrunst zu löschen. Darauf soll es keinen Sterz gegeben haben, sondern Fische. Noch erinnere ich mich an einen besonderen Tag. Ein gewöhnlicher Wochentag war's im Winter. Ich beschäftigte mich in der dunklen Futterscheune, um mit den Eisenhaken, dem Heuraffel, Heu aus den festgetretenen Stoße zu reißen und in die Stelle zu tragen. Da fiel es mir plötzlich ein, ich müsse diese Arbeit bleiben lassen, in die Stube gehen und auf dem Tische einen Altar bauen. Die Mutter war mit meinem jüngsten kranken Schwesterchen beschäftigt, kümmerte sich also nicht um mich und ich stellte aus Büchern und Bildchen den gewohnten Tempel auf, als sollten die Leute nun zusammenkommen wie am Sonntag und beten. Wie ich hernach das hölzerne Kruzifix hineinstellen wollte, tat ich es nicht, sondern ging durch die Stube zu einer Sitzbank hin, über welch ich das Kreuz mit einem Schnürchen an die Wand hing. Und da war es, als ob auch die anderen ähnliche Gedanken hätten, mitten im Werktage. Der Vater wurde ins Haus gerufen, er holte aus dem Schrank den Wachsstock hervor, zündete ihn an, doch anstatt ihn auf meinen Altar darzustellen, ging er damit ans Bettlein, wo das zweijährige Trauder lag. Sie begannen halblaut zu beten und die Mutter netzte mit Essig die Stirn des Schwesterleins. Plötzlich hielten sie im Gebete ein, da war es still, so grauenhaft still, wie es bisher nie gewesen auf der Welt. Dann hub die Mutter an zu schluchzen, erst leise, hernach heftiger, bis sie in ein lautes Weinen ausbrechend, sich über das Köpfchen des Kindes niederbeugte und es herzte und küßte. Das Schwesterlein aber tat nichts dergleichen, die hageren Händchen auf der Decke ausgestreckt, im Gesicht kalkweiß, mit halb geöffneten Augen lag es da. Die flachszarten Locken gingen nach rückwärts und waren noch feucht von dem Essig. Der Vater trat zu uns übrigen Kindern und sagte leise, jetzt hat uns die Trauderl halt schon verlassen. Sie ist ja da, rief der Bruder Jackal und streckte seinen Finger aus gegen das Bett. Ihre unschuldige Seele hat der liebe Herrgott zu sich genommen, sie ist schon bei den Engelein. Wer von uns es nicht wusste, der Ernte nun, unsere kleine Schwester war gestorben. Wir huben an zu weinen, aber nicht so sehr, weil das Schwesterlein gestorben war, sondern weil die Mutter weinte. In meinem Leben hat mich nicht so sehr ans Herz gestoßen, als wenn ich meine Mutter weinen sah. Das geschah freilich selten, heute vermute ich, dass sie viel öfter geweint hat, als wir es sahen. Nun kamen die Knechte und Mägde herein, standen um das Bettlein herum und sagten mit flüsternden Stimmen Liebes und Gutes von dem Kinde. Der Vater kniete zum Tische, wo, siehe da, der Altar ausgerichtet stand und begann laut zu beten. Er rief das Kreuz und Leiden des Heilandes an, seine heiligen Wunden, seine Todespein und seine Auferstehung. Er sagte den Spruch vom jüngsten Tage, wie auf des Engels Posaunenschall die Toten aus den Gräbern steigen werden. Ich sah alles vor mir, dunkel war's und dämmernd wie im Morgenrote. Der Himmel war verhüllt mit Wolken, die einen roten Schein hatten, wie Rauch über dem Feuer. Aus allen Gründen, soweit das Auge reichte, stiegen Menschen aus der Scholle empor. Ich selbst sah mich hervorgehen aus dem Sarge, neben mir die Mutter, den Vater in langen weißen Gewändern und aus einem Hügel, der mit Rosen bedeckt war, kroch, schier schalkhaft und lugend mit hellen Äuglein das Traudal und hüpfte zu uns heran. Während wir beteten, senkte die Nachbarin Katharina das Leichlein in ein Bad, bekleidete es dann mit weißem Hemde und legte es auf ein hartes Bett auf die Bank zur Bahre. Mit steifer Leinwand ward es zugedeckt, an sein Haupt stellten sie den Wachsstock mit dem Lichte und ein Weihwassergefäß mit dem Tannenzweig. Vom Altare nahmen sie die heiligen Bildchen, um solche als letzte Gabe der kleinen Traudal an die Brust zu legen. Der Vater hob an, das Kruzifix zu suchen, um es zu häupten der Bahre hinzustellen. Er fand es nicht, bis die Nachbarin Katharina sah, dass es schon an der Wand hing, gerade über dem Leichlein. Also ist es gewesen, dass eine Stunde vor dem Sterben des Schwesterleins mir ahnungslos um eine unsichtbare Macht die Weisung gab. Gehe in die Stube, denn sie werden bald alle hineingehen. Baue den Altar, denn sie werden beten. Hänge das Kreuz an die Wand, denn es wird dort ein totes Menschenkind hingelegt werden. Wir gingen hin und schauten die Traudal an. Es ist nicht zu beschreiben, wie lieblich sie anzuschauen war und wie süß sie schlief. Und da dachte ich daran, wie sie noch wenige Tage früher voll schallender Freude, glühend am Wänglein und glühend im Äuglein mit uns verstecken gespielt. Sie versteckte sich immer hinter dem Ofen, verriet sich aber allemal selbst, noch bevor wir an sie herankamen durch ein helles Lachen. Bald kamen die Nachbarsleute, sie knieten nieder vor der Bahre und beteten still. Im ganzen Hause war eine große Feierlichkeit und ich, der ich so umherstand und zusah, empfand etwas wie Stolz darüber, dass ich eine Schwester hatte, die gestorben war und solches Aufsehen und solche Weihe brachte. Nach zwei Tagen am frühen Morgen, da es noch dunkel war, haben sie in einem weißen Tüchlein die Traudal davongetragen. Wir Geschwister konnten sie nicht begleiten, denn wir hatten keine Winterschuhe für den weiten Weg nach dem Pfarrdorfe. Wir blieben daheim und als alle laut beten davongezogen waren und das von dem Hause hinweg schwankende Laternenlicht noch seinen zuckenden Schein warf, durch die Fenster in die Stube herein, stand ich, meine Geschwister schliefen noch rosam in ihrer Kammer, eine Weile vor der Bank und schaute auf die Stelle hin, wo das weiße Gestaltlein geruht hatte. Das Weihwassergefäß war noch da und beim Morgenrot, das matt auf die Wand fiel, sah ich dort das Kreuz hängen mit dem sterbenden Christus, der nun mein einziger Genosse war in der stillen Stube. Ich nahm ihn von der Wand und begann ihn auszufragen, was die Seele des Trauders denn wohl mache im himmlischen Reich. Es ist keine Antwort auf Erden. Ich stellte das Kruzifix wieder auf den Hausaltar, der hoch im Wandwinkel war und dort stand es in Heilgeru, es mochte Kummer sein in der Stube oder Freude, beides war oft und manchmal im raschen Wechsel, wie es schon geht auf dieser Welt. Nach Jahren, als eines Tages meine ältere Schwester mit niedergeschlagenen Augen in der Stube umging, angetan mit rosenfarbigem Kleid und dem grünen Rosmarinkamm im braunen Haar und ein schöner junger Mensch unfern von ihr stand, sie heimlich anblickend in Glückseligkeit, hob ich meinen lieben Christus wieder einmal auf den Tisch herab, ob er vielleicht zusehen wolle, was da war und werden sollte. Da traten die zwei jungen Leute vor den Tisch hin, nahmen sich an der rechten Hand und sagten ganz leise, aber wir hörten es doch alle, wir wollen treu zusammenleben, bis der Tod uns scheidet. Auf meinem Lebenswege bin ich schon an vielen Altären vorübergewandelt, an Altären der Liebe und des Hasses, an Altären des Mammons und des Ruhmes, ich habe jedem geopfert, aber mein Herz, mein ganzes Herz habe ich nur an jenem einen Altar niedergelegt, der einst in der warmen Stube des Waldhauses gestanden. Und wenn ich weltmüde, der einst weilende Himmelstür suche, wo kann sie zu finden sein, als in dem dämmernden Wandwinkel über dem Tische, wo das kleine hölzerne Kruzifix gestanden. Kreuze habe ich gesehen aus Gold und ad Ehrenreich, Kreuze aus Elfenbein geschmückt mit Diamanten, Kreuze, an welchem Weihe und Ablass hing, bei keinem habe ich je Gnade gefunden. Das arme Kreuz in meinem Vaterhaus wird mich erlösen. Ende von Kapitel 16 Gelesen von Alexander Rühl, Flörsheim am Main Kapitel 17 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das Waldbauernbübel von Peter Roesegger Dem Andal sein Tabakgeld Der Einleger Andal hatte auf dieser Welt schon mit allem abgewirtschaftet. Er hatte einmal einen großen Bauernhof gehabt, der war verprozessiert worden. Dann hatte er noch eine silberne Uhr gehabt, die war verspielt worden. Hernach hatte er sich auf das Bauernlinen verlegt, dabei war er alt geworden, alt, mühselig und arm. All das Bedürfnis und Glück des einst so herrischen, anspruchsvollen Mannes hatte jetzt in einer Tabakspfeife Platz, so gut hatte ihn das Leben erzogen. Schwerhörig und halbblind den Krampf in den Händen und die Gicht in den Füßen, wenn's nur in der Pfeife gloste und er am Rohre sog, so machte er keinen Einwand und war in säuerlich-süßer Laune. In die Kirche gehen wollte er manchmal, denn der Andal stellte sich vor, er habe sein Lebtag hübsch-christlich gelebt, und so mochte er den guten Brauch in den alten Tagen nicht gerne abkommen lassen. Aber die Gicht, das war ein höllisch-gottloser Kamerad, die hinderte ihn an dem Besuche des Amtes und der Predigt, und so wimmerte der Alte manchmal in einer frommen Sehnsucht, »Wenn ich nur wenigstens ins Dorf zum Tabakkrämerkant kommen!« Auch das war ihm versagt, und so wendete er sich eines Tages zu mir, der ich ein Knabe war in demselben Hause. »Heut ist der heilige Christtag schon wieder,« sagte er, »gehst du in die Kirchen, Peter, so sei halt barmherzig und trag mir mein Vermögen mit. Kauf damit beim Kramer drei Backeln Tabak, ordinären, kriegst acht ganze Kreuzer heraus und bring mir alles fein und fleißig heim. Nachher bist du dafür brav eine ganze Woche lang.« Damit gab er mir einen Silberzwanziger, den er am heiligen Abend vom Armenvater als seinen Teil des eingegangenen Armengeldes erhalten hatte. Ich war nämlich gerne bereit, mein Bravsein auf eine ganze Woche lang zu versichern, übernahm den Auftrag und ging in die Kirche, wo ich hübsch noch zum Rosenkranz zurechtkam. Ich war schon zur selben Zeit manchmal sehr andächtig und schon zur selben Zeit manchmal gegen die unrechte Seite hin. Als das Hochamt kam, auf dem Chore die Pauken und Trompeten schallten, am Kerzen umstrahlten Altare, der Pfarrer stand und die Messe las, huben die Leute plötzlich an, in ihren Stühlen aufzustehen und begannen, nicht bloß die Weiber, auch die Männer, im Gänsemarsch durch die Kirche zu wandeln, um den Hochaltar herum und dann wieder zurück in die Stühle. Der Opfergang An hohen Festtagen pflegten nämlich die Leute während des Amtes einen solchen Rundgang zu machen, um an dem Altare im Angesichte des Pfarrers auf einen dafür bereitstehenden Zinnteller kleine Geldgaben für die Kirche hinzulegen. Ich hatte mich an solchem Opfergange jedes Mal beteiligt, um entweder im Auftrage meines Vaters oder aus eigenem Antriebe einen oder ein paar Kreuzer auf den Teller zu legen. Machte dabei auch allemal eine gute Meinung, sei das Opfer nun zur Erlangung eines fruchtbaren Jahres oder zur Genesung eines Kranken oder um Segen für ein anderes. Irgendetwas wollte ich für meinen Kreuzer haben. Hatte doch der Pfarrer einmal gepredigt, es wird alles vergolten, geschenkt braucht der Herr des Himmels und der Erde nichts von euch. Natürlich erhob an diesem Christtage auch ich mich und schloss mich der Reihe an, in welcher jeder und jede unterwegs zum Altar in den Sack griff und aus dem Geldtäschlein die Münze hervornestelte. Auch ich suchte nach meiner Gabe und nun stellte es sich schreckbar klar heraus, dass nicht ein einziger Kreuzer in der Tasche war. Der Silberzwanziger des Einlegers Andal war das Ganze um und auf, sonst nicht ein Pfennig und nicht ein Knopf. Wieder umkehren zu meinem Stuhl? Sie hätten mich heidenmäßig ausgelacht. Ruhig in der Reihe bleiben und ruhig am Zinnteller vorbeitrotten, als ob er mich nichts anginge. Der Pfarrer stand aber daneben und konnte jedem auf die Finger sehen. Meine Finger unter dem Rock wollten sich bereits an einem Hosenknopfe vergreifen, aber diese Knöpfe waren nicht mehr von Messing, wie einst in der guten alten Zeit, sondern von schwarzem Hornbein, also für den Teller vollkommen unmöglich. Vor Gott hätte ich mich nicht gefürchtet. Einer, der den Willen fürs Werk nimmt, hätte auch einen Hosenknopf für den Groschen genommen, aber der Pfarrer? In solcher Bedrängnis flüsterte ich dem Nachbar Feitelbrunner zu, der just vor mir ging, ob er mir nicht um Gottes Willen einen Kreuzer verborgen wollte. Ah, du wärst schlau, flüsterte der Feitelbrunner zurück. Ausgeliehenes Geldopfern! Damit wäre es freilich keine Kunst, sich den Himmel zu kaufen. Und schaute seitab. Also kein anderes Mittel mehr, als sich vergreifen an fremdem Gut. Ehe ich mich der Gefahr aussetze, dass der Pfarrer auf mich deutend laut rufen könnte, Was läufst denn damit, wenn du nichts gibst? Und die Leute alle ihre Hälse reckten, um den zu sehen, der mitläuft und nichts gibt. Ehevor opfere ich das Tabaksgeld des alten Andal. Länger zu überlegen war überhaupt nicht mehr Zeit. So himmlisch langsam die Reihe sich auch voranbewegt hatte, endlich war ich doch am Zinnteller. Den Silberzwanziger erkrabbelte ich rasch im Sack und legte ihn drauf. Nachher ging's wieder zurück zu meiner Bank. Jetzt wartete ich auf ein Wunder. Der Herr hat's gesehen, wohin der Zwanziger gelegt worden ist. Er weiß auch, dass der alte Andal keine Freude hat auf der Welt als das bisserl Rauchen. Und endlich kann sich's jeder denken, was mir bevorsteht, wenn ich ohne Tabak und ohne Geld heimkomme. Das Wunder braucht ja nicht so groß zu sein wie etwa die Speisung von 5000 Mann in der Wüste, nur ein ganz kleines Wunderlein in der Größe eines Silberzwanzigers. Nein, nichts, der Sack war leer und blieb's. Gut, denke ich, wie das Amt aus ist und wir vor der Kirche so ein Weilchen umherstehen, ohne zu wissen, warum. Wenn Gott kein Wunder wirken will, so muß der Mensch eins versuchen. Zum Krämer ging ich hinein, hauchte mehrmals recht stark auf die Fingerspitzen, weil sie froren, und als man fragte, was ich wünsche, antwortete ich, drei Packeln Tabak, ordinären. Und als ich sie hatte, Dankschön, bezahlen werde ich sie am nächsten Sonntag und zur Türe hinaus. Der Krämer mochte mir wohl ein wenig verblüfft nachgeschaut haben, weiter war aber nichts und das Wunder war geschehen. Einem jungen Lecker hatte der Mann drei Packeln Tabak geborgt. Gut, als ich nach Hause kam, ward ich schon mit Spannung erwartet vom alten Andal. Zu Weihnachten sind ja die Rauchnächte, keitelte er, wenn der Mensch nichts zu rauchen hätt, das wär so was. Mit einer ganz niederträchtigen Ruhe gab ich den Tabak ab. Das erste Packel, das zweite und das dritte. Der alte hielt aber immer noch eine hohle Hand her. Drei hast gesagt, soll ich bringen, da sind sie. Drei, wohl, wohl, drei, sagte er. Geht schon aus, drei Packeln. Und was du herauskriegt hast? Jesses, die Achtkreuzer. Wie nach einem Donnerschlag, so war mir die Zunge gelähmt. Natürlich, wenn man nicht weiß, was zu sagen ist. Eingefallen wär's mir im Augenblick. Teurer ist er worden, der Tabak, oder einen ordinären haben sie nicht gehabt, da hab ich einen besseren genommen. Aber, fiel mir noch rechtzeitig bei, mit einer Lüge machst du dein Christopfer nicht wett. Die Wahrheit kannst zwar auch nicht sagen, wenn du nicht als ein unerhört dummer Junge dastehen willst. Da lass es lieber auf ein zweites Wunder ankommen. Andal, sagte ich sehr laut, die Achtkreuzer möchtest mir wohl schenken zum Botenlohn. Ich werde dir schon einmal was schenken, antwortete der Alte. Meine Gicht, wenn du magst. Aber die Achtkreuzer brauch ich selber. Gib sie nur her. Andal, ich hab sie nicht. Mein Sack hat ein Loch. Ach so, verzettelt hast sie, sagte der Alte. Na, nachher kannst du mir sie freilich nicht geben. Er klopfte sich die Pfeife aus und abgetan war's. Ein Loch hatte mein Sack wohl, sonst könnte man nichts aus und eintun. Aber redlich war's nicht von mir und mein festes Vornehmen war, dem Einleger seine Sach zu vergüten, sobald als möglich. Sobald als möglich. Woher denn nehmen? Wie ein Stabsoffizier, so stak ich jetzt mitten in Schulden. Und der Silberzwanziger lag im Kirchenschatz und rührte sich nicht. Nach Neujahr hub wieder die Schule an, die ich auf ein paar Wochen besuchen durfte. Allein ich ging nicht auf geradem Wege zu ihr, sondern auf weiten Umschlichen durch die Wildgärten. Der gerade Weg führte nämlich am Krämer vorbei. Dieser stand wohl einmal vor dem Schulhause, als ich eintrat, schaute mich auch so ein wenig krumm an, sagte aber nichts und ich trachtete, dass ich ihm aus den Augen kam. Da war es eines Tages nach der Schule, dass mir der Lehrer auftrug, ich sollte in den Pfarrhof gehen. Der Hochwürdige hätte etwas mit mir zu sprechen. Jetzt, dachte ich, jetzt geschieht das Wunder. Er gibt das Geld zurück. Doch der Pfarrer, als ich vor ihm stand, machte nicht jenes Gesicht, wie man es hat, wenn man Geld zurückgeben will. Sehr strenge blickte er mich an, dass ich gleich wie ein armer Sünder meine Augen zu Boden schlug. Peter, sagte er endlich mit einem Gemisch von Ernst und Güte, denn er war mir sonst nicht schlecht gewogen. Peter, mache jetzt keine Geschichten. Gib die Pfeife her. Die Pfeife? fragte ich ganz treuherzig. Gib sie nur her und leugne nicht. Du rauchst. Nein, Herr Pfarrer. Ich habe einstweilen deinem Vater nichts gesagt. Wenn du das Zeug willig hergibst und mir versprichst, das Laster sein zu lassen, so braucht's das Schlagen nicht. Ich tu aber nicht rauchen, rief ich laut. Da hob er den Finger und sagte, Aufs Erste ein zweites Laster. Mich deinen alten Katechiten belügen? Du bist verraten. Wer hat's gesagt? begehrte ich auf. Der Krämer selber, bei dem du den Tabak holst und schuldig bleibst. Hell aufgelacht habe ich jetzt und nachher sachte angefangen zu weinen. Also, siehst du, siehst du's jetzt ein? fragte er fast freundlich. Nun musste freilich alles heraus. Den Tabak beim Krämer habe ich nicht für mich gekauft, sondern für den Einleger Andal. Der hat mir wohl einen Silberzwanziger mitgegeben. Und was hast du damit gemacht? Ich wollte etwas erwidern, stotterte aber nur. Heraus mit der Farbe, rief der Pfarrer. Was hast du mit dem Silberzwanziger gemacht? Am Christtag auf, auf den Zimteller geworfen. Auf den Opferteller? Du? Du wärst es gewesen, der den Silberzwanziger hingelegt hat. Und Geld, das nicht dein Eigen war. Was fiel dir denn ein? Weil ich keinen Kreuzer habe im Sack gehabt und so viel geschämt. Flennen nicht, Peter, sagte nun ruhig der Pfarrer. Wenn es so ist, ändert sich die Geschichte. Habt den Tabak, müssen schuldig bleiben und bin auch dem Andal noch schuldig davon, schluchzte ich, wahrscheinlich mit dem Ärmling über die Augen fahrend, weil so ein Junge selten ein anderes Taschentuch hat. »Narr, narr«, lachte der Pfarrer, »dem lieben Herrgott hast du das Geld gegeben und er hat dich sitzen lassen.« »Ja«, deutete ich mit dem Kopf. »Das scheint nur so, mein Junge«, sagte er und strich mit der Hand mir das Haar aus der Stirn. »Der liebe Herrgott lässt keinen sitzen. Besser verzinst keiner als der. Peter, mich hat's nach der Durchsicht der Opfergaben ohnehin gewundert, dass in meiner Gemeinde einer ist, der um einen ganzen Silberzwanziger Vertrauen zum lieben Gott hat. Konnte mir's aber nicht denken, wer. Jetzt haben wir ihn. Und da haben wir noch einen.« Der Pfarrer machte seine Geldtasche auf, nahm mit zwei Fingern zierlich einen Silberzwanziger hervor. »Es ist zwar nicht der Nämliche. Dem Herrn wollen wir das Seine lassen. Es wächst sich bei ihm auf höhere Zinsen aus, wenn du brav bleibst. Den da, den nimmst von mir und bezahlst deine Schulden. Und wir zwei, die wir heute nähere Bekanntschaft miteinander gemacht haben, wollen gute Freunde bleiben. So, jetzt kannst's zum Krämer gehen.« Der Krämer fand es ganz selbstverständlich, dass ich meine Schuld beglich. Nicht so aber der alte Andal. »Du willst mir da die Acht Kreuzer erstatten?« rief er barsch aus, als ich ihm die Münzen vorhielt. »Lump, Kleiner! Du wirst es weit bringen, wenn du alle mal deine Schulden bezahlen willst. Ja, ja, ich nehm's schon. So was kann ich brauchen. Aber für ein andermal sei gescheiter.« Schulden habe ich später noch oft gehabt, aber gescheiter, wie es der alte Andal gemeint, bin ich nicht gewesen. Er selber war mir ein zu schlimmes Beispiel von dem Erfolg seiner Grundsätze, dass ihm nichts war geblieben als ein bisschen Tabak und ordinärer. Ende von Kapitel 17 Kapitel 18 Das Waldbauernbübel von Peter Rossecker von Peter Rossecker Kapitel 18 Die Zerstörung von Paris und andere Missetaten Ich habe als Kind mir meine Welt, die von Natur höllisch klein war, auseinandergedehnt, wie mein Vetter Simmerl den Katzenbalk, aus dem er sich einen Tabaksbeutel machen wollte. Und es ist bei Gott ein Sack daraus geworden, in welchem all die unglaublichen Phantastereien einer ungezogenen Bauernbubensäle voll auf Platz gehabt haben. Wie ich mir später die Bücher, die ich nicht kaufen konnte, selber machte, so habe ich mir auch die größten Städte der Welt, die ich nicht aufsuchen konnte, selber gebaut. Die jahrelange Kränklichkeit meines Vaters verschaffte mir das Baumaterial. Die Hustenpulver vom Doktor, der spanische Brusttee vom Kaufmann, die Medizinflaschen vom Bader waren stets in Gutes, oft sogar schneeweißes Papier eingeschlagen. Aus diesem Papier schnitzte ich mit der Nähschere meiner Mutter oder, wenn ich diese schon zerbrochen oder verloren hatte, mit jener der Markt, allerlei Häuser, Kirchen, Paläste, Türme, Brücken, bog sie geschickt zur passenden Form und stellte sie in Reihen und Gruppen auf den Tisch. Das gesuchteste Material hierfür waren wohl die alten Steuerbücheln mit ihren steifen Blättern und es kam freilich vor, dass über der ganzen Hauptfronte eines Herrenpalastes das Datum der Schuldigkeit stand oder ein Kirchturm anstatt Fenster und Uhren nichts als lauter Posten der Abstattung hatte. Als es aber ruchbar worden war, dass ich meine Prachtbauten mit den blutigen Steuersummen der Bauern aufführe, da gab es eine kleine Revolution, in dem mein Vater einmal mit der flachen Hand mir einige öffentliche Gebäude unter den Tisch hinabwischte. Eines Tages ging ich einer Hirtenangelegenheit wegen ins Ebenholz hinaus. Ich hatte die Magd ersucht, ob sie mir nicht ihre heilige Monika mit in den Wald leihen möchte. Du lieber Nerisch, hatte die Magd geantwortet, wenn sie nur ganz wär, aber es ist mir die Maus dazu gekommen. Was übrig blieben ist, das magst haben. So nahm ich das Büchlein von der heiligen Monika mit in das Ebenholz. Aber als ich in dem selben zu lesen begonnen hatte, hub im Sack die Nähschere meiner Mutter zu sticheln an. Ob ich die Geschichte von dieser heiligen denn nicht schon längst auswendig wisse. Ob die Maus nicht etwa schon das beste weg genagt hätte. Ob ich mir für diese grauen und angefressenen Blätter eine bravere Verwendung denken könne, als daraus die schöne Weltstadt Paris zu bauen. Ich wollte der alten Nähschere meiner Mutter nicht widersprechen. Nun stand zur selben Zeit im Ebenholz noch die alte Schlagerhütte, die einst ein Bauernhäuschen gewesen und zwischen dem jungen Fichten Anwuchs verlassen und öde hocken geblieben war. Die Fenster waren ohne Gläser, die Tür war aus der Angel gehoben und auf der Schwelle wuchsen Brennnesseln. Die Luft in der Hütte roch ganz moderig und jedes Geräusch widerhallte grell an den Wänden, als wollte das alte Zimmerholz mit dem Eintretenden also gleich ein Gespräch führen. Mir war dieser Bau unheimlich gewesen, bis zu jenem Tage, da mich und unseren Knecht seither war mir die Hütte heimlich und nun ging ich ihr zu, setzte mich an den großen wurmstichigen Tisch und schnitzte aus den Blättern der heiligen Monika die große Weltstadt Paris. Ich stellte die geschnitzten und zurechtgebogenen Häuser in langen Gassenreihen auf und die Gassen und Plätze bevölkerte ich mit blauen Heidelbeeren und roten Preiselbeeren. Erstere waren die Männer, letztere die Frauen. Um das Königsschloss postierte ich Reihen von Stachelbeeren. Das waren die Soldaten. Als der Tisch voll geworden war und ich trunkenen Blickes hinschaute auf die vieltürmige Stadt und ihre belebten Gassen, die ich gegründet und wie ein Schutzgeist beschirmte, dachte ich, die Männlein und Weiblein tun zu viel miteinander um. So soll über diese Stadt einmal eine Straf Gottes kommen. Ein Sturm Wind? Ich blies drein. Hai purzelten ganze Häuserfronten über und über. Sie wurden wieder erbaut. Da endlich aber der Abend kam und meines Bleibens in der Hütte nicht mehr länger sein konnte, sah ich nach, wie ich die Stadt Paris am großartigsten zugrunde gehen lassen könnte. Meine Feuersbrunst. Es waren gerade die Streichhölzer aufgekommen und ich trug ein Päckchen im Säckel. Das Feuer entstand mitten in der Stadt und nach wenigen Sekunden standen ganze Viertel in Flammen. Die Bevölkerung war starr vor Schreck. Das Feuer wogte hin und die Mauern zitterten und die kahlen Ruinen ringelten sich. Da der Königspalast verschont bleiben zu wollen schien, so blies sich die Flamme gegen denselben hin. Wehe, da flogen die brennenden Häuser über den Tisch und auf den Fußboden, wo in der Ecke noch ein Bund Bettstroh lag. Jetzt wurde der Spaß ernst. Das Papier hatte so still gebrannt, das Stroh knisterte schon vernehmlicher und ein greller Schein erhellte die Hütte. Ich wollte eben davon stürzen, als unser Knecht Markus zur Tür hereinsprang und mit einem buschigen Baumwipfel das Feuer tot schlug. Wenn ich mich mit Sängen und Brennen auf den Ätzel hinausspielen wolle, so täte er es dem Kaiser schreiben, dass er mich rechtzeitig köpfen lasse. Von diesen Tage an habe ich keine Stadt mehr gegründet und keine mehr zerstört. Ich ging von der Baukunst zur Musik und Malerei über. Ich hatte bei herumziehenden Musikanten, die vor unserer Haustür uns das Leben schön machten, allerlei Seiteninstrumente kennengelernt. Ich hatte einen alten Hafenisten nach Beendigung seines Ständchens sogar einmal angesprochen, ob er es für einen Sechser erlauben könne, dass ich mit ihm zum nächsten Nachbar gehe, um sein Spiel dort noch einmal zu hören. Worauf der Künstler antwortete, für einen Sechser bliebe er an unserer Tür stehen und spiele, solange ich wolle. Damals ist mir der ganze Wert unserer legierten Silbersechser zum Bewusstsein gekommen. Nun hatten wir aber an jenem Tage in unserer Stube einen alten brummigen Schuster und der hatte gerade seinen Kopfweh Tag. Als ich dann vor dem spielenden Musiker die Hände in den Hosentaschen dastand, die Zehen in den Sand bohrte, gleichsam als wollte ich mich einwurzeln, sprang plötzlich der Schuster mit grün-gelbem Gesicht zur Tür heraus und ließ einen tollen Fluch fahren über das verteufelte Geklimper. Mitten in der Herrlichkeit brach der Hafner das Spiel ab. Für einen solchen Bass sei sein Instrument zu fein, meinte er, rückte die Harfe auf den Buckel und ging davon. Seit jenem Tage schreibt sich mein Hass gegen die Schuster, die ihren Kopfweh Tag haben. Die Harfe ging mir nicht aus dem Kopfe. In unserem Rübenkeller stand ein altes Fässchen, das mein Vater beim Stockerwirt allemal für die drei Faschingstage mit Apfelmost füllen ließ. Nun war es längst leer und diese Leere kam mir zu statten. Ich stülpte das Fässchen auf, zog über den Boden Zwirnsfäden wie Saiten, so dass diese je nach ihrer Länge einen verschiedenen Ton gaben, wenn ich sie mit dem Finger berührte. Da hatte ich ein Seiten Instrument mit dem respektabelsten Resonanzboden. Doch erinnere ich mich nicht mehr, inwiefern ich damit meinen musikalischen Hang ausgebildet habe. Ich weiß nur, dass zum nächsten Fasching, als ich unseren tanzlustigen Mägden auf meiner Harfe was aufspielen wollte, wieder frischer Most in dem Fässchen war. In den selben Jahren hatte ich mit einem jungen Studenten Bekanntschaft gemacht, mit dem Söhnlein eines Nachbars, welches in Graz auf geistlich studierte, auf die Vakanzen stets nach Hause kam und Reichtümer mitbrachte. Ich erwarte mir des Studenten Gunst, indem ich ihn öfters auf unseren Schwarzkirschbaum lud, wo es zu schnabulieren gab. Der Student riss zwar ein um das andere Ästlein ab, um zur süßen Frucht zu gelangen, aber mein Vater, der sonst solcherlei Verstümmelungen scharf ahndete, war der Meinung, einem angehenden Priester dürfe man nichts verwehren, er würde dereinst den Kirschbaum schon in sein Messopfer einschließen, dass er gedeie und immerwährend fruchtbar sei. Der Student war für solche Rücksichten erkenntlich und stellte mir all seine Bücher, Landkarten, Schreib- und Zeichensachen zur Verfügung. Als sich der angehende Theologe mit den Büchern auf sein Hirtenamt vorbereiten sollte, übte ich mit ihnen das meine bereits aus. Doch ließ ich meine Kühe und Ochsen Rinder sein, lag im grünen Grase und las. Oh, ihr armen Bücherwürmer in den staubigen Bibliotheken, ihr habt gar keine Ahnung davon, was im Waldschatten ein Buch ist. Viele Bücher würden leicht auch den im Walde liegenden beunruhigen, verwirren und entmarken, aber ein Buch genießt man dort ganz aus und gedeiht dabei. Ich denke hier an das Lesebuch für die Gymnasialklassen, reich an Gedichten und Aufsätzen von deutschen Dichtern. Ich konnte es nicht einmal ganz verstehen, aber es wirkte tiefer auf mich als alle spätere Leserei zusammen. Als die Kirschen alle waren und die Blätter des Baumes gelb wurden, packte der Student seine Bücher zusammen und ging wieder in die Studie. Einmal ließ er mir ein Kästchen mit Wasserfarben zurück. Jetzt schnitt ich mir eine kleine Haarlocke vom Haupte, band sie an ein Stäblein und mit solchem Pinsel begann ich zu malen. Eine große Anzahl der heiligen Bildchen, die heute noch in verschiedenen Gebetbüchern der Gegend zu finden, ist mit meinem Haar gemalt worden. Die Leute haben sich hell verwundert, wenn sie mir zugeschaut und gesehen, wie man mir nichts, dir nichts, die Mutter Gottes macht. Einmal kam der alte Schneiderjacke Küster von Krieglach in unser Haus, um den Pfarrer zehend abzuholen. Der sah mich malen. Na, sagte er fortwährend, aber da gehört was dazu. Jetzt malt so ein kleiner Schlingel der himmlische Leut und dass es eine Form hat. Ein hellrotes Quandel, schönes, ein Gesicht, wie er aber das Gesichtel macht, die ganze Fleischfarb und Göscherl und die Augen, die blauen, wie sie auslugen? Spitzbub du! Freilich, den heiligen Glanz auch, na, der darf nicht fehlen. Wäre nicht ganz, wenn der fehlen tät. Schon eine Menge so Bildeln hast da. Bist aber ein Kreuzköpfel, du musst schon ein Maler werden. Alles von dir selber hast gelernt? Ist viel, ist viel das. Schau, das tät's nicht, die Bildeln muss ich alle mitnehmen, es tät nicht anders, die müssen ihre heilige Weih kriegen. Dank dir Gott, Schwarz Künstler Kleiner. Vor meinen Augen tat er die Bildchen, es waren deren allerlei und eine große Anzahl, zusammen schob sie in seinen Sack und ging davon. Mir blieb der Verstand stehen. Aber mir schwoll der Kamm, als ich bald darauf hörte, der Küster hätte bei seiner Wallfahrt mit der Krieglacher Kreuzschar nach Maria Zell meine heiligen Bilder am Gnadenaltar weihen lassen und sich hiernach an die Wallfahrer verteilt. Unter anderem ist später auch der alte Riegelberger in den Besitz eines solchen Heiligtums gekommen. Er soll es allemal, so oft er sein Gebetbuch aufschlug, geküsst haben. Als er aber erfuhr, von wem das Bildchen herröhre, ist er schnurgerade in unser Haus gegangen und hat mich zur Rede gestellt, warum ich mit heiligen Dingen Frevel treibe, ob ich es vielleicht leugnen wolle, geweihte Sachen hätte ich gemalt. Ja, sagte ich, wenn ihr das Kalb auf den Kopf stellt, wird es freilich den Schweif in die Höhe recken. Willst mich höhnen, Bub? Die Bilder sind zuerst gemalt und nachher geweiht worden. Es hielt möchte er das schlechte Zeug, wenn es ihm um die heilige wei nicht leid täte. Ein andermal hatte ich mit dem selben Mann eine viel gefährlichere Begegnung. Es waren zur Zeit noch die kleinen Papierzähner im Land. Ein solches Notlein habe ich wundershalber einmal nachgemacht. Dem Knecht Markus kam es zu Augen, der schmunzelte das Streifchen an und ersuchte mich, dass ich es ihm ein wenig leihe. Einen Tag später begegnete ich auf dem Feldwege dem Riegelberger. Er grinste mich schon von Weitem an und lächelte mir dann freundlich zu. Büberl, du wirst aufgehängt. Ihr meint, weil ich die heilige Magdalena gemalt habe? Oh, die lasst keinen hängen. Aber die falschen Banknoten? Ja, lieber Freund, einen habe ich von dir in der Brieftaschen und gehe gerade mir jetzt dafür Tabak kaufen. Ich denke, dass ich über diese Mitteilung sehr erschrocken bin, aber in dem selben Augenblick ist mir ein Gedanke durch den Kopf geflogen, den ich einfing, weil er mir nicht schlecht vorkam. Erschrocken bin ich nur, weil ihr den schrecklichen Frevel begehen wollt. Möcht wissen, wieso ich? Das Papierzähnerl, das ihr von mir in der Brieftaschen habt, ist unter meine heiligen Bilder gekommen, ist in Zell geweiht worden. Geh, geh, das Geld nimmt keine Weih an, versetzte der Regelberger. Das Geld freilich nicht, das weiß ich, aber mein Zehner ist keins. Und ihr wollt euch für geweihte Sach Tabak kaufen? Ist schon recht, probiert es nur. Werdet schon sehen, wie euch ein solcher Tabak in die Nase beißen wird. Du Bub, rief er, wenn du alleweil nur Leut foppen willst. Er zog die Brieftasche hervor, das Papierstreifchen heraus, auch den Tabaks Beutel und sagte, auf ein Pfeifferl habe ich noch in der Plada. Was gibst mir zu Lohn, wenn ich mir das Pfeifferl mit deinem neuen Zehner anzünde? Dir zu Gnaden tu ich's und jetzt geh und Arbeit was, bist schon groß genug dazu. Ich, wenn ich dein Vater wäre, wollte deine Farbeleien und Schmierereien schon vertreiben. Arbeiten, dass die Schwarten krachen, ist gescheiter. Es ist doch der beste Rat gewesen, den er mir hätte geben können. Er ist auch gar bald befolgt worden. Aber in den Feierabendstunden habe ich meine kindischen Spiele und künstlerischen Beschäftigungen getrieben, weit über die Kindesjahre hinaus. Und wenn ich meine heutigen Taten betrachte, es ist alles nur Versuch und Spiel. Es war ein kleines Kind, es ist ein großes Kind. Ich bin damit zufrieden. Ende von Kapitel 18 Kapitel 19 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das Waldbauernbübel von Peter Der Ehrentag des Fedelschneiders Am Frauentage im Advent, noch in dunkler Morgenstunde, gingen sie in die Kirche zum Engelamt. Der Toni, der Seppel, der Festel, der Hansel, die Jola, die alte Kundel und der Schneider, der Fedelschneider genannt, weil er immer wie auf Federn ging und hüpfte, weil er federleicht in den Lüften schwebte und eigentlich nie zur Erde fiel, auch wenn er im Rangeln und Ringen hingeschleudert wurde. Gleich einem losgelösten Federlein schwamm er in allen vier Winden dahin und hängen blieb er nur am Faden seiner Werkstatt und manchmal an den Haarflechten eines rundwangigen Dirndls. Also dieser Federschneider war auch dabei. Als sie auf dem eisigen Steg über die Fräsen gingen, tat die alte Kundel einen Schrei und Plätsch lag sie auch schon im Wasser. Sofort wollten die Burschen heldenmütig in den Bach springen, um das arme Weiblein zu retten, aber der Toni sagte, das Wasser sei zu kalt, man könne sich leicht eine schwere Krankheit holen. Der Seppel meinte, der Fluss sei zu tief, man sinke gewißlich unter. Der Festel meinte, wenn weiterhin das Eis nicht wäre, aus welchem der etwa unterhalb hineingeratene Christenmensch nicht hervor könne, so würde er es sehr gerne wagen, die Ertrinkende zu retten. Und der Hansel glaubte, es sei ohnehin schon zu spät. Der Federschneider sagte, Na warte, alte, dich will ich bald haben, lief das Ufer entlang, bis zur Stelle, wo das Weiblein wie eine dunkle Kugel dahin ran, dort stürzte er sich ins Wasser und bald hatte er seine Beute im Trocknen. Beleuchtet wurde der Hergang vom untergehenden Mond. Der Toni und der Seppel und der Festel und der Hansel trugen die alte Kundel in die warme Stube des Müllers und spielten sich bescheiden als die Retter auf. Nur die Jula wollte wahrhaben, das ist der Schneider sei. Ha, der Federschneider, lachten sie, für den ist's freilich keine Kunst ins Wasser zu hüpfen, der kann nicht untergehen, den tragt der Wind allemal wieder in die Höhe. Die Weilen schwepperte der pudelnasse Schneider mit den Zähnen, bis ihn die Müllerin ins Ehebett legte. Für ihn war's aber keins, und so schlummerte er ein. Drei Wochen später war beim Stockerwirt ein Fest. Auf der Kanzel war es bekannt gemacht worden, am unschuldigen Kindertag solle die Gemeinde Gott und einem Menschen zu Ehr auch einmal eine weltliche Lustbarkeit abhalten. Die Leute möchten zusammen kommen am Nachmittage beim Stockerwirt, dort würde gesungen, gegeigt und geblasen werden, und der Bezirksvorsteher von voran würde sich einfinden, um dem braven Justus Alland die von einem Wohltäter gestiftete Rettungsmedaille an die Brust zu heften. Dem Justus Alland wer ist denn der? fragten die Leute einander. »Jesseleß, das ist ja der Federlschneider, der die alte Kundel aus dem Bach gefischt hat. So, der kriegt einen Stern auf die Brust, wie der Kaiser Josef einen hat gehabt, wenn er den Mantel auseinander geschlagen hat. Na, was sie mit so einem Schneider für Geschichten machen. Hätt unser eins das bissl Weibsbild herausgezogen, da täht gewiß kein Hund weiter einen Bella machen deswegen. Aber ein anderer gab das Wort aus, dabei wollen wir doch sein, wenn der Schneider gefoppt wird. Und so ist am unschuldigen Kindertag ein großer Zusammenlauf gewesen beim Stockerwirt am Alpsteig. Auch von unserem Hause war alles dort, selbst Vater und Mutter, die sonst nie ins Wirtshaus gingen, denn der Vater hatte kein Geld und die Mutter keinen Durst, und bei solchen Zuständen ist's daheim kurzweiliger als im Wirtshaus. Aber diesmal, so meinte mein Vater, diesmal müsse die Tapferkeit estimiert werden. Wenn man schon den Soldaten ein Ehrenfest gibt, die vom Leut umbringen heimgekommen, so wird man einem Lebensretter auch was Rechtschaffenes antun dürfen. Dazu fügte es sich, daß der Schneider Justus für die nächste Woche bei uns auf die Stär geladen war, da sollte er nicht sagen dürfen, der Waldbauer, dem er das Gewand mache, hätte sich bei seinem Ehrentag nicht blicken lassen. Wir hatten an demselben Tage Besuch erwartet. Der Jagerschwager hatte Jagerschwager hatte Post schicken lassen, er wolle um die Weihnachtsfeiertage zu uns kommen, um einmal meiner Mutter ihr kleines Kinderwerk anzuschauen und vielleicht auch das Schneiderfest mit zu begehen. Der Jagerschwager kam aber nicht an demselbigen Tage. Die Mutter ging erst gegen Abend zum Stockerwirt, nachdem sie die Haustiere und uns Kinder abgefüttert hatte und Anordnung getroffen, wie wir das Nachtgebet sprechen, dann das Licht auslöschen und hübsch ins Bett gehen sollten. Ich, damals schon so groß, daß man zwei Wickelkinder aus mir hätte machen können, wurde daher aufgestellt zum Verwalter über meine drei jüngeren Geschwister. Das gab mir für den Abend unermessliche Vorteile. Ich durfte nach Herzenslust auf dem Kopf verstehen, was sonst verboten war, seitdem damals mit den Füßen in der Luft ein Fenster in Scherben geschlagen worden war. Ich durfte unbedenklich der Schwester Plonall einen Husarenschnurrbart unter das Naselein malen, und ich durfte die Lebkuchen aufessen, die uns drei Tage vorher das Christkind in alle Hosen und Rocksäcke gesteckt hatte, während wir geschlafen in der Heiligen Nacht. Aber siehe, mein Leser, der Ehrgeiz, nun stellte ich die Verwaltungswürde höher als die persönlichen Neigungen und blieb durchaus anständig. Ich machte meinen Geschwistern sogar den Vorschlag, für diesen Abend auch die schönen und guten Lebkuchen zu schonen, denn sobald der süße Kuchen mit den weißen Mandeln verzehrt sei, hätten die Weihnachten ein Ende, und darum predigte ich jetzt Entsagung. Meine Geschwister zeigten sich einverstanden, aber nicht leichten Herzens, und die kleine Plonall hub schon an, den lebzeltenen Reiter mit den weißen Zuckerstriemen abzulecken, woraus die Entwicklung eines intimen Verhältnisses zu befürchten war. Mit nachgerade väterlichem Ernst nahm ich ihr den Reiter aus der Hand und die Kuchen wurden alle in ihre Schüsselchen und Körbchen gelegt und auf den Kasten gestellt. Hernach forderte ich meine Untergebenen auf, hübsch vor dem Tische niederzuknien und ihre Abendgebete zu beten. Ich tat des gleichen und kam mir dabei großartig vor. Bald darauf losch ich vorschriftsmäßig das Licht aus und wir krochen in unsere Bettchen. Meine Geschwister waren bald daheim beim himmlischen Vater und seinem Christkinde. Ich hatte die Augen noch eine Weile offen und betrachtete das blasse Schneelicht, das zu den Fensterchen hereinschimmerte. Dachte auch an den tapferen Schneider, der sein Kreuzlein oder Sternlein oder was weiß ich schon an der Brust haben werde, zum Andenken, daß er gleichsam einen Menschen wieder erschaffen hat, der schon des Todes gewesen. Allerdings war diese Schöpfung ein altes runzeliges Weiblein, während Gott lauter kleine, herzige Kinder erschafft. Aber für den Fedalschneider ist das schon viel. Es knarrte die Haustür. Mein Schrecken war nicht sehr groß, weil ich dachte, daß Vater und Mutter hereintreten würden. Es waren aber nicht die bekannten sicheren Schritte, was jetzt langsam durch das Vorgelass siffelte, sich manchmal dumpf polternd an den Flax Truhen und Krautkübeln stieß, und es war nicht die Hand des Vaters, die jetzt tastend die Klinke der Stubentür fand. Langsam gingen diese auf, aber in der Dunkelheit konnte ich nicht sehen, wer da hereinkam. Es war ein unheimlicher jemand, der jetzt neben dem Uhrkasten wie lauernd stehen blieb. Dann pochte er mit einem Stock auf den Boden und nun hob eine schauerlich fremde Stimme an zu knurren. Ist denn da keine Menschenseel daheim? Oder ist das alte Waldbauernhaus einmal ausgestorben? Dann lauerte er wieder. Endlich hub er an, mit Stahl und Stein Feuer zu schlagen und beim Blitzen der Funken sah ich ein großes glutrotes Gesicht mit weit auseinandergezogenem Mund und fletschenden Zähnen. Eine Erscheinung, wie ich sie noch mein Lebtag nicht gesehen hatte. Mein erster Gedanke war Menschenfresser. Die Hammerschläge meines Herzleins hüpften bis in die Schläfe hinauf. Zu sterben war ich allenfalls entschlossen, denn ich hatte damals schon von dem Gerüchte gehört, daß alle Menschen sterben müßten. Aber aufgefressen zu werden, das war mir äußerst peinlich. Plötzlich hatte er Licht gemacht, und nun stand das Ungetüm in seiner ganzen Wesenheit da. Es war beiläufig so groß wie ein Mensch, hatte auch Füße, die in Wadenstrümpfen und Bundschuhen starken, hatte Hände, deren eine den Stock und deren andere ein Bündel trug. Den Kopf bedeckte ein breitkrempiger, hoher Spitzhut mit mächtigem Federstoß. Hassassah, rief der Fremde jetzt, als er sich in die Runde drehte, da liegen sie ja herum, die Kindlein, die Unschuldigen, die Lieben, die Dummen. Die unschuldigen Kinder sucht er, am Ende ist's der böse König Herodes, und es war ja gerade unschuldig Kindertag. In der kurzen Lederhose zur linken stag richtig ein langes Messer. Hörst, junge Brut, wo hast du deine Vater und Mutter? fragte der Schreckliche und kam nahe an mein Bett heran. Ich wollte Bescheid geben, brachte aber aus Angst keinen Ton hervor. Was schaust denn so geschreckt? sagte er lachend. Fürchten, Schappall, beim Stockerwirt, na freilich, ich mag aber nimmer nachgehen, mir sind die Läufeln höllisch steif geworden vom Pusterwald her, aber Hunger wie ein Wolf, hörst, Bubal? Nun hatte ich keine Angst mehr, es war der Jagerschwager und kein anderer. Er setzte sich an den Tisch, zündete mit seiner Lunte das Kerzenstümpflein an und begann sachte umher zu spähen. Ist denn gar nichts übrig geblieben vom Nachtmahl? fragte er laut. Habt ihr denn alles aufgegessen, ihr Siebenfraße? Und an den alten Vetter gar nicht gedacht? Seit Herrgotts früh keinen warmen Löffel im Magen und keinen kalten auch nicht. Werdet doch ein Stück Brot in der Lad haben. Während er die Tischlade auszog, um nachzusehen, schlüpfte ich ins Höslein und in der Hose stak der Mut. Ich ging hinaus in die Küche, suchte nach Milch, nach Speck oder nach einem Rest von Heidensterz, den wir zu Mittag auf den Tisch bekommen hatten. Nichts. Der Mann bemühte sich mit mir, gab mir gute Worte, nannte mich ein sauberes, gescheites Bübel, aber wir fanden trotzdem nichts als drei Eier im Kasten, die er sofort mit den Zähnen aufschlug und austrank wie Wasser. Die Kerze in der Hand beleuchtete seine Tat. Aber was wird deine Mutter sagen, wenn sie morgen sieht, dass der Eiermarder ist da gewesen? So fragte er und schaute mich nachdenklich an, setzte aber gleich bei, weißt du nicht, kleines Vetterlein, hat deine Mutter noch andere Eier oder Hühner? Heute verspeise ich sie mitsamt den Federn meiner Seele. Es wurde mir wieder unheimlicher, wenn sie nur endlich heimkommen täten vom Stocker wird. Der Schneider wird sein Kreuzel ja haben, was tun sie denn noch? Lustbarkeit treiben, die weilen daheim der schreckliche Jagerschwager eingefallen ist und alles verzehrt, die Eier, die Hühner, die Kälber, die Kinder? Hopsal! schrie der Mensch jählings auf. Da gibt's ja was! Er hatte unsere Lebkuchen entdeckt auf dem Kasten. Das ist gescheit, sagte er und nahm ein Schüsselchen auf den Tisch herab. Seid's wohl recht brav, Kinder, daß ihr für den Jagerschwager auch was übrig gelassen habt. Ein großes Herz mit lieblicher Zier, ich hätte einen halben Tag lang mit Andacht daran genascht, der Gewalttätige steckte es mit einem Mal in den Mund. Das süße Zeug, murmelte er unwirsch, aber in der Not frisst der Jager Lebkuchen. Dann kam ein schönes achteckiges Stück mit Mandeln an die Reihe, dann kam der Plonall ihr Ross und Reiter dran und endlich zwei lebkuchene Wickelkinder mit weiß gestreiften Fatschen und schwarzen Honig Augen. Jedes Stück ward verschlungen mit einem einzigen Schluck meine und meiner ahnungslos schlummernden Geschwister teure Weihnachtshabe sah ich rettungslos zugrunde gehen. Als das eine Schüsselchen geleert war, nahm er das zweite vom Kasten. Schau du, da ist ja noch was, rief er freudig und aß zuletzt auch den Inhalt des Körbleins auf. Und als alles dahin war, wischte er sich mit einem blauen Sacktuche den Mund und die Finger ab und sagte so, der erste Hunger wär gestillt. Jetzt wird ein Schluck gut tun. Wo habt ihr denn euren Schnaps? Sag, Kind Gottes, hat dein Vater keinen Brandwein im Haus? Nicht? Nicht einmal einen Schnaps? Na, hörst du, das ist eine saubere Wirtschaft. Da wird's freilich allerweil kleine Kinder geben, weil sie nicht groß und stark werden können, ohne Schnaps. Ja, sag mir doch, Zwerg, wovon lebt ihr denn eigentlich? Offen gestanden, das wußte ich selbst nicht. Wir arbeiteten, wir aßen, wir schliefen und starben nicht. Wir lebten sogar recht frisch und munter, mit Ausnahme zu dieser Stunde, wo der unerhörte Hunger des Jagerschwagers unsere Existenz mit einem Mal zu vernichten drohte. Nachdem lange vergeblich auf die Heimkehr der Eltern gewartet worden war und auch die Kerze schon geendet hatte, so dass wir im Dunkeln saßen, fing der Jagerschwager an, über die Sittenlosigkeit dieses Hauses aufzubegehren. Da sieht man's, wie ein Schnaps im Haus, so brauchten sie nicht ins Wirtshaus zu gehen. Nachher kam die Frage der Liga statt. Ich schlug die Strohkammer vor, da wäre es ihm zu kalt. Den Kuhstall, da wäre es ihm zu dunstig. Die Ofenbank, da wäre es ihm zu hart. Den Herd, da fürchtete er die Schwabenkäfer. Wie glücklich, als zuletzt Vater und Mutter doch nach Hause kamen. Der Vater nannte den fremden Mann Schwager, die Mutter nannte ihn Bruder, und beide fanden es sehr brav, daß er gekommen sei, uns einmal heimzusuchen. Im blauen Bündel hatte er nichts zum Essen mitgebracht, wohl aber etwas zum Kochen, nämlich Kienholz, wie es damals von den Köchinnen als Zunder verwendet wurde. Kienholz brachte er sinnig der Schwester zum Weihnachtsgeschenk. Ob sie es noch an demselben Abend benutzt, ob der Jager noch etwas zu Essen bekommen hatte, oder welche Ligastadt ihm eingeräumt worden war, das weiß ich nicht mehr, denn mit meiner Würde habe ich auch die Sorgen zurückgegeben. Das Ehrenfest des Schneiders beim Stockerwirt war misslungen. Begonnen hatte es auf die erfreulichste Weise, viele Leute, prächtige Blechmusik, verzuckertes Getränke, Der Herr Pfarrer von Katrain war vorhanden und rauchte seine lange Pfeife, was allemal ein Zeichen seiner besonderen Nachsicht war. Wenn der Pfarrer die lange Pfeife schmauchte, da durfte getanzt werden, da durften die Burschen Schnaderhüpfeln singen, ihre Dirndeln unter die Achseln anfassen und hoch in die Luft heben. Der Pfarrer bastelte an der Pfeife um und tat als merke er nichts. Einer der lustigsten war der Federschneider, der flog heute tatsächlich mehr, als er ging oder saß. Trinken tat er nichts als ein Glas Apfel mußt. Wein war ihm unheimlich. Wein war der einzige Gegner, der ihn entschieden zu Boden brachte. Aber das gelang nicht oft. Starke Getränke hasste er wie höllisches Feuer. Es war ihm so auch hübsch warm. Tanzen, das war seine Passion, und kaum berührte er dabei mit den Zehenspitzen den Boden. Dazu konnte er zierlich pfeifen, machte allerlei Vögelein nach, so daß es war wie mitten im Mai. Die schlanken Burschen vergleichbar mit blühenden Lerchstämmen, die Dirnlein mit Rosenstöcken. Als der Abend dunkelte, kam der Wagen des Bezirksvorstehers angefahren. Das machte den Schneider stutzen. Er hatte geglaubt, das wäre nichts als eine gewöhnliche Tanzunterhaltung, denn man hatte ihm gesagt, sein Ehrentag wäre verschoben worden auf ein anderes Mal. Er hatte nämlich verlauten lassen, wenn sie mit ihm Geschichten machen wollten, da müßten sie ihn wohl erst mit den Gendarmen ins Wirtshaus holen. Und Und als nun die Lichter angezündet waren, die Lustbarkeit etwas gedämpfter wurde, und der Bezirksvorsteher an seinem weißgedeckten Tische eine feierliche Würde hervortat, da war der Federschneider nicht zu finden, war nicht oben und war nicht unten, nicht drinnen und draußen. Sein Hut war auch weg, und wie ein Schreckhauch ging's durch das ganze Haus, der Schneider ist durchgegangen. Sie haben angefangen, ihn zu suchen, zu suchen im Stockerhause und seiner Umgebung, bei den Nachbarhäusern, im Almbauernhof, wo er sein Wohnzimmer hatte. Aber der Federschneider, der konnte so zierlich pfeifen, das haben sie gemerkt, aber leider nicht gehört. Die Leute blieben beisammen bis spät in die Nacht, in der Erwartung, dass man endlich doch des Flüchtlings habhaft werden würde, um ihm sein Recht anzutun. Am schlimmsten war der Gemeindevorstand dran, der dicke, ehrenwerte Thomeggel. Der hatte eine große Rede im Leib, und die ging ihm im Kopf herum wie ein Rad. Wenn der Schneider nicht zustande gebracht wurde, so mußte der würdige Mann mit samt seiner Rede ins Bett, und es war kein Absehen, wann er sich ihrer entledigen konnte. Als dann der Schneider nicht eingebracht wurde, hat der Bezirksvorsteher dem Pfarrer ein zartes Paketlein übergeben. Wenn der Schneider einmal die Gnade haben würde, vorhanden zu sein, dann möchten es seine Hochwürden ihm anhängen. Die Leute haben sich hernach allmählich verzogen, und so sind auch mein Vater und meine Mutter nach Hause gekommen, ärgerlich darüber, ihre fünf Groschen für Wein und zwei Semmeln umsonst ausgegeben zu haben. Am nächsten Morgen kam frühzeitig jemand zu uns ins Waldbauernhaus und wer war es? Der Federschneider. Er hatte sein Werkzeug bei sich, nahm dem Vater und mir das Hosenmaß und begann am großen Stubentische ruhig zu arbeiten, als ob weiter nichts wäre. Er war im Werktagsgewande, das als solches weit netter und adretter stand, als anderer Sonntagsgewand. Er war ein durchaus niedliches und überaus bewegsames Herrlein, schon ziemlich in jenem Alter, wo der Mensch nicht mehr das Haar von vorne nach rückwärts kämmt, um eine hohe Stirn zu gewinnen, sondern von hinten nach vorn, um einer ungeziemend hochwerdenden Stirn möglichst zu steuern. Im Übrigen war er glatt rasiert und kaute an einem Fadenstümpfchen, dessen äußeres Ende bunter auf- und niederschlug, während er auf den braunen Loden mit der Kreide allerhand Striche und Halbkreise zog, als eine Wegmarkierung für die nachfolgende Schere. Beim Mittagessen nahmen der Schneider und der Jagerschwager die Ehrenplätze ein. Und während Letzterer bei Knödeln und Geselchtem, das am Abend zuvor Vermisste, reichlich einzubringen suchte, sagte mein Vater plötzlich ganz vorwurfsart, Na, der Schneider hat uns gestern sauber sitzen lassen beim Stockerwirt. Oh, na, freilich, entgegnete der Angeredete, ich werd just der Narr sein und mich eine Weile ansingen lassen. Der Schneider hätt halt sein Ehrenzeichen bekommen. Mir ist auch so schön warm, antwortete dieser und aß gar emsig mit der Gabel Krautfasern. Mit der Gabel heißt's nichts, unterbrach der Jagerschwager den Schneider belehrend. Mit dem Löffel muß man in die Schüssel fahren, sonst zahlt sich's nicht aus, so macht man's. Und er erhärtete seinen Unterricht mit einem praktischen Beispiel. Mein Vater aber fuhr fort, da meint's ihm der Kaiser so gut, daß er ein Ehrenkreuzel schickt, und der Herr Bezirksvorsteher fahrt so weit her, und die Leut laufen zusammen, und alles für die Katz. Jetzt hätte aber ein anderer die Gabel weggelegt, und hätt in schönem Ernste folgendes gesagt, Meine lieben Herren, wenn ihr glaubt, daß ich die alte Kundel aus dem Wasser gezogen habe, damit ich auf die Brust das Kreuzel krieg, so irrt ihr sehr. Ich hab's getan aus Menschen Pflicht, ohne Gedanken auf Lohn und Ehr, und ich will mich für meine selbstverständliche Tat nicht feiern lassen, die weil manch anderer mit größeren Verdiensten unbedankt seiner Wege gehen muß. Lasset mich meine bescheidenen Werke der Nächstenliebe im Verborgenen vollbringen und mich jenen schönen Lohn genießen, der im eigenen Gewissen liegt. Solche Rede hätte er ganz gut auch vor dem Bezirksvorsteher halten können, nachdem das güldene Ehrenzeichen schon am Rockflügel gehangen wäre. Die Leute hätten vor Rührung geweint und dann ausgerufen, dieser kleine Schneider hat ein großes Herz wie ward und am Ende wäre es gar noch in die Zeitung gekommen. Aber unser Federschneider hat die schöne Rede dort nicht gehalten und hier nicht. Er hat nichts getan als Kraut gegessen mit der Gabel. Da schleuderte der Jagerschwager jäh seinen großen Löffel weg, hieb seine Hand schwer auf die zarte Achsel des Schneiders und brüllte Mensch du gefallst mir und pass auf was ich dir jetzt sag Ich bin der Forstjäger vom Pusterwald und du sollst von mir was bekommen Gib Acht Was du von mir kriegst das wird ein bisschen was besseres sein als ein Kreuzel oder ein Sterndel oder ein Münzel oder was weiß ich für Tandel Mandel Nicht umsonst sollst du ins kalte Wasser geflogen sein Du kriegst was von mir Es war ein geradezu erhebender Augenblick Und die Mutter sagte auch ein Wort Wenn ein Mensch so demütig ist da verdient er erst recht was Schönes Der Jagerschwager nickte noch wiederholt mit dem Kopf sagte aber nichts mehr als Schneider du kriegst was von mir Und um Heiligen Drei König kam vom Pusterwald her der Bote gegangen Er fragte dem Schneidermeister Justus nach Er trug im inneren Sack seines Mantels einen schweren Gegenstand Als er denselben niederließ im Almbauernhof vor dem Schneider auf dem Tisch da war's noch wie eine verhüllte Kunststatue Als aber das blaue Tuch abgenommen ward da stand ein bauchiger Schnapsplutzer da Den schickt der Forstjäger aus dem Pusterwald Der Federschneider soll ein langes Gesicht gezogen und dann nachgedacht haben ob er nicht irgendwo auf der Welt einen grimmigen Feind hätte Er fand aber keinen dem er den Plutzer hätte versetzen mögen Hingegen hieß es daß die alte Kundel sich gar nicht mehr erwärmen könne seit jenem kalten Bad in der Friesen Dem alten Weiblein schickte der Schneider den Brandwein Immer einmal ein kleines Schlüpferl Ende von Kapitel 19 Kapitel 20 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das Waldbauernbübel von Peter Rosägger Wie der Meisensepp gestorben ist In meinem Vaterhause fand sich die Lebensbeschreibung Jesu Christi, seiner Mutter Marie und vieler Heiligen Gottes, ein geistlicher Schatz von Pater Kochem. Das war ein altes Buch, die Blätter waren grau, die Kapitelanfänge hatten wunderlich große Buchstaben in schwarzen und roten Farben, der hölzerne Einbanddeckel war an manchen Stellen schon wurmstichig, und eine der ledernen Klappen hatte die Maus zernagt. Seit vielen, vielen Jahren war im Hause niemand gewesen, der darin hätte lesen können. Was Wunder, wenn die Tierleinbesitznahmen von Kochems Leben Christi und aus dem geistlichen Schatz ihre leibliche Nahrung zogen. Da kam ich, der kleine Junge, verjagte die Würmer aus dem Buche und fraß mich dafür selber hinein. Täglich las ich unseren Hausleuten vor aus dem Leben Christi. Den jungen Knechten und Mägden gefiel der neue Brauch just nicht, denn sie durften dabei nicht scherzen und nicht jodeln. Die älteren Hausgenossen aber, die schon etwas gottesfürchtiger waren, hörten mir mit Andacht zu. Und das ist, sagten sie, als wenn der Pfarrer predigen täht, so bedeutsam ausführen und so eine laute Stimm. Ich kam in den Ruf eines Vorlesers und wurde ein gesuchter Mann. Wenn irgendwo in der Nachbarschaft jemand krank lag oder zum Sterben, oder wenn er gar schon gestorben war, so daß man an seiner Leiche zur Nacht die Totenwache hielt, so wurde ich von meinem Vater ausgebeten, daß ich hinginge und lese. Da nahm ich das gewichtige Leben Christi-Buch unter den Arm und ging. Es war ein hartes Tragen, und ich war dazu mal ein klein winziger Knirps. Einmal spätabends, als ich schon in meiner kühlen und frisch duftenden Futterkammer schlief, in welcher ich zur Sommerszeit bisweilen das Nachtlager hatte, wurde ich durch ein Zupfen an der Decke von unserem Knecht geweckt. »Sollst sein geschwind aufstehen, Peter, sollst aufstehen. Der Meisensepp hat seine Tochter geschickt. Er laßt bitten, du sollst zu ihm kommen und ihm was vorlesen, er wollt sterben. Sollst aufstehen, Peter.« So stand ich auf und zog mich eilends an. Dann nahm ich das Buch und ging mit dem Mädchen von unserem Hause aufwärts über die Heide und durch die Waldungen. Das Häuschen des Meisensepp stand einsam mitten im Wald. Der Meisensepp war in seinen jüngeren Jahren Reuter und Waldhüter gewesen. In letzterer Zeit hatte er sich nur mehr mit Sägeschärfen für Holzhauerleute beschäftigt. Und da kam plötzlich die schwere Krankheit. Wie wir, ich und das Mädchen, in der stillen, sternenhellen Nacht so durch die Ödnis schritten, sagten wir keines ein Wort. Schweigend gingen wir nebeneinander her. Nur einmal flüsterte das Mädchen, »Lass her, Peter, ich will dir das Buch tragen.« »Das kannst nicht,« antwortete ich, »du bist ja noch kleiner wie ich.« Nach einem zweistündigen Gang sagte das Mädchen, »dort ist schon das Licht.« Wir sahen einen matten Schein, der aus dem Fenster des Meisenhauses kam. Als wir diesem schon sehr nahe waren, begegnete uns der Pfarrer, der dem Kranken die heiligen Sakramente gereicht hatte. »Der Vater, wird er wieder gesund?«, fragte das Mädchen kleinlaut. »Ist noch nicht so alt,« sagte der Priester. »Wie Gott will, Kinder, wie Gott will.« Dann ging er davon. Wir traten in das Haus. Das war klein, und nach der Art der Waldhütten standen die Familienstube und die Schlafkammer gleich in der Küche. Am Herd in einem Eisenhaken stag ein brennender Kienspan, von dem die Stubendecke in einen Rauchschleier gehüllt war. Neben dem Herde auf Stroh lagen zwei kleine Knaben und schlummerten. Sie waren mir bekannt vom Walde her, wo wir oft mit Sammen, Schwämme und Beeren suchten und dabei unsere Herden verloren. Sie waren noch um etliche Jahre jünger als ich. Auf der Ofenmauer saß das Weib des Sepp, hatte ein Kind an der Brust und sah mit großen Augen in die flackernde Flamme des Kienspans hinein. Und hinter dem Ofen, in der einzigen Bettstadt, die im Hause war, lag der Kranke. Er schlief, sein Gesicht war recht eingefallen, das grauende Haar und der Bart ums Kinn waren kurz geschnitten, so daß mir der ganze Kopf kleiner vorkam als sonst, da ich den Sepp auf dem Kirchweg gesehen hatte. Die Lippen waren halb offen und blass, durch dieselben zog ein lebhaftes Atmen. Bei unserem Eintritt erhob sich das Weib leise, sagte eine Entschuldigung, daß sie mich aus dem Bette geplagt habe, und lud ein, daß ich mich an den Tisch setzen und die Eierspeise essen möge, die der Herr Pfarrer übrig gelassen hatte und die noch auf dem Tische stand. Bald saß ich auf dem Fleck und jetzt aß ich mit derselben Gabel, die er hatte in den Mund geführt. »Jetzt schläft er passabel,« flüsterte das Weib nach dem Kranken deutend. »Vorhin hat er allweg Fäden aus der Decke gezupft.« Ich wußte, daß man es für ein übles Zeichen auslegt, wenn ein Schwerkranker an der Decke zupft und kratzt. Da kratzt er sich sein Grab. Ich entgegnete daher, »Ja, das hat mein Vater auch getan, als er im Nervenfieber ist gelegen, ist wieder gesund geworden.« »Das mein' ich wohl auch,« sagte sie, »und der Herr Pfarrer hat dasselbe gesagt.« »Bin doch froh, die Beicht hat der Seppel recht fleißig verrichten mögen, und ich hab' jetzt wieder rechtschaffend Trost, daß er mir noch einmal gesund wird.« »Nur«, setzte sie ganz leise bei, »das Spanlicht leckt alleweil so hin und her.« Wenn in einem Hause das Licht unruhig flackert, so deutet das der Glaube des Volkes, es werde in demselben Hause bald ein Lebenslicht auslöschen. Ich selbst glaubte daran, doch um die Häuslerin zu beruhigen, sagte ich, »Es streicht die Luft alles zu viel durch die Fensterfugen. Ich verspür's auch.« Sie legte das schlummernde Kind auf das Stroh. Auch das Mädchen, welches mich geholt, war schon zur Ruhe gegangen. Wir verstopften hierauf die Fensterfugen mit Werk. Dann sagte das Weib, »Geld, Peter, du bleibst mir da über die heutige Nacht. Ich wüßt mir aus Zeitlang nicht zu helfen. Wenn er munter wird, so liest uns was vor. Geld, du bist so gut.« Ich schlug das Buch auf und suchte nach einem geeigneten Lesestück. Allein Pater Kochem hat nicht viel geschrieben, was armen, weltlichen Menschen zum Troste sein könnte. Pater Kochem meint, Gott wäre gerecht und die Leute wären sündig und die meisten Menschen liefen schnurgerade der Hölle zu. Es mag ja wohl sein, dachte ich mir, dass es so ist, aber dann darf man's nicht sagen. Die Leute täten sich nur grämen und des Weiteren blieben sie so sündig wie früher. Wenn sie sich bessern hätten können, so hätten sie's schon längst getan. Die schreckhaften Gedanken gingen durch das ganze Kochem'sche Buch. Fürwitzigen Leuten gegenüber, die mich nur anhörten, der lauten Predigerstimm wegen, donnerte ich die Gräuel und Menschenverdammung recht mit Vergnügen heraus. Wenn ich aber an Krankenbetten aus dem Buche las, da mußte ich meine Erfindungsgabe oft sehr anstrengen, daß ich während des Lesens die harten Ausdrücke milderte, die schaudererregende Darstellung der vier letzten Dinge mäßigte und den grellen Gedanken des eifernden Paters eine freundlichere Färbung geben konnte. So plante ich auch heute, wie ich, scheinbar aus dem Buche lesend, dem Meisensepp aus einem anderen Buche her Worte sagen wollte, von der Armut, von der Geduld, von der Liebe zu den Seinen und wie darin die wahre Nachfolge Jesu bestehe, die uns, wenn die Stunde schlüge, durch ein sanftes Entschlummern hinüberführe in den Himmel. Endlich erwachte der Sepp. Er wendete den Kopf, sah sein Weib und seine ruhenden Kinder an, dann erblickte er mich und sagte mit lauter, ganz deutlicher Stimme, »Bist doch gekommen, Peter!« »So dank dir Gott!« »Aber zum Vorlesen werden wir heut wohl keine Zeit haben.« »Anna, sei so gut und weck die Kinder auf!« Das Weib zuckte zusammen, fuhr mit der Hand zu ihrem Herzen sagte aber dann in ruhigem Tone, »Bist wieder schlechter, Seppel? Hast ja recht gut geschlafen!« Er merkte es gleich, daß ihre Ruhe nicht echt war. »Tu dich nicht gar so grämen, Weib«, sprach er, »auf der Welt ist's schon nicht anders. Weck mir schön die Kinder auf, aber friedsam, daß sie nicht erschrecken.« Die Häuslerin ging zum Strohlager, rüttelte mit bebender Hand am Schaub, und die Kleinen fuhren halb bewusstlos empor. »Ich bitt dich gar schön, Anna, reiß mir die Kinder nicht so herum,« verwies der Kranke mit schwächerer Stimme, »und die kleine Martha laß schlafen, die versteht noch nichts.« Ich blieb abseits am Tisch sitzen, und mir war heiß in der Brust. Die Angehörigen versammelten sich um den Kranken und schluchzten. »Seid ihr nur ruhig,« sagte der Sepp zu seinen Kindern, »die Mutter wird euch schon morgen länger schlafen lassen.« »Josepher, tu dir das Hemd über die Brust zusammen, sonst wird dir kalt. Und jetzt seid allweg schön brav und folgt der Mutter, und wenn ihr groß seid, so steht ihr bei und verlasst sie nicht. Ich hab gearbeitet meiner Tag mit Fleiß und Müh, gleichwohl kann ich euch weiter nichts hinterlassen als dieses Haus und den kleinen Garten und den Rheinacker und den Schachen dazu. Wollt euchs teilen, so tut es brüderlich, aber besser ist's, ihr haltet die Wirtschaft zusammen und tut hausen und bauen. Weiters mach ich kein Testament, ich hab euch alle gleich lieb. Tut nicht ganz vergessen auf mich und schickt mir dann und wann ein Vaterunser nach. Und euch, die zwei Buben, bitte ich von Herzen, hebt mir mit dem Wildern nicht an, das nimmt kein gutes End. Gebt mir die Hand darauf. So, wenn halt einer von euch das Sägefeilen wollt lernen, ich hab mir damit viel Kreuzer der Macht. Werkzeug dazu ist da. Und sonst wisst ihr schon, wenn ihr am Rheinacker die Erdäpfel anbaut, so setzt sie erst im Mai ein. Es ist wohl wahr, was mein Vater fortgesagt hat. Bei den Erdäpfeln heißt's, baut mich an im April, komm ich, wann ich will. Baut mich an im Mai, komm ich gleich. Tut euch so, Sprüchlein, nur merken. So, und jetzt geht wieder schlafen, Kinder, daß euch nicht kalt wird, und gebt allzeit Obacht auf eure Gesundheit. Gesundheit und gutes Gewissen, das ist das Beste. Geht nur schlafen, Kinder. Der Kranke schwieg und zerrte an der Decke. Frei zu viel Reden tut er mir, flüsterte das Weib gegen mich gewendet. Eine bei Schwerkranken plötzlich ausbrechende Redseligkeit ist ja auch kein gutes Zeichen. Nun lag er wie zusammengebrochen auf dem Bette. Das Weib zündete die Sterbekerze an. Das nicht, Anna, das nicht, murmelte er. Ein wenig später, aber einen Schluck Wasser gibst mir Geld. Nach dem Trinken sagte er, so, das Frischwasser ist halt doch wohl gut. Gebt mir recht auf den Brunnen, Obacht. Ja, und daß ich nicht vergesse, die Schwarzhosen legst mir an und das Blaujöppel, weißt. Und draußen, hinter der Tür, wo die Sägen hängen, lehnt das Hobelbrett. Das leg über den Schleifstock und die Drehbank. Für drei Tag wird's wohl halten. Morgen früh, wenn der Holzjodel kommt, der hilft mich schon hinauslegen. Schau aber sein Gut, daß die Katze nicht dazu kommt. Die Katzen gehen los und schmecken's gleich, wenn wo eine Laich ist. Was unten bei der Pfarrkirche mit mir geschehen soll, das weißt schon selber. Nicht zu lang bimmeln, kostet Geld und hilft nicht viel. Meinen braunen Lodenrock und den breiten Hut schenk den Armen. Dem Peter magst auch was geben, daß er heraufgegangen ist. Vielleicht ist er so gut und liest morgen beim Laichwachen was vor. Es wird ein schöner Tag sein, morgen. Aber geh nicht zu weit fort von Heim. Es möchte ein Unglück geschehen, wenn draußen in der Lauben das Licht brennt. Nachher, Anna, such da im Bettstroh nach. Wirst einen Strumpf finden, sind etlich Zwanziger drin. Seppel, streng dich nicht so an im Reden, schluchzte das Weib. Wohl, wohl, Anna, aber aussagen muß ich's doch. Jetzt werden wir wohl nicht mehr lang beisammen sein. Wir haben uns zwanzig Jahre gehabt, Anna. Mußt nicht weinen, Anna, mußt nicht weinen. Du bist mein Alles gewesen. Kein Mensch kann dir's vergelten, was du mir bist gewesen. Das vergesse ich dir nicht, im Tod und nicht im Himmel. Mich gefreut's nur, daß ich in der letzten Stunde noch was mit dir reden kann und daß ich gleichwohl so viel bei Verstand bin. Stirb doch nicht gar so hart, Seppel, hauchte das Weib und beugte sich über sein Antlitz. Nein, antwortete er ruhig, bei mir ist's so wie bei meinem Vater, leicht gelebt und leicht gestorben. Sei nur auch du so und leg dir's nicht schwer. Wenn wir nun auch wieder jedes allein ankommen, zusammen gehören wir gleichwohl noch, und ich heb dir schon ein Platzel auf im Himmel. Gleim an meiner Seite, Anna, gleim an meiner Seite. Nur das tu, um Gottes Willen, die Kinder, zieh gut auf. Die Kinder ruhten. Es ward still, und mir war, als hörte ich irgendwo in der Stube ein leises Schnurren und Spinnen. Plötzlich rief der Sepp, Anna, jetzt zünd die Kerzen an. Das Weib rannte in der Stube herum und suchte nach Feuerzeug, und es brannte ja doch der Spahn. Jetzt hebt er an zu sterben, wimmerte sie. Als aber die rote Wachskerze brannte, als sie ihm dieselbe in die Hand gab, als er den Wachsstock mit beiden Händen umfasste und als sie das Weihwassergefäß vom Gesimse nahm, da wurde sie scheinbar ganz ruhig und betete laut, Jesus Maria, steht ihm bei. Ihr Heiligen Gottes, steht ihm bei in der höchsten Not. Lasst seine Seele nicht verloren sein. Jesus, ich bete zu deinem allerheiligsten Leiden. Maria, ich rufe deine heiligen sieben Schmerzen an. Du, sein heiliger Schutzengel, wenn seine Seele vom Leib muss scheiden, führ sie ein zu den himmlischen Freuden. Sie schluchzte und weinte nicht, sie war ganz die ergebene Beterin, die Fürbitterin. Endlich schwieg sie, beugte sich über das Haupt des Gatten, beobachtete sein schwaches Atemholen und hauchte, so behüt dich Gott, Seppel, tu mir meine Eltern und unsere ganze Freundschaft grüßen in der Ewigkeit. Behüt dich Gott, mein lieber Mann, die heiligen Engel geben dir das Geleit und der Herr Jesus mit seiner Gnad wartet schon deiner bei der himmlischen Tür. Er hörte es vielleicht nicht mehr. Seine blassen, halboffenen Lippen gaben keine Antwort. Seine Augen sahen starr zur Stubendecke auf und aus den gefalteten Händen Die wiedererwachenden Kinder weinten auch, nur das Kleinste lächelte. Die Stunde lag auf uns wie ein Stein. Endlich richtete sich die Häuslerin, die Witwe, auf, trocknete ihre Tränen und legte zwei Finger auf die Augen des Toten. Die Wachskerze brannte, bis die Morgenröte aufging. Durch den Wald war ein Bote gegangen, dann kam ein Holzarbeiter. Der besprengte den Toten mit Weihwasser und murmelte, »So rücken sie ein, einer nach dem anderen.« Dann taten sie dem Meisensepp festtägige Kleider an, trugen ihn hinaus in die Vorlauben und legten ihn auf das Brett. Das Buch ließ sich liegen auf dem Tisch für die Leichenwachen der nächsten Nächte, zu denen ich der Häuslerin das Lesen zugesagt hatte. Als ich fortgehen wollte, kam sie mit einem grünen Hut, auf welchem ein weit ausgeborsteter Gemsbart stag. »Willst den Hut mitnehmen für deinen Vater?« fragte sie. »Der Seppel hat deinen Vater gern gehabt. Den Gemsbart mag's zum Andenken selber behalten. Bet einmal ein Vaterunser dafür.« Ich sagte meinen Dank. Ich tat noch einen unsteten Blick gegen die Bahre hin. Sepp lag lang gestreckt und hielt seine Hände über der Brust gefaltet. Dann ging ich hinaus und abwärts durch den Wald. Wie war's Licht und Taufrisch, voll Vogelgesang, voll Blütenduft, voll Leben im Walde, und in der Hütte auf dem Barbrett lag ein toter Mensch. Ich kann die Nacht und den Morgen, das Sterben mitten in dem unendlichen Lebensquell des Waldes, nimmermehr vergessen. Auch besitze ich heute noch den Gemsbart zum Andenken an den Meisensepp. Wenn mich die Gier anpackt nach den Freuden der Welt oder wenn mich die Zweifel überkommen an der Menschheit Gottes Gnadentum oder wenn mich gar die Angst will quälen vor meinem vielleicht noch fernen, vielleicht schon nahen Hingang, so stecke ich den Gemsbart des Sepp auf den Hut. Ende von Kapitel 20 Kapitel 21 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Alexander Rühl Das Waldbauernbübel von Peter Rosegger Kapitel 21 Auf der Wacht beim toten Jäger Mein Vater litt zu jener Zeit an einer langwierigen Krankheit. Es war selten wer um ihn als sein ältester Bub. Auch der Jäger Wolf saß zuweilen neben auf der Ofenbank und freute sich, wenn dem Kranken der gespendete Wildbraten recht mundete. Und der Wildbraten stellte meinen Vater richtig so weit wieder her, dass dieser eines Tages es war im August um die Zeit des Maria-Himmelfahrts-Festes zu mir sagte Bub, jetzt werde ich doch endlich wieder was anfangen müssen. Was meinst, zum Korbflechten wäre ich wohl stark genug? Und am nächsten Tage gingen wir schon zum Morgenfrühe aus und gegen die sogenannte Wildwiese hinauf, wo Weiden wuchsen. Die Wildwiese war oben in den hinteren Waldungen. Oft blieb mein Vater unterwegs stehen, stützte sich auf seinen Stock, schöpfte Luft und dann fragte er mich immer, ob ich ein Schnittchen Brot beißen wolle. Als wir über die Schafhalte hinausgekommen waren, wo der junge Lerchen anwuchs, noch im Morgentaue stand, sahen wir im Dickichte einen Mann dahin huschen, der ein Stück Hochwild über der Achsel trug und etwas wie ein Schießgewehr hinter sich bag. Er duckte sich so sehr, dass nur ein paar schwarze Haarfetzen von seinem Haupte zu sehen waren. Als diese Gestalt vorüber war, blieb mein Vater stehen und sagte, »Hast geguckt? Das ist der Schwarztoni gewesen.« Der Schwarztoni war ein Mann, von dem sie überall die Türen verriegelten. »Ja, Kind«, sagte der Vater, »als wir uns auf den Stamm eines gefallenen Baumes gesetzt hatten, ist hart für einen Menschen, dem es so geht wie dem Toni. Der hat seinen Lebtag nicht Vater und Mutter gesehen. Als Kind ist er aus dem Findelhause in unsere Gegend gebracht worden, freilich nicht aus christlicher Barmherzigkeit, sondern des Geldes wegen, das für ihn ausgezahlt worden, hat ihn ein Köhlerweib an Kindesstatt genommen. Halb erwachsen hat sich der Toni im Wald herumgetrieben, kein Mensch hat sich um ihn gekümmert, so ist er verwildert. Wie das Köhlerweib sieht, der Zison bringt nur Schande, so hat sie gesagt, »Toni, du Lump, bei mir bist nimmer daheim.« »Wo denn?« hat drauf der Toni gefragt, aber überall, wo er angeklopft, ist ihm die Tür verschlossen gewesen. Mögen ihn die Menschen nicht, so gibt er sich mit den Tieren ab, verlegt sich aufs Wildern. Vor einem Jahr hat ihn der Jägerwolf in das Zuchthaus gebracht, aber jetzt wieder frei mag ihm kein Mensch gern begegnen, gleichwohl ich nicht glaub, dass er wem was zu leid täte. »Schlecht, sag ich, ist er nicht, aber verkommen durch und durch, und so, mein Bübel, wird oft ein Mensch hinausgestoßen auf die schiefe Straßen, und so rutscht er ab und kann sich nicht mehr halten.« Nach diesen Worten schritten wir wieder langsam dahin, und nachdem wir durch viel Wald und schattendunkle Schluchten gegangen waren, kamen wir endlich zur Lichtung der Wildwiese. Teilweise lag sie noch im Schatten des Teufelsteinberges. Die Bachweiden aber, die in einer langen Reihe hinstanden und sich über ein still rieselndes Wässerlein wölbten, schimmernden in dem lichten Sonnentag, als ob sie alle silberne Blätter hätten. Die Wiese war bereits gemäht und das Heu fortgebracht. Sehr still und verlassen lag die Matte. An den Rändern wuchsen blaue Enzianglocken und es war schon die Zeitlose da. Wir kamen um die Weidenruten, die am Bacher standen. Wir gingen quer über die Wiese bis hin zum Rande, wo wieder die sehr hohen Fichten begannen und wo ein rot angestrichenes Kreuz stand, dessen Dachbrettchen reichlich mit Moos bewachsen war. Hier wollten wir vor der Arbeit uns ein wenig setzen, auf die Bäume hinausschauen und ein Stück Brot essen. Aber noch ehe der Vater sich niederließ, sah er lange und unverwandt auf eine Stelle hin. Am Fuße einer Weißtanne lag ein Mann, ein Jägersmann mit einem Schießgewehr. Die Locken gingen ihm über Stirn und Auge, man wusste nicht, ob er denn wirklich so fest schlafe, als es aussah. Mein Vater trat endlich hinzu, schob aber mich mit der Hand hinter sich zurück. Dann sahen wir es, der Mann lag in einer Blutlache. Der aus einer Halswunde sprudelnde Quell war bereits gestockt. Mein Vater legte die Hände ineinander und sagte ganz leise, jetzt haben sie da den Jäger Wolf erschlagen. Als ich hierauf zu weinen begann, hob mich mein Vater empor zu seiner Brust und wie ruhig er auch scheinen wollte, ich habe es doch wahrgenommen, wie ihm war. Dann untersuchte er den Erschlagenen, die Augen waren gebrochen, die Lippen fahl wie trocken erdreich. Das Leben war dahin. Mit dem Weidenschneiden ist es heute nicht, sagte mein Vater. Jetzt muss einer von uns Leute holen, dass sie den Wolfgang wegtragen und der andere wird dieweilen da bleiben müssen. Einen Toten kann man nicht alleine lassen, solange er nicht im Grabe ruht. Es könnte auch leicht ein Tier über ihn kommen. Das Beste wird sein, ich gehe hinaus in den Brandgraben zu den Holzknechten und du setzt dich schön still da unter das Kreuz. Mir gab's einen Stich. Wie konnte mir mein Vater das antun, mich stundenlang allein lassen im Walde bei einem Toten? Aber ich wusste die Wege nicht und ich hätte die Holzknechte nicht gefunden. Freilich, Büblein, ist das ein trauriges Warten da, fuhr er fort. Aber Wachen, diese christliche Lieb müssen wir dem Wolf schon erweisen. Ich starrte auf den Toten. Mein Vater zog seine kleine Axt aus dem Gürtel, mit welcher er die Weidenruten hauen wollte, und fällte nun Äste von den Bäumen und hüllte den Jägersmann mit Reisig ein. Dann kniete er nieder vor der grünen Bahre und betete still ein Vaterunser. Und als er sich wieder erhob, sagte er, und jetzt, mein Knabe, tu unserem Mitbruder den Liebesdienst und Wache. Die Axt lasse ich dir da, die halt fest. Fuchsen und Raben können leicht kommen, andere Raubtiere weiß ich in der Gegend nicht. Bis zu den Weiden dort magst hingehen, aber weiter weg nicht. Ich will recht eilen. Bis die Schatten anheben, zu wachsen, wird schon wer kommen. Dann legte er für mich Brot unter ein Bäumchen und ging davon. Er ging hin, quer über die Wiese, wie wir hergegangen waren, und er verschwand in dem Dunkel des Waldes. Nun war ich allein auf der umwaldeten Wiese und das Sonnenlicht war ausgegossen über die einsame Matte, über die glitzernden Weiden und über den stillen Reiserhügel am Waldrande. Ich wollte nicht hinblicken auf die seltsame Bahre. Ich schritt gegen das Weidengebüsche, aber mein Auge wendete sich immer wieder zurück zum Roten Kreuz und zu dem, was daneben lag. Der arme Jäger Wolf. Ich wusste es noch recht gut, wie er vor wenigen Jahren mit seiner Braut und seinem Hochzeitszuge an unserem Haus vorübergekommen war. Die Waldhörner und die Pöller schallten, dass die Fenster unseres Hauses klirrten. Der Wolf war ein hübscher Bursche gewesen. Einen großen Strauß trug er auf dem Hut und ein rotes Band ging nieder über seinen Nacken, wo jetzt die Blutsträme war. Ich ging den Weidenbüschen entlang, manches Zweiklein regte sich und zitterte fort und fort. Hier und da schnellte ein Heupferdchen. Ich bog die Äste auseinander und blickte in das Wässerlein. Das stand still unter dem dichten Flechtwerke und glitzerte kaum. Ein großgefleckter Molch kroch hervor und nahm seine Richtung gegen mich. Da floh ich entsetzt davon. Dann begann ich mit meinen kurzen Schritten die Schatten der Bäume zu messen. Bis diese zu wachsen anheben kommen die Leute. Noch aber wurden sie kürzer und kürzer. Die Sonne stand hoch über dem Teufelsstein und über dem Talgrunde lag ein bläulicher Duft. Ich kehrte wieder zum Kreuze zurück und setzte mich auf den Stein, auf welchem sonst andächtige Waldwanderer knien. Das Kreuz war hoch und hatte keinen Heiland. Weit streckte es seine Arme aus, als wolle es den Wald umfangen. Ich wendete mich von dem Pfahle und von dem Barhügel und sah hin gegen den Bergrücken des Teufelsstein. Die Himmelsglocke lag in mattem Blau, kein Vogel und kaum eine Mücke war vernehmbar. Es war ein fast traumhafter Frühherbstnachmittag, durchklungen von einer ewigen Stille. Wildschützen haben ihn erschossen. Ich ging über die Wiese und sagte mir, wenn ich zehnmal über die Wiese gegangen sein würde, dann wollte ich wieder den Schatten messen. Aber der Schatten duckte sich kaum mehr unter die Bäume als früher. Dann ging ich hin zu der verhüllten Leiche des Waldmannes und stand lange vor derselben. Ich fühlte kaum ein Schauern mehr. Dann setzte ich mich wieder unter das Kreuz und aß ein Schnittchen Brot. Da hörte ich plötzlich ein Knistern. Ein Reh stand und guckte durch das Gestämme. Zuletzt kam das Tiergart zu dem Reiserhügel heran und schnupperte. Vor diesem Jägersmanne fürchtete es sich nicht mehr. Erst als es den Pulvergeruch des Gewehrlaufes gewahrt haben mochte, wendete es sich mit großen Sätzen dem Dickichte zu. Endlich, als ich wieder den Schatten maß, hatte es sich um ein Weniges gedehnt. Ich musste ja doch schon viele Stunden auf der Wildwiese geweilt haben. Wie immer, so hatte mein Vater auch diesmal recht. Ich hörte einen getragenen Schall und wiederhall im Walde, es nahten Menschen. Doch nicht die Holzknechte waren es, die um den Wolfgang kommen sollten, sondern quer über diese Wiese her kam ein junges Weib, das trug einen Korb am Rücken und führte ein etwa dreijähriges Kind am Arm. Sie sangen ein lustiges Kinderlied und das kleine Mädchen lachte dabei und hüpfte flink über das weiche Gras. Ich erkannte die nahenden bald, es war das Weib und das Kind des erschlagenen Jägers Wolf. Sie kamen heran und als sie mich sahen, sagte die Jägerin zum Mädchen, Schau, Agatha, da beim Kreuz sitzt ein Bub, der betet ein Vaterunser, das ist kein braver Bub. Dann kniete sie hin auf den Stein, legte die Hände zusammen und betete auch. Das Kind tat desgleichen und war gar ernsthaft dabei. Wie mir wehe war, wie hätte ich sagen können, was unter dem Reisig lag. Sie wussten von nichts, ich ging abseits gegen die Weiden. So mein Herz, sagte das Weib hierauf zur Kleinen, jetzt gehe ich Enziankraut schneiden und du setzt dich die Weilen da auf das Kreisigbrett und brocke dir Zäpfchen ab. Hernach kommt der Vater vom Teufelsstein herab und hernach setzen wir uns zusammen und essen den Schottenkäse, den ich im Korb hab und hernach hopsen wir lustig miteinander heim zu. Und sie setzte das Kind auf den Reiserhaufen, auf die Barstätte des Vaters. Dann ging sie mit dem Korb gegen den Wiesen rein, wo Gebüsche von Enzian standen. Von dort aus rief sie mich an, was ich denn so allein mache auf der Wildwiese, ob ich mich verirrt hätte oder etwa Ziegensuche. Ich wusste keine Antwort. Sie deutete auf einen großen, schneeweißen Schmetterling und sagte, jetzt schau das Tier an, wie es herumfliegt, schau, wie es fliegt. Bist ein Nährerstuhl, versetzte die Jägerin lachend und ging an ihre Arbeit. Die kleine Agatha spielte auf dem Reiserhügel, sie zupfte an den Zweigen und wühlte in denselben und nestelte etwas hervor. Endlich wurde ihr bang und sie hub an, nach der Mutter zu rufen. Nach einer Weile kam das Weib heran, da hielt ihm das Kind einen Ring entgegen und sagte, schau, das habe ich gefunden, das ist des Vaters. Die Jägerin tat einen hellen Ruf, Kind, wie kommst du zu diesem Ring? Die kleine lächelte vergnügt. Das Weib hub das Kind auf die Erde, warf einen Blick auf das Gezweige und stieß einen gellenden Schrei aus. Sie sah im Reisig eine Menschenhand. Wie wütend stürzte sie hin auf die Schichtung und raffte die grünen Zweige auseinander, mit Hast und heiser Angst. Dann sank sie zurück und schlug sich die flachen Hände in das Antlitz. Vor ihr lag er im Blute erstarrt. Zur selben Stunde gingen zwei Holzhauer über die Wiese und brachten eine Tragbare mit. Zuerst knieten sie vor dem Toten und beteten, dann hoben sie ihn auf die Bahre, legten das Gewehr an seine Seite und trugen ihn davon. Der Korb blieb stehen bei den Enziangebüsche, das Weib folgte der Bahre, es sagte kein Wort, es vergoss keine Träne, es trug das spielende Mädchen auf dem Arm, das starre Angesicht der Gattin, das helläugige Lockenköpfchen des Kindes hinter der Bahre her, das mag ich nimmermehr vergessen. Ich bin auch hinten drein gegangen, die Weiden standen in ihrem wässrigen Schimmer, die Schatten der Tannen lagen hingestreckt über die ganze Wiese, das rote Kreuz ragte regungslos im Dunkeln des Waldrandes. Die Bahre schwankte dem fernen Jägerhause zu, ich ging gegen unser Gehöfte. Als ich zu demselben hinabkam, führten handfeste Burschen einen Mann herbei, es war der Schwarztoni. Da wir ihn am Morgen im Lärchenanwachs gesehen, so hatte mein Vater auf seine Spur gewiesen. Der Richter kam und unter der großen Esche, die vor unserem Haus stand, wurde das Verhör gehalten. Der Toni war geständig, den Jäger Wolf aus Rache erschossen zu haben. Hierauf wurde der Bursche in Ketten gegen die Stadt geführt, aus der er einst als Wickelkind gekommen war. Als ich in die Stube kam, saß mein Vater in seinem Bette. Er war sehr bewegt, hob mich zu sich auf das Knie und sagte, Bübel, das ist ein böser Tag gewesen. Wir gingen in jenem Jahr nicht mehr hinauf zur Wildwiese. Seither aber bin ich wohl mehrmals auf derselben gewesen. Die Weiden glitzern, die hohen Fichten stehen noch heute und ihr Schatten schwindet und wächst wie das trübe Erdengeschick und ihr Schatten wächst und schwindet wie das menschliche Leben. Ende von Kapitel 21 Gelesen von Alexander Rühl, Flörsheim am Main Kapitel 22 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizensfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das Waldbauernbübel von Peter Rossecker Kapitel 22 364 und eine Nacht Mein Vater hatte vier große Ziegen im Stall stehen, so wie er vier Kinder hatte, welche zu den ersten stets in freundschaftlicher Beziehung standen. Jede der Ziegen hatten ihren kleinen Futterbarn, aus dem sie Heu und Klee fraß, während wir sie molken. Keine einzige gab die Milch an. Leeren Baren Die Ziegen hießen Zitzel, Zuzel, Zeitzel und Heitzel und waren einer schönen Schenkung zufolge das Eigentum von uns Kindern. Das Zitzel und das Zuzel gehörten meiner zwei Schwesterchen, das Zeitzel meinen achtjährigen Brüder Jakel, das Heitzel war mein. Jedes von uns pflegte und hüttete sein im zugeteilten ausgesponzt in Treue. Die Milch aber taten wir zusammen in einem Topf, die Mutter kochte sie, der Vater schenkte uns dazu die Brotschnitten und Gott, der Herr, den Hunger. Und wenn wir so mit den breiten Holslöffeln, die unser Ohrheim geschnitzt hatte und die ihre Ausdehnung wegen fürs erste kaum in den Mund hinein, fürs zweite kaum aus demselben herauszubringen waren, unsere Nachtmahl ausgeschaufelt hatten, so nahmen wir jedes unseren Roshaarkotzen und legten uns, eins wie das andere, in der Futterbahn der Ziegen. Das waren eine Zeit lang unsere Betten und die lieben Tiere befächelten uns mit ihren weichen Bärten die Wangen und belegten uns die Näschen. Aber, wie wir Kindlein auch in die Krippe lagen, so kam das Einschlafen auch nicht immer nach dem ersten Lecken. Ich hatte von unserer Ahne wundersame Geschichten und Märchen im Kopf. Die erzählte ich nun in solchen Abendstunden und meine Geschwister waren darüber glückselig und die Ziegen hörten auch nicht ungern zu. Nur, dass diese dann und wann, wenn ihnen das Ding gar zu unglaublich vorkam, so ein wenig vor sich hinmeckerten oder mit den Hörnern ungeduldig an den Baren puften. Einmal, als ich von der Habergeiß erzählte, die, wenn sie um Mitternacht auf dem Felde schreit, den Haber schwarz macht und die nichts frisst, als die grauen Bärte alte Kohlenbrenner, da begann mein Heizsel dermaßen zu meckern, dass die anderen drei auch mit einstimmten, bis meine Geschwister schließlich in eine Gelächte ausbrachen und ich wie ein überwissener Aufschneider erbärmlich schweigen musste. Von der selben Zeit an erzählte ich meinen Schlafgenossen lange keine Geschichten und ich nahm mir vor, mit der Heizsel mein Lebtag kein Wort mehr zu reden. Da kam der Sonnenwendtag. An diesen Tage kochte uns die Mutter den üblichen Eierkuchen, mein liebstes Essen auf der Welt. In diesem Jahr aber hatte uns der Geier die beste Legehenne geholt. So wollte sich das Eierkörblein nicht mehr füllen und als am Sonnenwendtag der Kuchen kam, war er ein gar kleinwinzig Küchlein. Wehmütig lügte ich hin auf den Holzteller. Mein fünfjähriger Schwesterchen guckte mich an und wie wenn es meine Sehnsucht wahrgenommen hätte, rief es plötzlich, Du, Peterle, Du, wenn Du uns ein ganzes Jahr in jeder Nacht eine Geschichte erzählen magst, so schenk ich Dir meinen Teil von dem Kuchen. Diese hochherzigen Entäußerung der Kleinen stimmten seltsamerweise auch die anderen bei, sie patschten in die Hände, und ich ging die Bedingung ein. So stand ich plötzlich am Seele meiner Wünsche und hatte auch mein Ehrgeiz etwas davon. Ich nahm meinen Kuchen unter die Jacke hinein und ging damit in die Milchkammer, wo mich niemand sehen und stören konnte. Dort verriegelte ich die Türe, setzte mich auf einem ungestüppelten Zube und ließ meine Zehnfinger und das wohlgeordnete Heer meiner Zähne über den armen kleinen Küchen los. Aber nun kamen die Sorgen, dass meine Geschwister strenge auf ihre Forderung bestehen würden. Daran konnte kein Zweifel sein. Ihr Opfer war groß genug gewesen. Anfangs tat es sich ja, ich hatte noch ein vorrätigen seltsame Historien, aber das war bald erschöpft. Dann ging ich auf meinen Herzenzügen Peche, Kohlenbrenner, Halter und manches wohl erfahrene Weiblein, wie ich es im Wald und auf der Heide traf, um eine Geschichte an. Es waren ergiebige Quellen und ich war jeden Abend in der Lage, meiner Schuldigkeit nachzukommen. Mitunter allerdings war es ein Elend, bis ich was Neues auftrieb, und nach einer Zeit geschah es nicht selten, dass das Schwesterlein mich unterbrechend von seinem Bahnen herüberrief, Du, die wissen wir, die hast du uns schon erzählt. Ich sah wohl, dass ich auf eine neue Wege sinnen musste, und war daher bemüht, das Lesen besser zu lernen, um aus manchen Geschichtenbüchen, wie sie in den Waldhütten nützlos auf den rüssigen Wannställen herumlangen, Schätze zu ziehen. Nun hatte ich neue Quellen, die Geschichte von der Pfalzgräfen, das Jacke sagte immer Schmalzgräfen, Genoveva, die vier Hemonskinder, die schöne Melusine, Wendelin von Höllenstein, ganz wunderbare Dinge. Da sagte mein Bruder wohl oft aus seiner Krippe heraus, mein Kuchen räumt mich gar nicht, das ist wohl so viel unmöglich schön, gell, Zeitsel? Nun würden die Abende zu kurz und ich musste eine solche Geschichte in Fortsetzungen geben, womit aber Kleinschwestern schier nicht einverstanden sein wollte, denn es behauptete für jede Nacht ein ganze Geschichte. So sei es ausgemacht. So wie ging das Jahr. Ich erwarb mir nach und nach eine gewisse Fertigkeit im Erzählen und tat es sogar Hochdeutsch, wie es in den Büchern stand. Ost geschah war es auch, dass sich während des Erzählens meine Zuhörer tief in die Kotzen vergrüben und vor Schauer über die Räuber- und Geistergeschichten zu Stirnen anhoben, aber aufhören durfte ich doch nicht. Es war schon wieder der Sonnwenn-Tag nahe und mit ihm die Lösung meines Vertrages. Doch ein Eigengeschick noch vor dem letzten Abend ging mir gänzlich der Faden aus. Alle meine Erinnerungen, alle Bücher, deren ich habhaft werden konnte, alle Männlein und Weiblein, denen ich begegnete, waren erschöpft, alles ausgepumpt, alles hoffnungslose Türe. Bat ich meine Geschwister, morgen ist der letzte Abend, schenkt ihn mir. War ein Geschrei, nein, nein, nicht schenken, du hast deinen Sonnwennkuchen gekriegt, wieder die Ziegen meckerten mit. Am nächsten Morgen ging ich herum, wie ein verlorenes Schaf. Da kam mir plötzlich der Gedanke, betrüge sie, dichte was zusammen. Aber also gleich schrie das Gewissen drein, was du erzählst, das muss wahrhaftig sein, du hast den Kuchen nahhaftig bekommen. Doch geschah im Laufe dieses Tages ein Ereignis, von dem ich hoffte, dass es im Drange der Aufregung mich meiner Pflicht entbinden würde. Mein Bruder Jakel verlor sein Zeitzell. Er ging in Kreuz und Krumm über die Heide, er ging in den Wald und suchte klagend und rufend die Sieger. Aber endlich spät am Abend brachte er sie heim. Ruhe aßen wir unsere Suppe, gingen in unsere Krippen und von mir wurde die Geschichte belangt. Es war still. Die Zuhörer harten in Erwartung. Die Ziegen scharrten im Wiederkauen mit den Zähnen. Nun denn, so sollen sie die Geschichte haben. Ich sah, ich begann. Es war einmal ein großer, großer Wald gewesen. Und in dem Wald war es allweg finster gewesen. Keine Vöglein haben gesungen, nur der Totenvogel hat geschrien. Mitten in diesem Wald ist eine Heide, wie der Totenacker so still, und wer über dieselbe hingeht und nicht umkehrt, der kommt nicht mehr zurück. Über diese Heide sind einmal zwei blutige Knie gegangen. Jesus Ma rief mein älteres Schwester aus und alle drei krochen unter die Kotzen. Ja, zwei blutige Knie fuhr ich fort, und die sind über die Heide dahingeschwebt gegen den finstern Wald wie verlorene Seelen. Aber auf einmal sind die zwei blutigen Knie Ich schenk dir mein blaues Hosenbann, wenn du still bist, wimmerte mein Bruder angstvoll und verbarg sich noch tiefer in die Decke. Sind die zwei blutigen Knie still gestanden, fuhr ich fort, und auf dem Boden ist ein Stein gelegen, so weiß wie ein Leichentuch. Dann sind zwei funkelnden Lichtlein gewesen zwischen den Bäumen und darauf sind vier andere blutige Knie dahergegangen. Mein neues Paar Schuh schenk ich dir, wenn du aufhörst, hauchte das Jackele in seinem Trog und zog aus lauter Furcht das Zeitzell am Barte zu sich. Und so sind alle sechs zusammen gegangen durch den finstern Wald und heraus auf die Heide und über das Haferfeld herab zu unserem Haus und herein in den Stall. Jetzt kreischten alle drei auf und sie wimmerten von Angst und Kleinschwesterlein versprach mir mit Sagen seinen Teil von dem auch heuer wieder zu erwartenden morgigen Sonnwendkuchen wenn ich aufhöre. Ich aber fuhr fort. Jetzt habe ich zum Anfang zu sagen vergessen dass die zwei ersten blütigen Knie unserem Jackel und die vier Letzten in seinem Zeitzell gehört haben wie sie heut im Wald herum gegangen sind und dass die Knie nicht auswendig sondern nur inwendig blütig sind gewesen brach das gelächter los jeder mensch hat zwei blütige knie rief schwesterlein und die ziegen merkten dass es ein spott war ich hatte meine rolle ausgespielt 364 nächte lang hatte ich geglänzt als weiser wahrhaftiger geschichten mann die 365 hatte mich entlarvt als argen schwätzer das versprechen in betreff des zweiten sonnen kuchens würde rückgängig gemacht schwesterlein erklärte die zusage sei nichts als notwehr gewesen und die gläubigkeit meiner zuhörerschaft hatte ich mir verdorben ganz und gar und wenn sie in zukunft an irgendeinem erzählten ihre zweifel ausdrücken wollte so hieß es einstimmig Allah das ist wieder ein blutiges Knie ob nicht auch die leser meine gedrückten geschichten schon manchmal mit eingestimmt haben Ende von Kapitel 22 Kapitel 23 von das waldbauernbübel dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox .org aufgenommen von Avaie im Dezember 2010 Das Waldbauernbübel von Peter Rossecker Kapitel 23 Geschichten unter dem wechselnden Mond Eine sommerliche Mondnacht im Waldlande Was kann es auf dieser Erde Lieblicheres geben Das Haus steht einsam auf der Tannen umgrenzten Au Alles ruht Der Brunnen aber sprudelt seine ewige Kette Diese hebt in der Dunkelheit nun auf einmal an zu glühen und zu funkeln Dort über den scharf geschnittenen Zacken des Tannenwaldes steigt still und klar der Mond herauf als hebe er sich empor mitten aus einem geheimnisvollen Urwalde in dem die wunderbaren Märchen sind Der höchste Wipfel eines alten Baumes steht noch wie ein schwarzer Punkt in den leuchtenden Rund Aber bald löst sich dieses los von den dunklen Massen des Wald Berges und steht frei auf dem Himmels Grund und wird immer reiner und glänzender und die Schattengestalten auf der Au heben sich scharf ab vom blassen Boden und auf den Wäldern liegt der strahlend durchwirkte bläuliche Duft Heute noch träume ich in solchen Mondnächten den glückseligen Traum vom reiche Gottes auf Erden und vollends als ich noch ein sondern auch noch den an die Welt hegte da lebte ich in den ahnungsvollen Stunden eine große Seligkeit Ich war in solchen Mondnächten kaum zu Bette zu bringen Da stand ich an der Tür vor dem Hause sah den Mond an und dachte an das Paradies Der Mond kam ja vom Paradiese her sah man doch wie er mit den Augen zwinkerte und vielsagend lächelte als wisse er so manches was er den Menschen wohl leise andeuten aber nicht erzählen dürfe Gott hat es verboten und so blieb er stumm bis auf den heutigen Tag er lächelt uns nur von weitem so an und weise Männer sagen eines Tages würde der tanzende alte schwindelig werden würde einen Sprung machen nieder auf die Erde ob wir dann wohl Näheres erfahren werden meine Ahne welche zu jener Zeit die ich meine noch immer um mich war deutete oft mit dem Finger nach dem Mond und rief du schau Bübel schau der Manendl Manendl so heißen die Kinder bei mir daheim den Mond dann setzte die Ahne noch dazu look aber recht Bübel dort drin im Manendl sitzen Adam und Eva ja richtig da sah ich wohl auch selbst die zwei dunklen Gestalten unsere ersten Voreltern im Monde sitzen sie dürfen des Sündenfalles wegen nicht in den Himmel hinein sie müssen zur Strafe im Monde verbleiben und niedersehen auf das Elend das sie recht liebhaben mögen sich die zwei noch immer dennoch aber müsst ihnen schauderlich langweilig werden bei ihrem sitzen im Monde täten sie nicht doch zuweilen hernieden auch was anderes sehen als Elend es gehört dieses nicht ganz in die jungen Jahre des Waldbauern Buben hinein aber zu leugnen ist es eben nicht der Weitknecht liegt auf seinem öden einsamen Heu und kann nicht schlafen eine übermütige Heuschreck hüpft fortweg über seine Knie und schließlich gar auf sein Gesicht der Mond guckt durch das Dachfensterchen herein und blinzelt hol der Kuckuck so ein liegen da denkt sich der Bursche und steht auf und geht hinaus in die schöne wohlige Nacht wohin der Mond guckt ihm nach verrät aber nichts ich auch nicht ich war schon ziemlich erwachsen als ich merkte wo Bartel den Most herholt dann freilich ging ich sofort auch mit meinem Kroge aus der Mond hat es gesehen wie es mir dabei erging ich wusste in der hinteren Zimmerung des Nachbarhofes schlief sie mit dem gelben Haar ich krümmte den Zeigefinger und klopfte und flüsterte du da hörte ich wie sich's drin rührte pusterte und mit den Zähnen scharrte endlich hub es an zum meckern ich war an den Ziegenstall geraten sofort versuchte ich es bei dem nächsten Fenster nerechst du sagte sie in der Kammer was willst denn jetzt um Mitternacht ist er die Geisterstund ja sagte ich deswegen fürchte ich mich und möchte gern zu zweien sein schau entgegnete sie bei mir ist das gerade umgekehrt ich schlafe zu einzeln gut und tät mich zu zweien fürchten aber du wirst einsehen Juli es ist eine kalte Nacht wie Gott Bübel sagte das Mädchen mit dem gelben Haar erkälten darfst du dich nicht das liebte ich auf keine Weiß und deswegen ist es dass ich dir treuherzig sag geh heim in dein warmes Bett ich denke über diese so viel närrische zeit hinweg lieber wieder an die Kindschaft zurück gingen ich und meine Mutter einmal mitten in der Nacht durch den Wald es war ein kohlenbrenner Mädchen gestorben und nun gingen wir zur Bahre um zu beten und den Eltern der verstorbenen die Leichenwache halten zu helfen wir schritten langsam über das Moos dahin der Wald war finster hoch über den Wipfeln aber stand der voll Mond und legte wo er durch das dichte uns auf den Boden als wir in eine kleine Lichtung kamen stand meine Mutter still wendete ihr Gesicht empor hielt eine Hand über die Augen und sagte jetzt da kann man es einmal schön sehen das Spinnrad unserer lieben Frau sie meinte den Mond der ja so zarte Fäden spann hernieder zwischen den Wipfeln und Ästen dann wendete sich die Mutter zu mir du hast gute Augen Bub Lug in den Manendl hinein dort sitzt unsere liebe Frau und tut Spinnen sie spinnt ein himmlisches Kleid für das Mägtlein das heute auf der Bar liegt und guck noch ein wenig deine Urahne sitzt auch daneben wahrhaftig da sah ich's dort im Monde saßen zwei wunderholde Frauen beim Rocken dann gingen wir wieder und der Mond oben ging mit uns den gleichen Schritt und spann in unseren weiten Wald als wir zum Hause kamen in welchem das Kohlenbrenner Mädchen lag stand die Tür weit mächtig offen und der Mond schien hinein auf die Leiche und das Angesicht des Mädchens war zart und lieb und mild wie weißes Wachs es ist uns das Öl ausgegangen sagte der Kohlenbrenner wir können keine Ampel herstellen und so haben wir die Tür aufgemacht dass der Mond schein das toten Licht sollt sein da dachte ich wohl gleich an unsere liebe Frau sie spinnt für das Mäglein ein himmlisches Kleid wir wachten so lange bei der Leiche bis das Morgenrot auf den Waldwipfeln begann zu schimmern und der Mond blass und glanzlos niedersank hinter den fernen Felsen des Hohen Schwab dann huben sie das Kind auf und trugen es davon und als der Mond wieder kam fand er auf dem Kirchhof einen neuen Hügel und ein hölzernes Kreuzlein darauf und darüber senkte er süß ein anderes Mal war wieder Leichenwache des Waldjosel kleiner Franz war gestorben und ich ein Knabe mit neun Jahren nahm mein Erbauungsbuch und mein Fernrohr das ich einem alten Hausierer abgeschachert hatte und ging zur nächtlichen Leichenfeier wir besaßen im Hause Waldbauern Bub um diese Zeit wirklich mit einem Fernrohr gerüstet war ich wollte doch gar so gern sehen wie das schwarze Ungetüm das kein Mensch kannte und das auch der hundertjährige nicht zu beschreiben wusste den lieben Mond anpacken und sich in denselben hineinfressen würde als ich über die Felder ging stieg der runde Mond gerade über die Teufelssteinwälder herauf vollwangig und freundlich lächelnd er hatte wohl keine Ahnung was nach dem hundertjährigen ihm heute bevorstand mein Instrument hielt ich in der inneren Rocktasche verborgen und so kam ich zum Hause wo der tote Franzl lag er lag in der Wohnstube aufgebahrt und daneben stand ein Tisch um welchen schon mehrere Leute saßen die Tabak rauchten dabei über Wirtschaftsdinge sprachen und auf mein Vorlesen warteten Glaubensgrübler waren dabei so die alte Riegelbergerin so der Holzschlager Tommerl und das war mir gerade recht denn ich hatte in meinem Buche ein Kapitel über den Weltuntergang vorbereitet zuerst als sich die Weiber herangezogen hatten wurde ein geistliches Lied gesungen hört liebe Kinder insgemein allreiche Arme groß und klein höret zu mit Traurigkeit der jüngste Tag ist nimmer weit an einem so erschrecklichen Tag da fallen die Sternen vom Himmel herab Sonn und Mond verfinstern sich die Allmacht Gottes kündet sich und weiter war im Liede die Rede vom Tale Josaphat von Posaunen Getön von der Auferstehung der Toten und vom Gerichte somit war das Volk in die rechte Stimmung versetzt ich schlug mein Buch auf um mit den Vorhersagungen eines theologischen Schriftstellers und mit nachdrücklicher Stimme die Wahrheit des Liedes zu beweisen Die prächtigsten Zeichen und Wunder predigte ich zusammen Die Sterne purzelten vom Himmel wie Hagelkörner und Sonne und Mond verfinsterten sich derart dass ein alter Bauer der Brunn Michel es für nötig hielt mit den Fingern das Kerzenlicht zu putzen Au weh sagte er dabei auch beim Wald Josel ist das Feuer heiß Ja das magst dir merken meinte die alte Riegelbergerin und kein solcher Übermut sein du alter Dattel Bedenk's nur wenn schon das Feuer beim Wald Josel so heiß ist wie wird es in der Hölle brennen Bedank mich sauber für deine Christen Leer antwortete der Brunn Michel Du meinst weil ich der 70 Jahre alte Schippel aufs Steir stanzen noch was halt Weißt Riegelbergerin ich denk mir halt so seid lustig seid lustig tut singen und hupfen so kann euch der Deichsel kein Hardl ausrupfen aber du mein Gott rief der Holzschlager tomal entrüstet jetzt hebt er mit seinen Schelmen Liedern an und neben uns liegt ein Totes Jesus Maria und Josef kreischte ein Weib und riss ihren Kopf vom Fenster zurück schaut hinaus Leute der jüngste Tag den Mond schaut an ein großmächtiges Stück ist wegbrochen alles stürzte zu den Fenstern zur Tür das ist gewiss der höllisch strach frisst den Mond an und kehr die Hand um wird er auch die Sonne im Rachen haben nachher behüt dich Gott Taglichten nachher mögen wir in der Finsternis den Haar schneiden K wenn einer wächst ja wenn einer anbaut wird ich denke nach dem Haberfeld werden wir nicht viel fragen werden bald die Posaunen zu hören kriegen wer hätt's gemeint dass wir das noch sollten erleben und von Toten auferstehen sollen eh vor wir gestorben sind sagte der alte Michel aber ich fürchte es ist nur eine Mond Finsternis in der Erregung war das Licht ausgelöscht die Ampel an der Leiche glimmte kaum der Mond schien mit mattem Lichte auf den Fußboden der Stube herein ich tat mein Fernrohr hervor zog es auseinander und hockte unter den Tisch hinab damit ich durch das kleine Fenster mit meinem Instrumente dem schon hochstehenden Mond beikommen konnte ich erschrak selber der ganze untere Teil wo sonst Adam und Eva saßen war weg und der andere der noch da war zitterte wie das zusammengebrochene Lamm vor dem Wolfe mehrere Weiber waren wie es bei Finsternissen gebräuchlich mit Hafendeckeln Pfannen und Töpfen ins Freie geeilt und Hupen an zu schellen und zu klirren vielleicht gelang es doch noch dem Ungeheuer die Beute abzujagen mittlerweile war die vorher leuchtende Scheibe schier zu einem Kipfel zusammengeschwunden und ich begann nun zu meinem Erstaunen auch jenen Teil wiederzusehen der gar nicht da war es stand wahrhaftig noch der ganze Mond am Himmel nur war er fleckig und schwarz geworden wie im Herbst die kranken Erdöpfel schwarz werden und und nun dachte ich bei mir es sieht nicht aus als ob ein ungeheuer den Mond im Rachen hätte es weist sich vielmehr als wie eine Krankheit die den lieben Mond überfällt daher auch das Fieber das Zittern wie ich es durch mein unruhiges Fernrohr beobachten konnte ich war mitten in meinen Forschungen da rief plötzlich einer was macht denn der da unter dem Tisch hat er was heimliches das werden wir gleich sehen herauf mit dem Wald Bauern Buben sie zogen mich hervor und jetzt sahen sie mein Instrument womit ich den Mond betrachtet hatte das war unheil zuerst fuhr die Regelbergerin auf mich los sie hieß mich den Unchrist der selber nicht glaubt was er gerade erst aus dem heiligen Buch gelesen hat der wie die Heiden mit Röhren und Gläsern den Himmel ergründen will mit Teufelswerkzeugen dem Herrgott gleichsam ins Auge schaut und in den Magen hinein der Holzschlager Tomerl riss mir das Fernrohr aus der alles war außer Rand und Band und wollte mir böse da flüsterte mir der Michel ins Ohr bub lüg ihnen geschwind was vor sonst kratzen sie dir die Augen aus jetzt rief ich den Leuten zu seid froh dass ich mit dem Fernrohr hinauf geschaut hab dass ich euch erzählen kann wie es jetzt zugeht da oben wir wollen es nicht wissen schrien einige ist alles Verblendung weise wenn du schon so gescheit bist so erzähl's halt was du hast gesehen so viel habe ich sehen können sprach ich hält der Mond sein Sacktuch vors Gesicht und weint über was konnte er weinen rief die Riegelbergerin aufgeregt als über die Schlechtigkeit der Welt oder über die Dummheit der Leute ergänzte der Michel ich sah dass es schief ging und meinte gleichwohl mit etwas Schallkeit ich wäre in meiner Beobachtung nur zu früh gestört worden und hätte es nicht so genau gesehen möglicherweise und mir habe es sogar so geschienen hätte der Mond vor lauter Lachen sein Taschentuch vors Gesicht gehalten so hat er wen ausgelacht sagte der alte Michel und schielte auf die Riegelbergerin hinüber weißt du was Bub fuhr mich diese an du bist ein Fabel Hans und du gehst hinaus aber gleich gehst hinaus sie hob gegen mich ihre zwei mageren Fauste ho rief der Michel und stellte sich dazwischen ist das eine Mode beim Leichwachen dem Bübel geschieht nichts und jetzt Weiberleid singt's wieder eins wisst's kein lustiges so tut's ein trauriges aber sein nach dem Takt dass einer dabei tanzen kann die Finsternis ist schon vorbei berichtete der Hausvater der zur Tür hereinkam und siehe der Mond war wieder licht und rund er weinte nicht und lachte nicht in stiller Freundlichkeit blickte er nieder auf den Zimmermann der über den Anger schritt und auf der Achsel den kleinen weißen Sarg herantrug neben diesem glitt ein schwarzes Ungeheuer daher es war der Schatten vom Zimmermann Sarge Einmal zur Herbstzeit war ich mit Markus unserem alten Knechte spätabends noch auf dem Felde wir lehnten Habergaben aneinander ich hielt die Gaben zusammen und der Markus bock die Hütte darauf ich blickte dabei den ausgehenden Mond an und konnte mein Auge gar nicht wenden bis der Markus plötzlich rief Jesus Maria das ist ein Unglück jetzt ist mir der Bub mondsüchtig geworden ich erschrak ich kannte einen mondsüchtigen der schlafend auf allen Dächern herumstieg und dabei ein Gesicht hatte so blass wie der Mond selber der Markus lachte über meinen Schreck und ich wendete mein Auge von der Mondscheibe ab ja 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 magst schon gucken sagte der alte Knecht aber jetzt werde ich dir es deuten wie der Monster oben aufgekommen ist das war mir gleich recht obwohl wenn der Markus was erzählte man nie wusste ob er zum ernste oder zum spaße rede sein gesicht freilich das war dabei ernsthaft genug und diesem nach meinte man immer seine Worte seien der dreizehnte Glaubensartikel ein für allemal aber ein paar mal waren doch reden von ihm ertappt worden die keinen Reisepass durch das Land der Wahrheit mit sich getragen hatten wie der Mond aufgekommen ist fragte ich erstaunt wie der Mond aufgekommen ist versetzte der alte Knecht spitz die Ohren kleiner aber fürchte ich nicht dass ich dich daran fasse höre gewesen ist es so wie Sankt Adam und Eva aus dem Paradiese vertrieben gehabt hat kehrte er zurück in den Himmel nun hast sie ausgejagt diese Herrgott Sacramenta fragt der Gottvater hätte er auch einen anderen schicken mögen brummt Sankt Michael in seinem Bart nein du Bart wird er keinen gehabt haben ich hab mir sagt er in dieser Höllen finstern ist da unten das Knie angestoßen das schon all des Teufels ist oder was beim Tag geht's noch an da schupfen die Engel den Sonnenball hin und wieder aber in der Nacht ist das schon eine stockfinstere Welt über ernannt kann's der Eva gar nicht für übel halten wenn sie in der Rabenschwarzen Nacht einen unrechten Apfel erwischt hat wird schon noch öfter so was passieren die Leute müssen einen Mond haben Ja fragt der Gottvater Nun so steh ein wenig beiseite sagt Michael ich erschaffe jetzt den Mond Richtig hat's getan aber sagt der Gottvater auf das die Leute wissen dass es nur ein guter Wille ist von mir und dass sie sich nicht eine Rechtssache draus machen so lasse ich den Mond im Monate allemal nur 14 Nächte scheinen die übrigen 14 Nächte lasse ich's finster sein und deswegen setzte der Knecht bei haben wir den zunehmenden und den abnehmenden Mond Ja so deswegen sagte ich sehr zufrieden nun wusste ich schon mehr als der Pfarrer der an die Offenbarungen unseres alten Evangelisten Markus nicht immer glauben wollte So ging es eine Weile fort da kam endlich für mich und den guten Mond eine andere Zeit ich hatte in Kindberg einen Vetter der ein gelehrter Mann war den besuchte ich einmal und fand ihn desselben abends spät auf dem Dache seines Hauses wo er vor einer erschreckend großen Kanone stand die Kanone war schnurgerade auf den armen Mond gerichtet der über den Giebeln des Ortes mit weinendem Vollgesichte stand und herniederschaute der Vetter guckte durch das gewaltige Rohr so hinaus und sagte dann zu mir jetzt komm Bursche stell dich daher und guck auch einmal so guckte ich denn auch einmal josef josef und jerum habe ich aber jetzt meinen kopf zurück geworfen was habe ich gesehen da drin in der kanone ist ein mächtig großes helles schneefeld gewesen und wie ich länger geschaut habe ich berg und tal gesehen und ein ganzes alpenland und alles wie von purem eis und schnee ich habe mit meinen Augen alle Höhen und alle Täler und schluchten abgesucht aber ich gefunden und ich habe unsere liebe Frau mit dem Spinnrocken nicht gefunden ist ein schöner lieblicher Glaube gewesen sagte mein Vetter und wenn du dabei bleiben willst gut aber gehen wir jetzt schlafen nein rief ich wenn etwas dahinter steckt so will ich es wissen dann hat mir der Vetter die Natur Geschichte des Mondes erzählt was habe ich jetzt einen starren toten ausgebrannten Himmelskörper ohne Wärme ohne Lächeln selbst das Licht ist nicht sein Eigentum Ende von Kapitel 21 Kapitel 24 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Alexander Rühl Das Waldbauernbübel von Peter Roesegger Kapitel 24 Die fremden Holzknechte Mein Vater verstand sich gut auf das Gerben der Häute, auf die Weberei, auf die Müllerei und auf das Leinölpressen. Bei letzterem war ich als etwa zehnjähriger Knabe ihm oft recht wacker behilflich, indem ich eine Schnitte Weißbrot ins Öl tauchte, das aus der Kluft der Pressräume ran und dann mit der gelb glänzenden Schnitte in meinen Mund fuhr. Während solcher Beschäftigung trat eines Tages der Holzhändler Clemens Zaunreuter in die Presskammer. Der war einmal Waldmeister bei einem Großgrundbesitzer gewesen, hatte sich aber im Holzhandel so heidenmäßig viel Geld erworben und war bei dieser unerquicklichen Beschäftigung ganz mager geworden, im Übrigen aber immer noch leidlich bei Humor. Der Clemens fragte nun, als er in der Holzmulde das Rieseln hörte, ob der Most süß wäre. Er solle ihn verkosten, lud mein Vater ein. Aber als der Clemens die ganze Mulde hob und daraus einen Schluck machte, taumelte er zurück, als ob ihm einer einen Faustschlag ins Gesicht versetzt hätte und machte den Schluck auf das Lebhafteste wieder ungeschehen. »Schaden kann's nicht, Clemens«, tröstete der Vater, »es ist reines Leinöl.« »Waldbauer«, sagte hierauf der Holzhändler, »sich wieder in Ordnung stellend, ich bringe dir viel gute Sach ins Haus und du tust mir sowas an.« »Du bist auch der Erste, der den Flachswein nicht mag«, sagte hierauf mein Vater, »ist der richtig wie ein Wein, so gultfarbig und klar. Und für die liebe Gesundheit kannst gar nichts Besseres finden. Ich bin den Ärzten ein paar Ochsen schuldig worden und dennoch tät' ich heut tief unter der Erde liegen, wenn der himmlische Vater das Leinöl nicht hätt wachsen lassen.« »Und weil du, Gottlob, noch über der Erde stehst, Waldbauer, so wirst halt Geld brauchen«, fädelte der Clemens ein. »Schau, mich hat dein Schutzengel hergeführt, ich bring dir eins.« »O mein Du«, versetzte hierauf der Vater und legte sich mit seiner ganzen Schwere über den Hebel, dass der Leinkuchen in der Presse noch seiner letzten Tropfen lassen musste, die aber in ein besonderes Töpflein kam, weil solcher Rest nicht ganz so klar und milde war wie die erste Abbrunne. »O mein Du«, sagte er, »das Geld hätt' ich freilich wohl zu brauchen, aber trag's nur wieder fort. Ich weiß, was du dafür haben willst. Du willst die sechs alten Fichten haben, die bei meinem Haus stehen. Es geht mir heut um ein Groß drum, schlechter als vor einem Jahr, wo du dich der Bäume wegen hast angefragt, aber ich habe dir keine andere Antwort als wie dazu mal. Die sechs Bäume neben dem Haus, die sind ein Andenken von Alters. Und wenn ich Acker und Wiesen verkaufen muss und das Vieh aus dem Stall, die Bäume bleiben stehen. Und wenn sie mich ohne Thron ins Grab legen sollten, müssen. Die alten Bäume bleiben stehen, bis sie selber fallen.« Die letzten Worte waren schnaufend gesprochen, und mit derselben war nun auch der letzte Tropfen aus dem Leintreber. Der Clemens aber sagte, »Waldbauer, du wirst keinen Acker verkaufen und kein Stück Vieh aus dem Stall. Du wirst eine Thron aus weißem Eschenholz kriegen. Gott geb, dass du sie noch lange nicht brauchst. Du wirst auf der Welt noch gute Tage haben. Du wirst nicht die alten Fichten, aber du wirst aus deinem Wald die schlagbaren Lärchen verkaufen, die drinnen stehen. Hast deine Brieftasche bei dir? So halte sie auf.« Ich erschrak, als ich die Ziffer der Banknote sah, die der Versucher jetzt aus seinem Leder gezogen hatte und mit zwei Fingerspitzen wie ein Fähnlein vor den zuckenden Augen meines Vaters hin- und herflattern ließ. Das Missgeschick hatte bei uns, dem Holzhändler, gut vorgearbeitet. Wir konnten all das, was wir unser Zehnköpfe und Mägen bedurften, nicht mehr aus den 80 Jochen Berggrund herausziehen. Der Arzt schickte uns Briefe, die ich nicht weich und sanft genug lesen konnte, dass sie dem Vater erträglich wurden. Der Waldbauer wird hiermit aufgefordert, binnen 14 Tagen, widrigenfalls, da meine Geduld endlich gerissen, so habe ich bewusste Angelegenheit dem K.K. Gerichte übergeben und es wird nicht innerhalb acht Tagen die Pfändung. Derlei sind so ziemlich die ersten Sätze gewesen, die ich in unserer lieben hochdeutschen Sprache zu lesen bekam. Auch das Steuerbüchel, mit seinem Datum der Schuldigkeit und Datum der Abstattung, ließ mich ahnen, welche Kraft in der Sprache Schillers und Goethes verborgen liegt. Es war ein leibhaftiger Hunderter, den nun der Holzhändler mit den zwei Fingern an der Ecke hielt. Ob in demselben Augenblicke nicht ein kaltes Schauern durch Gewipfel der Lerchen gegangen ist, die draußen einzeln zerstreut im Fichtenwalde standen. Ob nicht ein banges Ahnen durch die kleinen Vogelherzen geweht hat, die in jenen Wipfeln ihre Nester bauten. Mein Vater streckte die Hand nicht aus nach dem Gelde, aber er verbarg sie auch nicht im Kleide. Er beschäftigte nicht mit dem Hebel, er ließ sie, wie er von der Arbeit erschöpft so dasaß, halb offen, wie sie in der Natur gebogen auf seinem Schoß ruhen. Der Klement senkte das seltsame Papier hinein, da krümmten sich die hageren Finger sachte und hielten es fest. Die Lerchen waren verkauft. Nur muss ich mir noch eine Bedingung machen, sagte der Holzhändler, da er wusste, der arme Mann lag bereits in der Gewalt des Geldes. Im Spätherbst, wenn der Schnee kommt, lass ich die Bäume schlagen. Du wirst dich verwundern, Waldbauer, wenn ich dir sage, über deine Lerchenbäume wird der Kaiser fahren. Ja, ja, zum Eisenbahnbau brauchen wir sie. Meine Bedingung ist die, dass meine Holzknecht, solange sie im Walde arbeiten, in deinem Haus kochen und schlafen dürfen. Warum denn nicht, meinte der Vater. Das ist ja recht brav, wenn es Ihnen unter meinem Dach gut genug ist. Welch ein Unheil wurde mit diesen gutmütigen Worten über unser Waldhaus heraufbesporen. Der Klement schenkte mir noch ein sehr glänzendes Gröschlein und ging dann munter davon. Ich erinnere mich noch, dass ich mich darüber wunderte. Die Munterkeit war doch offenbar unsere Sache, denn wir hatten das Geld. Der Vater trug das Seine in den Dachboden hinauf und verbarg es im Gewandkasten. Es wird ja bald wieder auswandern. Dann gingen die Tage hin wie sonst, und im Wald standen die Lerchen und schaukelten im Wind ihre langen Äste wie sonst, und wurden im Herbst gelb wie sonst und setzten an den Zweigen für ein nächstes Frühjahr an wie sonst. Die wissen es auch nicht, dass sie schon so bald sterben sollen, sagte mein Vater einmal zu mir, als wir von der Wiese herauf durch den Wald gingen. Ich tröstete mich aber mit der Hoffnung, dass der Holzhändler Clemens, der gar nicht mehr in unsere Gegend kam, diese Lerchen vergessen würde. Meine Mutter, der ich das heimlich aussprach, rief laut, »O Kind, der vergisst auf seine Seele, aber nicht auf die Lerchen.« Und eines Tages, als der Erdboden schon fest gefroren war, als das Moos unter den Füßen knisterte und brach, da hörten wir im Walde das Rauschen der Säge. Wie wir über die braunen Fichtenwipfel hinschauten, sahen wir aus denselben den gelblichen Spitzkegel eines hohen Lerchenbaumes tragen. Das Rauschen der Säge verstummte, die Keilschläge klangen, da neigte sich sacht, der Kegel tauchte nieder und im Erdboden war ein Zittern. Am Abend darauf hatten wir die Holzknechte im Haus. Es waren nur zwei, und als wir sie sahen, gefielen sie uns allen. Der eine war schon betagt, hatte einen langen roten Vollbart, eine glatze und eine scharf krummgebogene Nase. Die Euglein des Mannes schienen sehr klein, weil die roten Wimpern und braunen von der Hautfarbe kaum abstachen, aber in den Euglein war viel Spaß und Schallkeit. Der andere war wohl um zwanzig Jahre jünger, hatte ein braunes Bärtlein. Wer seinen strammen Nacken und seine breite Brust beachtete, der wusste es. Ein kernfester Holzknecht. Beide hatten steife Schurzfälle um und rochen nach Harz und Holzspänen. Für uns war bald abgekocht, so überließ ihnen die Mutter den Herd. Und wahrlich, die verstanden ihn zu benutzen. Was sie da kochten, war nicht das bekannte Holzknecht Wildbrett, als Hirschen, Füchsen und Spatzen und dergleichen Nocken, wie man sie aus Mehl und Fett zubereitet. Das war wirklich Fleisch und Speck und Braten und das schmorte und knatterte in den Pfannen, dass unsere Mägen, welche mit der Brotsuppe und Erdäpfeln abgetan worden, in Aufregung gerieten. Aber der Rote zerriss mit den Fingern ein ganzes Speckstück und wir sollten kosten. Einen mit Stroh umwundenen Zuber hatten sie bei sich. Daraus tat einer und der andere tapfere Züge. Der Rote lud mein Vater ein, ihren Wein zu versuchen. Er tat's und dabei erging's ihm noch schlechter als dem Clemens bei der Leinölmulde. Im Zuber war höllischer Brandwein. Jetzt war's Tag für Tag, dass die Holzhauer in unserem Haus brasten. Uns verging die Lust an unserer täglichen Kost, weil wir den Überfluss und das Wollleben sahen. Wir wurden unzufrieden und unser Gesindel, das aus zweihalb erwachsenen Dienstmägden und der blinden Einlegerin bestand, tat manchen Seufzer. Doch der Rote wusste uns zu ergötzen. Er erzählte von den Städten und Ländern, denn die beiden Männer waren viel herumgekommen und hatten in großen Fabriken gearbeitet. Dann gab er Schwenke und Schallkaiten zum Besten, in den ersten Tagen auch Rätsel und trollige Wortspiele, bei denen die Mädchen viel kicherten. Vater und Mutter stillschwiegen und ich nicht recht wusste, was ich denken sollte. Dann kamen Liedchen, in welchem, zum inneren Entzücken unseres Gesindes, das ländliche Liebesleben in all seinen Gestalten zu klarem Ausdrucke kam. Für uns Kinder war's da, allemal Zeit ins Bett zu gehen, aber unsere Strohschaube befanden sich eben in der Stube, in welchen die lustigen Dinge vorgingen. Wir schlossen wohl die Augen und ich hatte wirklich den festen Willen einzuschlafen, doch die Ohren blieben offen und je fester ich die Augen zudrückte, je mehr sah ich mit dem Geiste. Der junge Holzknecht war still und ordentlich, blieb des Abends auch nicht so lange in der Stube, sondern suchte stets bei Zeiten seine Schlafstelle auf, die draußen im Heustadel war. Diesem gesitteten Beispiel konnten doch auch die Mädchen nicht nachstehen, sie ließen den Roten schmatzen und verloren sich. Mein Vater bemerkte einmal zum Roten, dass der Junge gescheiter wäre als der Alte, worauf der Rote fragte, ob dem Bauer etwa die lustigen Liedlein nicht recht wären. Dann wolle er fromm sein und beten und hub betrunkenerweise an, im Tone des Vater unsers Spotsprüche herzusagen, stieg auf den Herd und verhöhnte in der Predigermanier eines Kapuziners die heiligen Apostel, Märtyrer und Jungfrauen, sodass meine Mutter mit aufgehobenen Händen vor meinen Vater trat. Ich bitte dich tausendmal, Lenzel, wenn du mir diesen gottlosen Menschen nicht bei der Tür hinauswirfst, so tue ich selber. Weibel, tu's selber, rief der Rote, sprang vom Herd herab und wollte die Mutter packen und liebkosen. Das war unerhört. In unserem Haus, wo ja aus, ja ein, kein unanständiges Wort gesprochen wurde, plötzlich solche Sachen. Mein Vater war schier gelähmt vor Erstaunen, die Mutter aber fasste den frevelhaften Holzknecht am Arm und rief, jetzt gehst, Schandmaul, in mein Haus kommst mir nimmer. Nicht einen Zoll ließ sich der Holzhauer vom Fleck rühren. Wenn die Waldbauernleut schon so fromm sind, sagte er immer noch im Predigerton, dass sie vergessen, was sie unserem Herrn versprochen haben, so gehe ich deswegen doch nicht aus diesem Dach hinaus. Weiber jagen mich nicht, da zieht's mich noch alleweil näher hin. Vielleicht jagen dich Männer und Ofenscheiter, sagte jetzt mein Vater und riss mit einer Schnelligkeit und Entschlossenheit, die ich an dem sanftmütigen Manne bisher nicht erlebt hatte, ein Holzscheit von der Asen. Der rote Holzknecht fiel ihm in die Arme, sie rangen. Die Mutter suchte den Vater zu schützen, meine Geschwister in Stroh und Windeln erhoben ein Geschrei. Ich sprang im bloßen Hemde zur Tür hinaus und rief die Mägde um Hilf an, die wohl schon friedsam in ihren Nestern ruhen mussten. Die blinde Jula kam als die erste glücklich über den Hof gehumpelt, während eine der Sehenden über den Schweindruck stolperte. Und die Jungmacht kletterte auf mein Geschrei und den Lärm im Hause des Schreckens voll die Sprossenleiter hinieder, die vom Heustadel in den Hof herabführte. Ohne damals die Tragweite dieser letzteren Tatsache zu erwägen, eilte ich wieder ins Haus, wo die beiden Männer im Kampfe schnaufend und ächzend in der Stube von Wand zu Wand fuhren. Der lange Bart des Holzhauers hatte sich in Fetzen um das Haupt meines Vaters geschlungen. Diese schien doch die Oberhand zu gewinnen. Da kam der junge Holzknecht bloß im Hemd und blauer Unterhose zwar, aber mit der ganzen Wucht seines Körpers. Die Weiber taten, was bei solchen Auftritten ihres Amtes ist, sie schlugen die Hände zusammen und jammerten. Meine Mutter nur, als sie sah, es wäre alles verloren, erfasste auf dem Herd einen lodernden Feuerbrand, rief, »Ich will euch noch hinaustreiben, ihr Räubersleut, das weiß ich gewiss« und fuhr mit dem Brande an den Bretterverschlag. »Die Furie will uns verbrennen«, kreischten die Holzknechte und stürzten durch den wirbelnden Rauch zur Tür hinaus. Wir waren von dem unflätigen Gesellen befreit, aber die Flammen züngelten lustig die Wand hinan. Mit Not und Wasserkübeln gelang es noch, die Feuersbrunst zu ersticken. So ist derselbe Abend in eine stille, bange Nacht übergegangen. Die Haustür hatten wir verriegelt und verrammelt und als wir das Kielspanlicht ausgelöscht, horchte später der Vater an den Fenstern, ob sie etwa noch draußen. Es blieb still, erst am nächsten Morgen kam der junge Holzknecht, um seine und seines Kameraden Geräte mit sich zu nehmen. Sie haben sich dann im Walde aus Holzschwarten und Baumrinden eine Hütte gebaut, in welcher sie den halben Winter überwohnten, bis die Lerchenstämme verarbeitet waren. Wir waren jedoch überzeugt, dass sie Böses gegen uns spinnen mussten, worauf aber die Jungmacht einmal ganz klug bemerkte, das Beste wäre doch, mit solchen Leuten sich stets in gütlicher Weise zu vertragen. »Du hast leicht reden, Dirn, du weißt nichts«, entgegnete ihr mein Vater. Auf ein solches schwieg sie, sie wusste viel. Da hatte ich zur selben Zeit einen neuen Schreck, aus Begierde, die gottlosen Gesellen doch noch einmal zu sehen und zu beobachten, ob ihnen bei ihrer Holzarbeit nicht etwa der Teufel knechtliche Arbeit leistete, lugte ich eines Tages vom Waldwege aus durch das Dickicht auf ihren Arbeitsplatz hin. Da sah ich, dass sie lange Totenthronen machten. Ich berichtete das zu Hause und rief damit eine große Erregung hervor. »Wie ich sage, Sie haben noch was im Sinn«, sagte meine Mutter. Der Vater vermutete, »Bub, du wirst wieder einmal bei helllichtem Tag geträumt haben. Nachschauen will ich aber doch gehen.« Wir gingen in den Wald, mein Vater guckte durch das Dickicht zu den Holzhauern hin, und da sah ich, wie er blass wurde. »U, halb narr«, lachte er ächzend, »die graben uns Bauern von ganz Alpel ein.« In ganzen Stößen waren die Totensärge aufgeschichtet, und noch immer hackten sie mit ihren Beilen an neuen herum. Wir schossen davon, um also gleich dem Ortsrichter, der auf dem Berge jenseits des Engtales sein Haus hatte, die Mitteilung zu machen von dem, was wir gesehen. Unterwegs dahin begegnete uns der Zimmermann Michel, dem sagte mein Vater, er möge all seine Hacken und Messer bereithalten, es habe den Anschein auf schlimme Zeiten. Die fremden Männer, die in seinem Wald arbeiteten, täten nichts anderes als Totentruhen machen. »Ja«, antwortete Michel, »ich hab's auch schon gesehen. Ein Glück ist nur, dass diese Truhen nicht hohl sind. Hierauf belehrte uns der erfahrene Mann über die Form der Eisenbahnschwellen, die gewöhnlich zu zweien aus dem Block gehauen, bevor sie auseinander geschnitten wurden, mit ihren sechs Ecken einem Sarge glichen. Wir kehrten also gleich um, und als wir auf dem Feldreine hingingen, wo der Rasenweg glatt und hübsch eben war, sagte mein Vater zu mir, »Jetzt hätten wir schöne Zeit, dass wir uns selber auslachen kunden, sonst tun's andere.« So geht's, wenn man wem Feind ist. Des schlechtesten zeigt man ihn, und ist so verblendet, als hätte einem der bös Feind die Hörner in die Augen gestoßen. Am Ende sind auch die zwei Holzhacker nicht so schlecht, als sie ausschauen. Wie der Will, ich werde froh sein, wenn sie beim Loch draußen sind. Und das weiß ich, der Clemens kauft mir keine Lärchen mehr ab. Weil ihr keine mehr habt, war meine Weisheit darauf. Der Vater schien sie nicht gehört zu haben. Die Holzknechte waren endlich fortgezogen und mit ihnen die Lärchen schwellen. Die rötlichen Baumstöcke blieben zurück und auf den Poren derselben standen helle Tröpflein des Harzes. Dass sie keine Christen waren, bemerkte mein Vater einmal, zeigt sich schon darin, dass sie nicht in einem einzigen Stock das Kreuzel eingehackt haben. Im Walde war's nämlich damals schon Sitte, dass die Holzknechte in jeden Stock, sobald der Baum gefallen war, mit dem Beil ein Kreuzlein eingruben. Warum, das habe ich nie recht erfahren können. Es wird wohl aus demselben Grunde geschehen sein, aus welchem der Schmied beim Wegziehen des glühenden Eisens mit dem Hammer noch ein paar leere Schläge auf den Amboss tut. Man will mit solchen Dingen dem Teufel, der bekanntlich nie müßig ist und sich in allen Arbeiten des Menschen mischt, das Handwerk legen. Mein Vater, dessen Leben stets so sehr mit dem Kreuze verwoben war, ging hinter dreien und hieb in die Lärchenstöcke Kreuze ein. Also war's wieder in Ordnung mit dem Walde und voller Frieden, wie es eh dem gewesen. Und das ist die Geschichte von den fremden Holzern, den Kindern der Welt, die wie ein erster Wellenschlag aus dem hochbewegten Meere des Lebens in unseren entlegenen Waldwinkel gedrungen waren. Wie klein war dieser Wellenschlag und wie viel Unruhe, Unzufriedenheit und Ärgernis hatte er herangeschwemmt. Nach und nach waren die fremden Elemente wieder vergessen. Selbst die Mutter war ihre Entrüstung endlich her geworden. Unsere junge Magd jedoch träumte bisweilen, wachend von einem jungen Holzknecht. Ende von Kapitel 24 Gelesen von Alexander Rühl, Flörsheim am Main